aber ich mache mal eine verbindung jetzt auch mit diesen internal server error wenn ihr das lesen können dann ist das so wie kann sowas überhaupt passieren dass youtube gehackt wird doch habe ich schon ein paar mal gelesen inhalte werden empfangen in wenigen augenblicken wird dein stream an die zuschauer übertragen macht dich bereit ich bin wieder live ich sehe mich ich sehe nur den chat nicht den schutten habe ich auch aber dafür sehe ich diese live stream auf zeichnung ist nicht verfügbar auf dem bildschirm ich sehe mich wieder auf dem bildschirm ich sehe mich youtube gaming live dashboard ich da raus wenn sie macht noch mal aus noch mal aus was jetzt passiert also wenn die mich gleich sehen geht das über youtube gaming da rein ich bin live seht ihr mich leute ihr seht mich nicht was ist los pyrotech hörst du mich könnt ihr mich hören ja bitte hessen gaming youtube macht gerade umbauarbeiten christian leinhardt ja supi klasse hätten sie mir mal schreiben können da hätten wir das heute gelassen das hätten wir ankündigen müssen saftsäcke kommt nur nicht ins geld bei denen rein so geht wieder kai ja siehst du mich siehst du warte mal ich mache das spiel mal eben wieder an ich brauche mich ja selber nicht sehen auf dem bildschirm ich sehe das war ein spiel passiert ich sehe euer chat jetzt siehst du den chat michael ja gut siehst du wie der weiter läuft kai guck mal eben siehst du jetzt das bild vom spiel wieder er sieht ich zumindest ja da ist ja gut dann kann das ja weitergehen sieben zuschauer alle abgekackt naja werden wiederkommen oder nicht also ich höre dich und sehe dich wieder butcher dlf ja siehst du das spiel auch den chat ja ja gut ich sehe hier mein bild zwar nicht bei youtube aus muss ich auch nicht das ist egal ich höre mich für michael ich höre leo leo bis auch noch dane supi also weiter als okay 17 zuschauer diese es geht wieder alles ja ich gehe jetzt über das ist irgendwie verbunden über youtube gaming geht das jetzt das werden wir demnächst auch mal ausprobieren über rein youtube gaming das sage ich euch denn wann im frau versuchen wir das da auch noch mal also im moment funktioniert das youtube gaming irgendwie verbunden mit dem dashboard von youtube egal hauptsache ich habe alles wieder auf dem schirm habe versuch im moment ja ja georg das ist schön einfach hier steht zwar auch schon wieder chat verbindung abgeboren das youtube ist das muss ich mir immer schlau machen was da abgeht what's going on sehr wo waren wir denn jetzt da war noch ein streifen sie ist und dann sind wir fertig das soll nicht den spaß verderben hier von so einer pfeifen da bieten auch dann hebt wie dat und dann leo wie weit bist du da mit dein silo oder was machen wir das hätte ich natürlich wie bitte julian macht ihr alarm einmal noch und dann bist du weg ach so schön natürlich ist deins f5 das gehört zum spiel gott kann ja auch mal hier um die ecke fahren steht die ganze zeit auf dem hof und was wie das auch schon fährt ihr den fahrer wohl doch ich habe den 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 nach den häcksel auch schon wohl häckseln ja ich stehe da schon lange im häcksel ja ich komme ich komme bin nur unterwegs ist ist der fenster da ist der fenster irgendwo ach da ist der flug hinter ne wie es war los ich stehe hier oben auf dem berg ich hab den rgr fehlen scheiße links fahren zuletzt in holland gewissen soll ich den fendt eben in gang schicken ja irgendwie ein trecker wo wir den den farmtechner klappen können da geht es wohl nicht so viel rein im moment aber was soll's so viel ist das ja nicht zwei dreimal hin und her und ist das scheiß weg da ich habe den deutsche moment entwickelt mir steht immer wieder chat verbindung abgebrochen sowas bei dir läuft der einwandfrei bei mir einwandfrei bei mir nicht komisch das ist bei kai los mit dem chapter ja ich sehe nichts passiert da schreibt jetzt also das steht bei hier georg braucht was du als letztes geschrieben hast das war jung die halten die an das nicht da rein no 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 muss wenn ich jetzt da noch mal f5 drücken weiß ich nicht was passiert ich will wieder raus dann musst du dich mal ein bisschen um den chat kümmern jetzt mich ja das möchte ich mal schreibt bei mir stottert etwas bild das ist youtube leider im moment noch ja also entweder fahren wir jetzt wieder hoch langsam keine ahnung da muss ja immer ein bild wieder kommen weil es ging ja zuerst bei vielen geht das auch wieder komplett jetzt so wie bei mir auch also ich habe keine probleme hier wenn das gleich ausprobieren wenn ich oben bin dann recht mal eben einmal f5 drücken dann mal gucken was denn passiert bei mir jetzt nicht dann lädt er ja einmal neu den kram durch da das hat heinrich mehr gezeigt wie das geht timo schreibt auch jetzt geht es also scheint sich wieder ein bisschen das ist also ewe ist es nicht auf keinen fall das hätte ich gesehen hier ein falls dann könnte man noch mal probieren was ja nicht mehr hat gesagt hatte was aber eigentlich ja das du sag mal wenn ich finde es jetzt bin ich bei dem stream sind ja bei mir läuft alles aus der chat das video läuft das war auch da ja da muss ich jetzt hier mal ein bisschen rüberfahren kann ich da mich jetzt guckt auf handy xbox und geht auch also erst mal klasse von euch und danke an euch allen für das feedback da kann man nicht jede masse mit anfangen ja finde ich jetzt ist alles hinter alles klappt alles klappt das ist gut ich versuche es ich versuche alles in ordnung nur der chat verlauf geht nicht nein warte ich gehe euch bei mir auch nicht das steht auch alles bei dir steht gehe von dir gehe über das bin über das handy da da war feiern und dann steht die chat verbindung baddelt also jetzt klicke ich das mal eben an hier und dann gehe ich noch mal auf f5 und lasse den neuen laden mal sehen was daran passiert jetzt sehe ich den rest vom chat und auch mein bild wieder alles klar ist alles beim alten ich sehe alles die letzte war johannes 123 alles gut fabi und servus luxo fragt welche map das sehe ich jetzt ich sehe und höre dich nur am pc und chat läuft geht ihr euch alles klar wunderbar also auf handy xbox bei mir geht es auch wieder bis jetzt dann war das eine reine youtube geschichte also nicht unser also nicht von uns allen nicht haben wir nichts mit youtube das nächste mal stehen wir alle geschlossen auf gehen nach youtube und dann gibt es knüppel aus dem sack und sehen ob das denn besser geht bei denen so wir sind alle wieder da wunderbar klasse vielen vielen dank an euch den stellen wir eben vor und dann können wir die dates nehmen von mir aus zum ziehen dafür lang der einmal so das ist ja schon ganz unten herzlich willkommen auch du aber monja neben kleinen schwierigkeiten aber gut scheint das wieder um häckseln wollen wir häckseln ja klar fährst du ein häckseln ich habe den wagen und los jawohl mache ich mache ich jung an einig hat auch wieder aufgezogen hier gut wunderbar einig schön dass wieder da bist ohne dich läuft nichts hier weißt du doch ja aber er hat er eben wohl bestimmt auch nix ne nummer da gehen 15 da gehen 14 rein dann kann ich auch den farmtech nehmen komme ich besser eine ecke hinten im silo ne so nur zum festjogeln weiß ich auch nicht so ne ach so ne ach doch die haben wir wo wolltest du denn da doch nicht wo wolltest du denn da doch nicht hier hinten ist hier hinten ist einer das ist aber nicht unser oder hier den hier vorne den lütten das ist auch ein riesen oder nicht der ist auch für uns ach du scheiße das wollen wir alles mit dem hexe holen können ich dachte nur das letzte ding hier vorne war schon selber nicht mehr was man da haben wird nicht du musst du nicht zu viel vier und fünf diesen beiden lütsch chinesisch auch so was für land du hast ich komme geschwind des weges daher also erst mit dem farmtech eine runde und dann irgendwann wird dann auch eine silo wagen auftauchen keine anderen dahinter hängen genau aber dann bist du blöde mit dahinten reindrücken gut dann fangen wir da an von mir aus und der hühner wiegen der jung der mann los war ich fahre denn da hinterher den tüdel immer drin knack ab der sind runter stößchen lucas ja gott zwar leid ihr doch den großen hänger zum häckseln so 30.000 liter womit soll ich den entziehen zwei trecker vorhängen oder drei oder alles was ich habe und pustet der sind der mann da ich muss jetzt erstmal damit rein fummeln da los es ist alles abenteuer jetzt hier wenn es geht nicht so viel stehen lassen ich komme geschwind des weges daher da geht aber ich fahre ich fahre ich nebenher warte abenteuer ist ja das geile hier ist zu weit weg ist er jetzt alle problem hier der schnorchel ist zu kurz für das ding hier so siehst du alles wieder gut jawohl wie lange geht es heute hauli meistern an der jubel fährt scheiße ich gegen baum fahren mann manno manno sind hier denn kollis also gar kein gebüsch mehr so tja handlich hat es wieder kann ich ende open ja genau wir müssen sehen trecker fern 2 und dacht wie sagt man ja dann lassen wir uns über die asche und ich stehe bei silo mit geneve und fährt fest gleich fest verstehen da stehen was denn der case mit 33 gewicht und die 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 große schiedgabel da dran zum verteilen er kann hat er bleibt ein verstehen sagt oba bach mal ich mutter schon guck an hier ist mein junger junger und das hier zack zack fertig wie verrückt jetzt in der jahr oder ein hänger im oberrückwärts fahren dort gehen das geht schon pass mal auf drei mal merke hier und dann haben wir das ja nicht viel da oben ist auch so nötig da und dann haben wir den kram in silo kommen wir zur not dann auch mal für ein paar markende bga verklappen dann ist ja auch egal wo das scheiß gärt hier das ist so man wieso das machen wir wir melden uns das ist aber ich kann ja nicht nehmen wir herfahrt den anderen machen hier machen wir und natürlich einfach so machen warte macht man müsste eigentlich gehen sagt muss ich den da so und jetzt halt jetzt nicht eigentlich müsste der warte mal mit dem ein mit der einstellung jetzt so schnell fahren wie du er will jetzt nicht im moment sagt er ne ich könnte lust du die erste geneve gebe dann fahr ich nebenher so nicht immer die vier halbe da auch noch mit weil wir sind da knapp an der zeug hier ja genau ordentlichkeit muss sein wird alles sauber 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 ach so ich bleibe da stehen genau kommen wir drunter naja gut erste erstes schnitt von den dinger hier das alles noch aus dem spiel also von original von der kirk park farm wie heinrich uns das gerade verkleckert wie das ding heißt hier trecker fan moin max renner moin peter woran lag es denn mit youtube keine ahnung da war nur stand oben euro blablabla in englisch 500 eros und dann so eine seite mit hier und liefen und dann stand da nachher unter dass die da am arbeiten waren in englisch also youtube also das lag definitiv an youtube nicht an uns da haben die da irgendwo baum ist geboren und dennis oder irgendeiner sagte die sind damen arbeiten am umbauen oder das macht sein und aus damaligen zeiten habe ich das bei bastian hier ist die probleme auch schon ein paar mal mitgekriegt der musste sogar richtig abbrechen aber gar nichts mehr zu machen einmal war sein netz mal richtig raus aber das war wenig von dem seinem anbieter und dann war youtube am rummuckeln hier sind büschel wo gar keine sind leckum jule weg kribbelkram knickpflege hau ab den scheiß her so geht jetzt wieder nun geht sich eine runde nächste runde wird das auch immer dichter ran fahren warte mal eben mal das heck zu das komme ich hier nicht durch sind keine büsche drin ich glaube doch nicht du ja moin herr bleibt da jetzt einfach so stehen ich hecke so komplett frei bis zum eingehen ich will noch mal eben so ein bisschen drauf zack mach ja so war da ich meine wenn wir so zu ich sag mal so meine landwirtschaftszeit so ein ding überhaupt gehabt hätten das war ja schon mal ein riesen ding da gab es auch schon häcksel aber da konnte sich ja aus dem dorf bei uns kein schwein irgendwie einen lohnraum leisten oder so da gab es auch wenig mais jawohl klima aus rein nächste runde wird besser wir kommen so ein bisschen ran dann muss ich ganz soweit es war es in der mitte vom zelt nach irgendwas daneben geht dann stelle ich so ein das ist das sexe wieder raubt mit das geht doch ganz gut jetzt so viel haben wir nicht so viel an zeugs im moment da müssen wir sparsam sein wir brauchen die kohle wenn wir jetzt noch überall die sache einsehen und dann dreimal düngen müssen oder so ein quatsch ist ja okay können wir gerne machen ohne kostet natürlich auch ein paar marken was ist das geht doch mal sehen wir das jetzt hier oder was immer noch nicht founded warte mal ja ja bleib stehen vorhin ich hole aus hat jetzt eben das spieler eine waffe gekriegt hier habe ich eigentlich gar nicht herum gespielt mein tempomat im moment nicht funktioniert geht er bei dir wenn du dich mal die brauchst ja nicht aber der geht bei dir ganz schön eng hier in england nicht so umhecken und sowas macht auch spaß finde ich ist interessant das hat das bild müsst ihr einige machte ganz auch jetzt bilder aufnehmen screenshots danke danke liebe leute alle mal wieder da und alle die das noch nicht mitgekriegt haben technisches problem von youtube aber ist alles wieder in ordnung bis jetzt alles wird jetzt wieder alles super geht alles sein gang der brauchen also monate aus dem arsch zu kommen sind halt nicht mehr die neuesten klammern und der brauche monate um aus dem arsch zu kommen ist so sagt das land doch schon eng land richter eng genau eng land aber da kommt man wenn man sich so umkommt das ist doch na ist das nicht sie war das macht doch alles alles wieder gut hier haben wir nachher und im tal in den gängen gesehen was das erstmal alles gehört oder haben wir ja noch lange denke ich mal interessante sachen zu machen hier und alle mann wie also wie alle weil wir wollen das ja real so ein bisschen spielen und dann dauert das halt mit kohle verdienen und land kaufen und also ein kamer beine auch schon noch alles so viel abenteuer entstehen hier abends im pub man da denn irgendein dann haben ein stück man abschnecken kann oder was ich fand da alles kommt in wieder dort man nicht der nutzt wird jetzt einfach mal so ob uns toko lo hat wieder den 20 uhr mensch ließe verkauft den farm tech kauft ein zwei straubmann wo man nicht er tut im moment noch ganz gut seinen dienst auf der lippenfarm hier weil den können wir nachher dann auch zum 3 sehen wenn es mehr wird dann sie nur reinkam bei kühe und so nehmen ich könnte mir denn den fliegel wieder kaufen aber ich habe den ja also warum soll ich den verscheuern strautmann kaufe ich dann auch ja aber der deutsch von den kleinen strautmann ladewagen oder was wenn das feierabend hier bei der steigung schafft er nicht weiß ich und wieder der kaffee ist für die ich bin froh wenn ich freue mich gut 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 alles klar nicht über kopfhagen und alle botcher der best dankeschön danke wie voll ja fast 99 ja ich fahr das ding weg einfach nach dem silo rennen festfahren können wir nachher bin gleich wieder da so herr lebt jetzt können wir auch das heck auf lassen hier rikos da auch ganz gut und ihr moin micha rako die michael auch johne leo sie ist alle man wohl auf dass die hauptsache dass überhaupt die hauptsache dass wir alle wohl auf sind dann kann das da doch so neben bisschen youtube scheiß ab lachen wir doch über das einzige dumme ist daneben verständlich dass wir alle müssen bescheid wissen nicht das wäre schön und sagen kann mensch kommt gleich wieder oder alles hier der draht durchgeknipst mein weidezaun hier wisst ihr aber dominik wünschen ja noch zum download was weiß nicht worum es geht der mb ist privat auch so ja nicht ja ich nicht weiß nicht habe ich nichts mit zu tun für schulze da hätte es aber auch ein richtig spießrutenlauf hier im dorf gemacht für ein ganzes moin 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 weil zweimal moin gibt es welche nacken aber moin 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 die katzei du das ist der arsch aber richtig wunder nachher das glaubt aber nicht nicht böse sein das wahrheit dass das war wenn du moin moin bei uns im dorf sagst wie im norden das heißt so viel wie leck mich am arsch und moin ist okay das ganze morgens mittags abend sagen wollen ist dann sagt jeder moin 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 dann ist ja eine krieg mir noch mit moin 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 du meinst das gut aber das kann gefährlich werden wir jibsen bitte unter privatmut schauen und dann pn schreibt so tor auf jaja da hat er recht wo gibt es den kurs play pyro jetzt geht es 9 hier ist 17 bro was heißt das ganz viele mb tracks naja ja pyro genauso du kannst hier ich weiß ja wie das gemeint ist das ist aber das was ich eben sagt das wahrheit nicht dass jetzt hier nur moin wenn du moin 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 ich weiß ja du meinst aber das ist nur mal so zum schutze wollte hier mal durch so norddeutsches land laufen sollte es nicht dass du hier popo volk ist und sagt was das für ein scheiß land hier da fahr ich nicht wieder hin oder wer ist das so ja das christian popo voll und weiß gar nicht warum richtig die bei der google ein gmbx habe ich nichts mit zu tun nee nee und genau einmal ist okay und sie ist der freigam weiß aus der kommt nicht bestimmt die aus der gegend erweist hat ganz bestimmt ist einfach moin morgens mittags abends nachts immer wenn du meinst und muss jemand grüßen wollen so marie die so siehst du die lieben da dann fahren wir den scheiß da hinten in der ecke jetzt meistens auch nicht schlecht ist wunderbar angeeckt ja ja alles ist gut viele gut und du kassers ja dann bräuch ich mich da gar nicht um kümmern hier wunderbar ne sitzt denn los hoffentlich wird er jetzt auch silo von johne ich lege erst mal eine straße hier dass das oft ist das silo ist das erste mal dass wir hier auf der map sie besuchen so ein kram machen ja mal gucken hier unseren bengel mal im zugucken ist ja interessant was der hier so macht unser leo kommt der an der kann damit umgehen wir kann dann wir kann damit holen mit lang meinem aussteigen weil was ich sie sieht ihr ja auch und das soll es ja sein und da wollen wir das ja mal dass wir dann alle sehen hier muss ich dann mal ein bieten toki wir dann schön oder bist du da das ist ja schon fertig ja das weiß ich aber mal ebenso ein augenblick wir wollen ja alle kommen wollte ihr ja auch sehen oder da wenn ich jetzt wieder wegfahre sie wieder butscher auf dem trecker so müssen wir das ja auch mal gucken wäre schön wenn das auch noch mal gehen würde nicht dass man das irgendwie zusammenbastelt diese leo ist noch einen interessanten bengel guck dir da an würde firma noch ein bieten fahrs eben irgendwie um weg zum fast für ein achter hier für was rückwärts oder so da seitwärts rander bieten und du meinst der fan steht ja noch am flug da irgendwie die anzugträgerin da vom letzten noch dann muss ja noch ein placken über sein haben wir es immer noch nicht gemacht machen wir noch meist waren mühselig ernährt sich das eichhörnchen aber das ist hier im moment so das seht ihr ja aber es geht und wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt nicht jeder großbauer oder ja kann sich dann auch bei uns jetzt sage ich mal kann sich ein lohner leisten mit hexlern hast ja nicht gesehen die sind auch noch mal so in den gängen habe ich auch schon ein paar mal gesehen noch und interessant es geht die nehmen ihre geräte dieser haben und machen das damit das für gut was machen wir jetzt auch hier wir kommen schon irgendwann aus dem knick ja wir müssen auch mal klein anfangen richtig oder schön ist ja auch denn so die gerätschaften hier und dann guckt man sich die landschaft mit dabei an und also wart und wir schnacken und freuen uns wie in deren pokal die dat gut ne ja das ist mein enkelin ist lieb das schnacken auch so mal ne dann geben ihm butcher hast du den ein axt joshkin molde ne habe ich nicht aber habe ich glaube ich habe ich auch nicht im spiel als mut oder so joshkin weiß ich nicht ja mehr war nicht so mein ding ich habe andere jede menge hier drin ja aber nun habe ich erst mal den der kosmik nix kann auch den ihm hier kann ich mir doch noch hinterhängen lucas jansen ja alles wieder fit alles ausgeschlafen und alles wieder gut läuft ja schon der nächste stream war das wie gesagt das mit open end wir schauen wie weit wir kommen richtig man die einen dahinter leer und der reißt sich jetzt schon den arsch auf hier das stück hoch zu kommen dann soll ich mir den den staubmann ladewagen dahinter klemmen jubsen alles klar da geht es mal trecker anpicken und den hier das stück hochziehen ja ne frage ich lieber einmal mehr so oder wenn wir wollen jetzt geht das und der aus ist von ging das eben nicht da habe ich irgendwo knapp gedrückt der dann denn nicht so gut wie schnell fährst du zehn immer im schnitt kommt drauf an und richtigen auf zehn runter und da ist ja das ding ein zustände funktioniert jetzt im moment nicht der wäre das jetzt müsst ihr dich annehmen resetten muss ich den präger war das denn ist der das ne quatsch weiß ich nicht mehr egal die nicht jungen ja also neben mir wenn du schön in die destille packen hier das zeug du bist du leckeres neben der kerle die 9 f2 80 ist gute besserung danke oder meinst du mich mit dem fieber danke für also entschuldigung falls ich da mal immer ein laber was ich so mitkrieg dann habe ich das zu spät gelesen dann eine entschuldigung bitte moritz auf 9 und willkommen fabian ich habe mich jetzt aber auch schon dreimal gegrüßt vielleicht soll badstadt das ja mal machen ja mein fabian dann auch normal formine man muss aber viel nachfummeln hier so ich bin froh dass es die überhaupt das ding zieht habe ich dir gesagt hatten wir doch nicht erst noch ein ding damit da zieht der 200 ps oder irgendwas ich weiß dass die sind echt eine kotz grenze mit ihrer 180 ps hier das ist minimum darum ich wollte es von ongel gustav das ding noch holen oder hätte tanne hilse mich umgebracht wenn ich ihr in den ongel gustav sein sein mb denn vom hoch holt oder er nur 150 ps er hätte uns hier gar nichts genutzt wenn 5 ps mehr wie das war der deutsch hat hier und dafür holt ich das fahr ich das fahren wir das ding nicht ganz von losberg hierher die gehen auch immer noch alle von jordan hier kommen die richtige dinger her bei den flächen da überall da nun nicht erstmal kugel machen und ich bin mensch ich hab dann lieber noch ein betenwand eine reserve bevor ich mir jetzt irgendwo eine große gurke kauf und knapp so nähen mit 3000 euro rum oder was einmal geräte abziehen nachts oder man dann hat sich lieber eingenommen ist blank sein was war es dann dann können wir lieber nicht als penner irgendwo hier sitzen als obdachlose auf platte machen naja und löw so wurde nicht ich dir nicht bot schon nenne happy 1 oder an schulden mit auch einen häxler ja weiß was der kostet hast man geguckt man der kostet was das mag unter 10.000 15.000 christ zu kein gemietet sie die man oben ab wir müssen das alles noch hier grob machen tun besehen dreimal pflügen müssen wir jetzt und dreimal dünnen weil sie war dabei drauf geht wird nichts wir haben uns ja schon den nennen was alle drei dünge stufen ist nur einer fliege alles hat einmal gezielt und sie ist dreimal an und dann wird man ansehen muss man ja kann aber ja auch wie wir das hier früher gemacht haben jedes mal fliegen wir müssen nicht aber kannst du mehr lukas schröder der pracht wir sind die ph werte bei euch auf den böden weiß das weiß ich nicht mehr so das ist schon bei mir mit mit dem böden schon so lange her das hat sich alles mittlerweile schon drastisch verändert durch ja über düngen und hasse nicht gesehen früher haben wir das ja nicht so doll gemacht das war ja auch nicht drei dünge stufen habe ich auch schon mal zu erzählen da wurde miss gefahren geflücht grubbern eigentlich gar nicht mehr so doll das war mehr ecken um diese harten scheuen die im marschboden klein zu kriegen hinterher also eine saatbett vorbereitung sozusagen dann wenn das zehn zentimeter aus der erde guckte kam der kunstung darauf und wenn sie weit genug hoch war wurde das gespritzt mit pestiziden gegen ne weiß ja und das war's und dann war noch einige bauern dabei wenn denn mal land genug da war und alles dann haben wir auch mal ein jahr oder zwei jahre brach liegen lassen oder halt im herz rübchen auf gesehen das ist sowas hier was sie jetzt als ölrettich nehmen so zu sagen dass da wurden bei uns denn hier rübchen gesehen und die haben sie im frühjahr mit geflüchtet als zusätzlichen immer miss drauf das drauf und das war's dann er meint aber glaube ich eher im spiel hier keine ahnung kann ich dir nicht sagen will ich nicht weil hier die ph werte habe ich auch nicht gelesen was hier denn was die dort überhaupt angeben wo willst jetzt sind leo hast müssen ausflug machen bitte den server hat den server verlassen leo warum ist herausgeflogen warum ist das so das ist aber jetzt leo seine leitung machen eine anhalt machen eine der star leandro hallo ich würde ich nicht ich bin hier da wirst du wieder kommst du wieder rein ins spiel du hast kein los mehr mal ganz kurz ja ich lass mal ganz kurz eben laufen dann komme ich ja ich gehe wieder ins spiel ich habe mich jetzt mal oben auf eine länge an alter der kommt ihr kaum hoch also alles klar habe ich häcksel ein wenig fahr du mal nur machen warum wenn warum daneben auf geht's zwischen geht auch noch ein bei dir lauline alter volle pulle durch voll gasse 185 ps alle kann es mal sehen ja äußter wir begrüßen sich auch wieder hier wer was die da oder war ja was die an einen wunderschönen guten abend wünsche ich dir wie gesagt du bist immer noch absolut hier mehr wie letzte maß alles noch so eingestellt ich dachte das werde proper auch kühlt er sich ein ab hier war meine frätze du wie wir hast noch nach da ich hab noch kann es noch ein ok wer muss so rum und stück zurück der passart und brossi so rumorgeln ich fahr rückwärts meine muss er dahinten drücken heck zieh sie gleich wieder hoch das ist eine schlacht war leute das richtig interessante ich finde das geil irgendwie das ist mal ganz was anderes weil man stehen daher sich wollen wir meinen die zupfels hier kann ich auch nicht habe hier noch warum städte zumindest der häckseln wir auch noch schon mal was dann aber sie mich echt noch mal mit dem da müsste ich jetzt meine schaltung total um basteln mit dem mit dem schaltmotor wie heißt das ding danach weiter erzähl mal eben leo box genau gierige box ich habe ich den langen ab 6 und du willst fahr weg macht und bock hast kann sogar wieder häckseln wie du willst muss sagen wo lust zu hast das war die jungen leuten noch immer so eine lust da da ich opa machte hat er macht dann das was überbleibt fertig dann kann ich schieb wieder ja ich gehe gleich missten opa geht der mischen weil jeder keinen bock auf haben geschiebkarre so war nun fertig oder war auch noch ein das alle zack zack wie lange macht ihr noch mal hier meister hinten noch mal ist sicher wenn er gerade erst wach jetzt das spiel gerade anzulaufen und auf 25 zuschauer alle die nicht im chat vielen vielen dank ich hoffe es macht euch spaß wir sind eben ein bisschen aus dem konzept geworfen worden durch ja unseren lieben youtube partner hier man müsste eigentlich vorher mal gescheit sagen dass man denn da irgendwas bastelt oder so weil partner und ein anderer sagen einen das ja mann wir haben die wohl nicht nötig naja gut gut so denkt sich sein teil und dann geht man ab für den markt gibt es noch eine mütze mehr kann man nicht machen das ist fertig leo ich fahr doch machen du willst ich warte auch so lange kipp doch rein dann kannst du es gleich kommt gleich wieder und dann machen wir noch eine runde voll leben und dann kannst du denn außen an kahn oder nicht wo muss das mal jedes mal machen jedes mal wäre schon praktisch man muss am ende nicht mehr mache ich gleich hier mit folgen kannst du fest fragen muss ich nur eben einstellen dass sie mir dann und dann hinterher fährt nebenher fährt ist immer wieder schön mit euch marcel lands dankeschön das freut und sonst wird man langsam alle wach hier ja siegung die jasmin hat die altes leandro das kann er gleich selber beantworten ja ich weiß das aber ich weiß also auch 120 mit 0 zu viel ist noch ein junger netter man haben wir gewaltig was in die kiste hier darum nenne ich ihn auch professor das mache ich nicht umsonst ne und rudy was dazu so eine sichere trinkt so in geneve ist alles in ordnung ne weißt du wie groß bist du ich schätze mal also siehst mich hier jetzt 50 cm das musst du dann dazu rechnen man sieht zwei bis immer wieder schön mit euch ja herr lehmann noch fast hier ne das ist ja neben mir der pass auf gewaltig das herr lehmer ja wie man schlafen opa muss morgen raus viel spaß engine na klar logo kein ding das geht ja doch ein weise weiter hier immer mal jetzt ein bisschen let's play zwischendurch ein und dann machen wir wieder ich hatte mir mal so gedacht ob das ganz gut wäre so auf dauer so regelmäßig wenn sich das ein pendelt nicht mich ja vielleicht dienstags dann ist ein tag frei donnerstag und ist wieder ein tag frei und samstag war so eine idee an unsere stamm community was haltet ihr davon so in etwa könnte könnt ihr auch mal ein bisschen zu äußern da vielleicht euch das so gefällt der gedanke dann mal sehen ob klappt und also war da und ja komm mal samstags haben wir dann oben end weiß wisst ihr ja nicht jedes mal 24 stunden weiß ich auch noch nicht mal gucken was denn sich denn ergibt aber dann so in der woche denn ja habt ihr gesehen die letzten paar male ein bisschen eher an oder so um den dreh dass das pendelt sich dann ein dann hat man so ein festes ding geben wo so ein bisschen man kann denn auch immer noch zwischendurch mal ein machen wenn wir bock haben abgesprochen und haben lust und ihr habt lust und wie und was das alles offen aber das wenn ihr so dinge wo man sagen kann aha dienstags donnerstag immer ein tag ruhe dazwischen samstags sollte man 24 stunden dabei rauskommen dann geht das ja in den sonntag hinein das heißt man hätte den montag wieder frei und dienstag wieder sowie jetzt stream sollte das aber bei dem samstag bleiben früh und samstag kurz nachmittag nacht vielleicht oder sie ja nicht mit auf deutsch gesagt so denn ja das ist das auch noch halt auch noch ruhe musst du sein müsst ihr selber entscheiden das ist ja auch nur eine frage cc landwirt sagt jeden tag ja klar wird dann auch nicht aus was machst du mir denn vor ich habe noch nie von er mir irgendjemand verlangt was ich selbst nicht machen konnte ja jeden tag 25 stunden leistung macht mir das vor leute und dann ist die sache gerätzt dann macht opa danach und dann über bietet das noch das sage ich auch jetzt gleich jetzt euch hier noch mal erst mal die 25 stunden von den beiden opas nach hier aber dann sitzt ihr aber auch noch genauso locker da wie wir nach 25 stunden und macht noch witze und also scheiß ok und nicht mit mir höhen kopf auf dem tisch und so das will ich sehen und dann ist die sache gerätzt dann schlagen wir einer du da ist ok war die da ist ok ja komm siehst du kommen das ist schon mal eine aussage das muss nicht sein wenn die andere ideen habt einfach mal reinschreiben warum sag ich ja wir im kopf mal nach wie erwarten wir zusammen am besten hin und ohne pause sind es 26 ja klar ist manuela sagt schon mal sie ist immer dabei und genug kaffee dabei das und das logo der gehört dazu kaffee muss ja sicher muss löffel entstehen oder und natürlich nicht wieder so nicht vergessen zu die kaffee sein rudy klar so mann und handlich sagt natürlich auch wieder ist auch richtig wenn wenn man das jeden tag macht oder sieht dann verliert auch irgendwann wieder und schneller die los ganz klar auf alle fälle klar ich selber auch dann irgendwo wunder mich ja jetzt schon über mich selber ne kleinteerhaltung ich kann nach sechs stunden ein denn hast du zu wenig kaffee definitiv wo die wasser zu dazu ich will schon lange weg wenn ich keine genüge hätte das glaube ich dir jan gaming bleibt auch immer dran lucky vielen dank vielen dank ist immer wieder toll so was zu hören recht und baut auf baut auch auf das motiviert und macht und ob sie gar nicht ja wie alle so ein bisschen die kiste alter das ist bremsen sind trommelbremse haben die dinge auch noch hier sind natürlich im dreck gut trommelbrunnen aber wenn die runde gelatschen und damals auch die bauern hat nie einer reingeguckt ganz selten und gar nichts mehr ging man kann ja auch mal überlegen ob man vielleicht mal sonntags morgens mal eine kleine sache der anja das kann man alles machen kann man auch man kann überreden wir tüden ja auch alle jetzt erst los und dann kommen auf facebook der eine oder andere trudel da jetzt ein das wird immer mehr facebook ist eigentlich jetzt so sagen wir das haupt schreibt ding da guckt jeder mal eben rein was ist damit dann rückwärts fahren leo schaffst du hast noch oder was sonst fahr vorwärts nehmen ja ja ich finde die gängerin der deutsch manche nehmen die vorwärts gänge die gehen jung und so fühlt sich wie 20 20 20 für sie nie besaufen und geht es wunderbar mit das mit den kleinen hexer super hat findet das so wenn das ja ja klar jonas ich auch das müssen sich immer die ist ja auch nicht nein das war mal was anderes real und mehr haben wir jetzt nicht zur verfügung mehr kohle den haben wir auch nur gemietet für die dinger aber ich weiß ja gar nicht ob wir danach jetzt im moment noch wieder meist auf diese dinger machen hier spielt auch für großen flächen ja und dann nehmen wir einen wichtigen hexer logo habe ich sagte vor der kirche anfangen von 8 bis 16 uhr super ja aber wer geht denn noch zur kirche heute heinrich ja eben alle gerne zu gucken ja ich zum beispiel war sicher lotz und butscher geliebt der kirche so ein spektakel hier nicht geil und die keckseln hier häckseln und so weiter wie alt bist du 55 luka und michael auch und leo auch bald nicht definiere bitte bald es ist auch bald wann ist bald was ist bald in nächster zeit oder nicht oder ja können wir sogar diskutieren dann kommen wir vielleicht locker auf 48 stunden live stream wenn du jetzt mit butscher anfangen über dieses thema zu diskutieren also vorsicht und rudy brauchst du gar nicht weil ich meine jene ist nicht so lange hält sich nicht ne das neue runde wollen siehst du ja genau danke das hast du letztes mal schon ganz toll gemacht hast du mich unterstützt mit so einen sachen was machen wir weiter so dann kann ich mal ein bisschen mehr hier gucken was ich hier mache sonst muss man wieder das spiel spielen und sie wissen nicht was sie tun das kommt sowieso irgendwann wirst du ja von selber auf haben ja das müssen so alt matthias das ist auch eine gute idee nach 22 uhr werden die sprüche ein bisschen lockerer ja so was schon das kann 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 man aber ja nicht immer machen man muss für alle da irgendwo ein bisschen was bieten richtig auch für die etwas jüngeren nun natürlich sehen wir auch zu dass wir gut immer über die 22 uhr kommen abends ja zu suchen ja natürlich das für jeden einen nachher für die großen denn noch mehr was kommt es lockerer wird die letzte mahlzeit ja mich ja wenn du da denn so spezielle sachen willst willst wissen willst du musst du einfach wo die fragen wo die hat er voll die ahnung von die spielte ließ wirst du wie gut meister kann ich auch gut jaron hensinger moin zocker moin also eine jockelei wir haben wir zwei hänger weg hier und das bekommen wir drinnen richtig toll das hat mich gut das war aber ja bald von anfang an hier vom spiel eingeseht da bringt ja auch nichts mehr mit mit düngen und kram zu spät also runter den sheet bekommen lassen brauche ich nicht wissen was kriegen wir raus und das nutzen wir weniger ist oft mehr da bin ich mal gespannt ob das hier mit zu eintriften julia schreiber macht man eine deb deb durch ein deb was ist das es ist von dem fußballer und was lang von dem fußballer sein ja keine ahnung wenn er ein tor schießt oder so was seine freude oder so was lässt er ja raus es geht von mir meine freude lasse ich doch hahaha gut lang krass freude freude jetzt klar klickt freude ha 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 gut fertig erst mal was kannst du dir keinen vernünftigen häcksler leisten nein ich freue mich immer julia auch wenn ich hier manchmal ernst sitzt innerlich lange ich mich da glaubt ihr nicht die mich kennen die sehen da sein weil ich bin zwei bin butcher und rudy rudy trinke mit den niseln gegen meister diese man muss ich auch wieder da hallo ihr zwei hallo burschi hallo das freut mir aber burschi dabei ist doch ehrlich ich werde ja schon zum inventar burschi ja sicher burschi ist immer dabei auf jeden fall dann kommt die romtour über oder hältst du nichts davon der zulasser ja sicher du kannst erst mal meine andere romtour sehen wenn du möchtest die ist unten mit einer nougatschale dann mache ich da erstmal eine romtour vorne das steht so ein weißes ding drin mit dem deckel oben drauf sitzt butcher drauf wenn er fertig ist dann zeig dir das ergebnis nein die andere kriegst du noch kriegt ihr alle ich bin hier noch um umbauen und machen und jetzt trieben wir und dann muss ich wieder filme machen man sollte das machen das ist alles gerümpelig hier ja die kleinen bahn lohnen sich nicht mehr einfach so rum und macht direkt die andere seite jetzt so was soll ich machen ach so ja 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 hier der hat Ahnung hier mein leo ich weiß wie das geht der brotfressor äh professor ne 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 recht hat er wo er recht hat hat er recht das ist so die jugend heutzutage die hat voll die Ahnung zumindest er hat die Ahnung aber das wisst ihr ja als hättet ihr das letzte mal ja nicht nach dem professor geschrien oder die mehrheit alter hört ihr mal an der motor gerade überholt von von richard und das muss ja schon doch knuppen wieso und du hast eine richtig eingefahren von von brabant hierher das tat ich ganz gut wenn er jetzt dicht ist und das so dicht ehrlich du bist doch retten neue sicher und aber damit zu tun also ich habe ja kein ding mit jetzt du darfst fragen ich frage es nur was hat das damit mit der rumtour zu tun falls du das meinst ja ich weiß auch nicht ich habe gerade aus dem anderen fenster geguckt ich komme darum jetzt du kannst du häxeln wenn du möchtest mal also muss nun bescheid sagen du wolltest ja den auch noch mal ausprobieren was soll raus jetzt ja sehr gut naja siehst du was der opa alles macht für seine kinder ne von der enkels mache ich doch gerne ich möchte auch gerne möchte auch gerne so meine vertretener jubsen hätte wieder noch hörst du mitten aus planen auf warum habe ich doch gesagt nein nein natürlich nicht holland ist die heimat das findet englern so schön ja ist es ja richtig was hier ist wenn ihr sehten aus barbad ist ganz anders ist es platt ist flach hat ein ganz andere flair und dann ist das viel größer alles ein bisschen weiter und das hier hat jetzt mal zwischendurch mal so ein bisschen gügelig aber man kann trotzdem weit gucken klare sicht die map die läuft wie sau eine schön lukas scho knägt auch dabei super burschi seit 19 uhr machen wir das ist noch so lange noch gar nicht was noch nicht viel verpasst jetzt hier sie du fahren und du bist natürlich mann da kann geht leider weiter das geht so lange nachher denke wir haben noch so ein schlag hier oder ein acker da sagst du selber jemand anderes machen auch jan gaming butcher ich bringe dir alle pc teile und du schraubst sie mir zusammen ich bin dafür zu dem weg das eine sage ich dir mal dass du das schon mal gibt es so ein auto ist das finde ich gut das ist schon die halbe miete jung da bin ich echt am überlegen das macht wenn du dabei setzt natürlich nicht einfach jetzt hin und mach mal eine läuft das ding oder so da kann jeder und vor allen dingen viele sagen denn ich bin zu dem liegt das stimmt nicht viele sagen aber gar keine lust dazu lassen blöd mal machen und das war gut aber das glaubst du nicht das weiß ich was ist denn jetzt kommst du oder läuft das ding die männer ja der läuft nicht mehr kann die angehende lief doch eben bei mir was denn da ich bin hau doch eine beule im bodenblech reine kann es weiter treten warum die fussel weg der händlichen ab jetzt kannst du kolben wir wollten ich fahre nach den anderen schlag da oben ran an heck ich mache das heck schon auf ok ich bin die auch zehn von kaffee darum gerade eine ganze lastwagen stadion wir schnacken aber über ich will mir vielleicht ich weiß noch nicht genau aber mal sehen da habe ich auch schon alles euch mal erzählt hier so und links hat wisst ihr eigentlich alle ich bastel mir auch noch mal irgendwann einzuhören dann behalte ich meinen alten hier als der surfer oder so was nimmt mit game catcher da und hast du nicht gesehen vielleicht prima aufnehmen dann geht noch einfacher noch besser aber die richtige taleritis haben vor allem brauchst du nicht viel wir können ja mal gucken was man denn so machen kann so schlimm wird es nicht nur noch die angeben die maschine dampfturm also ja das ist ja ich muss mir noch mal im mb track und berge ja nicht richtig dampf klar ich meine ich könnte jetzt beigehen in xml mal eben und zack zack machen und dann zieht der maga der fährt hier senkrecht die wende oben mit einem dummer und dann kann ich kein problem mache ich aber nicht mehr weil eben wieder packt die gurke das der drei sterne da oder der geht in den müll ganz einfach ja die leistung brauche ich wenn trecker der nicht zieht was soll ich damit nix oder was sagt ihr dazu das geht in der aussehen hier eine reisen muss hat sich schafft man 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 so weg da bin das jetzt wieder brabern da waren ja keine collis drin und hier ist alles voll so fahr hin da los ich muss hier mal rum kommen da waren schon collis drin aber die unsichtbaren ja ja das waren ja die durchfahrpfosten du die so aus man ja siehst du ja so ist das so ist das ist so was du vollkommen recht wenn die georg fragst der sehen wir sitzt mit der tasse kaffee in der hand er sagt gleich und wenn er es nicht sagt dann bin ich stolz auf georg dann hat er wies eine eigene meinung nicht so wie ich fecker die es nicht packen ab in die schrottpresse im grunde genommen schon ja es gibt schön ne deut und fendt und hallo markt und also was alles klar dass man den abend später wenn es die lieblinge aber auf dem acker eigentlich eigentlich wenn der darf nicht reißt was sagt damit das ist eigentlich nicht nicht super schön und ist so toll und hast du das gebrauchsgegenstand der ist zum ackern gebaut und sollte ackern wenn das nicht packt das genauso über uns im job knuff 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 und auch nicht mehr packst du aus nach hause gehen wenn dann zu jung dazu bist weil da nicht mehr packst du dann kommt auch in schrott das ist nett von georg sie ist der wenn er darf erfahren wenn er darf schreiben so schnell keine lesen nein das glaube ich er darf das butscher 20 butscher 20 wat moin was hat neuer bist du neu hier ist man 6 15 gedreht ja für bestimmte sachen ok aber wenn ich zu viel ranhängen ist nicht und hier ist jetzt realistisch das habe ich alles so gelassen mit den zügen im 15 habe ich da mal ein bisschen umgedreht an die trek aus da kam aber dann ja teilweise unrealistisch sag ich mal wenn man da die björn holm gespielt hat und man ist vom kuhhof zum händler gefahren und hatte da jetzt irgendwo ein acker dahinter hatte den den großen misstreuer dann zum beispiel voll und du hast denn er zieht ja eigentlich nur und dann hast du dann 300 ps käs oder klas davor gehabt von schmidi und er zieht den da nicht hoch und muss knuffen also richtig knuffen meine ich jetzt nicht mal in so einem gang runde aber dann tut mir das leid das kann ich gar nicht glauben und dann bin ich dabei gegangen habe dann eben dann in dem moment mal eben bisschen die kraft hochgeschraubt dass er da dann eben besser auf das etwas besser und dann war ich zufrieden und darum ist eigentlich im 15er wenn wir den spielen da kann dann glaube ich gar keine mitspielen 387 mod und die sind alle jeder ist da von mir eingestellt worden sich das den leo schick oder was der würde dann irgendwie die nächsten 400 jahre würden wir nennen es mal in und her schicken die dinge hörst du jetzt eigentlich den sound michael wirst du nicht aber ich höre mich im hintergrund wasser gesammelt wird warum so ein bisschen ganz leise muss das alles wieder gut ja du warst eben kurz weg damit und das war so das stört mich jetzt nicht sprach nur im jahr hat ja sein können wenn wir das okay ist dann lass das an wollen mich das bisschen gesammelt macht mir nix das ist jetzt so viel die die play ach so die meinen sich und hat ja wie alt bist du traum wenn du mich mein 255 und wenn du mich meinst michael kommt auch wenn du leo meinst da kommt nicht fast der ist fast 55 nach feierabend noch rechnen 1 2 3 das geht nicht das haut nicht hin bis fast 55 burschi aber richtig so sieht das aus du hast auch sehr fast und aufgepasst du weißt weg bin und das ist gut so ja das wird aber auch gerne höchstens 68 mal am abend ja das ist das viertes mal doch das sind irgendwie denke ich immer dass ich ein bisschen alzheimer habe aber ich denke mal viele leute die beobachtet die sind schon ganz lange hier gucken bei rudy und die wissen selber immer noch nix manche gucken auch vielleicht am handy und dann ist das schon alles wieder hochgelaufen ist das wieder weg dann fragen sie aufschreiben jetzt ist hier irgendwie ach du hast den ausgemacht mich voll aber der weiß mehr weg ja 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 ist okay ja ich bin voll ich bin immer voll weißt du wie lecker ich nicht würde so lange ich finde ich habe es uns gut hier jetzt fährt ruhig erst mal die siele weg bringen hier das ist auch durfte fecken das müsste man aushängen können das muss um zu fahren das auch durfte ja geht aber auch noch ja scheiß verkehr ist so na paul wie alt bist du ja das jetzt hier guck 1 2 tiefer und dann weiß hat wo ist janina ja ich habe angefunkt und da war nicht erreichbar und dann kann ich nicht mehr warten weil sonst hättet ihr jetzt gewartet wenn ich dann darauf warte ich habe rechtzeitig angepuppt weil ich hatte neue modes drin und hätte das noch mit ihnen abklären müssen zwei stück was für eine mao was ach so mepp meinst du andreas mepp das ist die coldbrook park farm in england guckst du mut habt möchtest du die eigentlich finden müssen aber viele sagen ach nee engl auch mut haben er kein bock tschüss guckernir muss du muss im mut haben und haus dort gucken und die alle die alle gute map aber da nicht siehst du da habe ich dir kein tipp spiele ich sehr gerne finde ich gut manche leiden guck mal hier wie schön das ist die kumpel der frage hat wir mal vor ein trekker als hobby zu kaufen wie ein echter nichts mehr in echt habe ich alles gehabt ich habe auch alte gehabt mir fertig gemacht und geil und alte autos und also keine lust mehr ich habe alles durch riesen langer endenschwanz möchte ja das erzählen habe ich mein leben nicht mehr die geschichte ja weil ich habe hier schon einmal rum und ich die nummer erzählen die ganze geschichte in real time wenn wir die 110 weißt du muss man kurz weg wir freuen uns aber auch wenn du gleich wieder da richtig auf jeden fall gutes gelingen und natürlich wenn ihr schon mal dabei seid und zuguckt denkt auch bitte mal an die daumen da freuen wir uns auch sehr drüber ein klick auf alle fälle auf alle fälle freuen mal doch freut sich jeder darüber so jetzt werden wir langsam erstmal wieder richtig warm nach dem schock eben der schock noch mal dreimal holz bei youtube ja und das jetzt nämlich läuft und alles so war da ja wo sie sich leuten und nimmt sie nehmen aus die kühlschlager gut und darf alles gut alles viele gut jung ich würde dir fast mal vorschlagen bei dem bisschen meist was wir haben schmeißt das nicht zu weit außen an aber das muss ein bulten werden naja nicht so breit außen an auch verstehst du das muss so ein bisschen so wie ein silo werden daher damit was schön abdecken und dass sie lieren kann das kipps das alles wieder zusammen da wäre damit nichts mehr mit silo hätte ich jetzt kümmern keiner gehört jetzt gehackt wurde immer mal 20 uhr und kurz vor wenn ihr erlaubt wurde ich mir mal eben schnell das gaffe macht ihr heute kühl ja sicher alles zwischendurch haben schon gemistet und muss sondern wieder füttern kühle haben wir ja auch der kohle näher haben wir erstmal genug glaubt der händler gar keine mehr ich mache mein leo fährst du noch fest ja ne bisschen was auch familie um ich gehe mal im kurzen und ich bin gleich wieder da ich stelle mich mal hier hin dann können die die immer ein bisschen zu gucken ich mache anders war man schön fest alles das alles schön fest wird weiß doch dass das fest wird haben wir fertig noch an der wand kaputt nicht so schnell schön sie nicht macht man das so weise das gewicht zählt nicht die geschwindigkeit ganz langsam sagte über hin dass wenn du frau über popo steigen jetzt muss ich ganz langsam mal ganz so hat weißt du so fertig dankeschön für die tipps ja für später für spät ehrlich was denkst du denn f 280 geht guck mal wieder rein war schön dass du hier warst soll ich stelle mich da mal eben hin ich bin sofort wieder da ich schon mal ein lecker ein lager das kühlschrank weißt du alles klar also ich will mir kaffee für rudy in geneva wir dürfen hoffen sonst gehe ich alles klar bis gleich die jetzt auch noch wirklich die kamera auf mich gerichtet aber frau das rohr ja was ein paparazzi manuela was tante ilse macht das muss er dir nachher noch mal erzählen musst du gleich noch mal neu fragen da geht jetzt mal eben runter holten käffchen ich weiß sie kommen ist ja schon mit lustig sage ich mittelbutscher bist du kein meint machst das machst du gut leo wunderbar ich sehe ich ja jetzt in deinem silo liegt was da wurde nie was hingekippten da liegt was ist in ordnung zunächst angefallen mit mü aber der case als freundlicher schlepper ist ein bisschen ja hier ist mir geld alles gut leo ich habe mich gehabt er doppelt gehört wir haben oder silo king silo king ist eine marke steht da hinten in der scheune bei mutter anstieger silo king hallo jansen kann ich mitspielen das kannst du leider nicht weil erstens ist es eine feste story du weißt nicht was ich und butcher oder auch die mitspielen uns nachmittags die ganze zeit ausspielen für die story und weiß nicht was kommt und falls du das irgendwann mal lernen willst oder sowas mussten ja alle videos angucken und alle streams damit auch mag der story drauf hast du ja genau gilt genauso für basti rösch der frage auch gerade wir haben ja auch wir haben ja auch so also ich und butcher wir reden auch sehr oft privat über die stunden alles mögliche da seid ihr ja nicht dabei von daher kennt ihr nicht ich und butcher sind die 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 story eigentlich am besten können und wissen und wenn ich einfach mal irgendein sketch oder sonstiges machen macht also ich und butcher verschieden sind der story blind das ist das wichtige und zweitens hast du alle bots nicht beziehungsweise die meisten weil wir die selber noch mal umgemodelt haben und was weiß ich und bis man das alles hin und her geladen hat und die story verstanden hat also das aber wir arbeiten dran dass wir da noch mal irgendwie welche maps machen wo später auch andere mitspielen können und sollen das ist alles in arbeit aber im moment geht das leider nicht manche denken halt wirklich ist einfach wir setzen uns hin und spinnen uns das während im video aber wir haben da sitzen recht nachmittags manchmal eine stunde und reden miteinander was wir machen können so ist es noch wäre ich das ist natürlich das wissen einige leute dass da ganz schön ein bisschen arbeit hinter steckt damit das ist die theater spielen sollte man muss so eine story muss man lernen es ist wie eine private theatergruppe was wir haben ja so im prinzip prinzip ist ja ja das ist es und wenn da einer mal nicht dabei ist werden wir das machen da muss das erstmal nach erklärt werden dann und alles mögliche das ist das ist das ist wie ein schulfach musste lernen deswegen hier nicht spieler wird es gleich mal ein community projekt geben oder was da könnt ihr dann alle mitmachen halt so viel fragen ob du dann auch einen eigenen kanal hast ich hab mal sehr lange videos gemacht was man noch sehen sollte an meine abonnenten zahlen die sehr drastisch gesunken ist weil ich halt nichts mehr mache weil ich eigentlich nicht mehr wirklich stolz drauf bin auf youtube deutschland ja ich hab mal gemacht aber keinen reiz mehr dazu irgendwas zu machen nicht mehr für youtube deutschland für der allgemeine schulfach butscher gaming genau das theatergruppe made by butscher gaming so wie das aus sehr wohl schmerz 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 die beugen nr ob man es ins team sieht sie kann gar nicht die ich mich die ganze zeit ich bin ich die ganze zeit ich bin ich hier sportlich bleibt das ist der herr lehmann der kriegt auch seinen käffchen gleich wenn man sich nicht da rumlaufen aber arbeitreaktion nicht ich bin ich die ganze zeit die gerne dann machen wir ein bisschen schwindelkreis als beschwindel ich jetzt kurz in die ecke mit dem abwischen so kommt der herr dann mal jawoll da ist er wieder da ist er der her da ist er der her da mein mensch weg sport ich meine ich sehen kauft ihr kauft ihr moped demnächst für sowas haben wir ja noch das nehmen wir dann mit rein das moped sportlich ja sprich noch im hänger kannst du das nicht am hänger hinten rauf oder so ne dann musst du trotzdem mitlaufen der hänger zieht mich ja nicht leo kann sich ein bisschen lauter machen wenn du willst kannst dich ruhig so ein tick lauter machen wenn du möchtest da ist lauf für ein für hier für felder da ist jetzt los du klickst darauf ich verliere mein hänger und du nebenher gefahren bist und hast auch drei gedrückt nebenher gelaufen wir haben dann an diesen das warst du eben ja du bist genau da nebenher gelaufen hast dann auf die ich habe hier 0 3 dann was ist ein ankuppeln noch da da hast du aufgedrückt und dann ist das so so zack ja pass auf geh mal hin geh mal hin du kannst ihn auch ankuppeln mach mal guck siehst du das war's jo alles klar mach dir nix dann trinke ich wieder ein bisschen druck auf der himmelsstürmer ich bin nicht losgeschlagen tja ja guck mal hier so ist es so ein bisschen geneve geneve trinken ja neue geneve oh schöne flasse geneve oh hier hast du mitgebracht gut aus dem kühlschrank ja sicher Rudi sonst kann ich ja mit dir nix anfangen oh siehst du du lernst schnell leo kann fliegen steffi steffi treppe kann ich euch mal mal fragen ja klar putscher 202 ja klar sicher immer raus immer fragen ist alles offen hier runtergeladen hä habt ihr das motorrad runtergeladen welches motorrad ich bin fast gleich mit dir jetzt komme ich runter welches motorrad ja das weiß ich auch nicht wir haben doch keins nö ein roller hamburg den habe ich aber jetzt nicht mit im spiel und zwar den roller gibt es bei mahu schneller als du war doch richtig ne leo ja gibt es auch siehst du ja bei mordhaus mahu gibt es den muss man gucken runterladen spielen ganz einfach der geht so alles gut bei dem den holen muss demnächst noch mit dem spiel so siehst du ein bisschen außen wieder sehen wir die action und das land ne geiles panorama hier aha das andere panorama ist geil ne leo ja was wir da denn noch da diese ne landschaft die wir noch gefunden haben ne ist voll cool warte mal jemand ich würde mal ein bisschen hindrehen hier soo ich würde mal sagen da kann man nicht da kann man nicht von panorama sondern von porno rama sagen mach 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 was 22 uhr die pampers bomber sind noch unterwege ne mach nicht mir nicht durch aber es sieht halt echt wunderbar aus ja das muss ich auch sagen es ist so ziemlich sogar noch geiler als die korte die welche wie diese hier wird ist das öl die let's play butcher bis auch im real life land wird war ich mal geboren aufgewachsen mal eine zeitlang gemacht richtig und dann ja kennt ihr die eltern den landwirt danach habe ich dann noch ein bisschen gemacht mal das steht noch mal noch was ich so fickere ich jeo langsam wenn wir etwas ne steffi treffelt ja das wissen wir auch nicht nur den habe ich auch gesucht erst keine ahnung denn hätten wir mal zu dritt datteln können aber immer nicht erreichbar leo oder was ja ich habe ein bisschen zu viel chineva getrunken du sollst du hast du was du hast du bei rudy siegeln liegen weil ihm hier hat die schöne genügend ist gesund ist gut für die verdauung wunderbar und gut für die lebe ist ja auch nicht zu viel das ist lebe schade nicht weißt du ich sauf auch schon mittlerweile auf die milz wolltest du so wenn man ja ja wenn welche hast du ja was gibt es da aha smiley angehen so viele smileys dann aneinander moin leute es geht dann geben pampers bonbon grüße gehen raus jawoll so ist das ja die holen bis gucken steffi ihr könnt mich nennen noel noel ja den schreibt da rein dann heißt du denn zukunft noel macht steffi ja man steffi weg und manuell von ich versuche ich mir das alles merken das kommt mir das ist das kann man sich merken ich habe schon zettel weil es stapelweise liegen wie denn wer so hier und dann anders wieder heißt und einfach hinschreiben was macht ihr heute noch butcher ja eben mal hier das fertig dann haben wir den maisronner denn muss hier noch fertig geflügt werden dahinten dann muss gekruppert werden eingeseht werden auf unserem land kühl versorgen wir müssen wir müssen nachher den dem 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 wasser ferguson nehmen umtauschen ich glaube ja george foltern anrufen er wollen wir nicht hin ja der ist da den hat auf die bühne noch da waren ja noch ein paar sachen umzubauen beleuchtung und kram davon irgendwie kanada hierher und keine ahnung damit dass hier wegen straßenverkehr und lütener hatten wir damals auch eine werkstatt von der autos kamen die richten dann also wenn die in deutschland zugelassen werden sollten dann stimmen die lichter nicht weil der die blinker waren rot und hier sind sie gelb und das musste denn die lampen und dann ganze kram umgerüstet werden halt wenn wir mal einen kommentar vergessen sorry das ist keine absicht das ist dann einfach zu schnell das gold oder was weiß ich was genau das ist nicht böse hier ist überhaupt keiner böse einfach mal noch mal fragen so sieht es aus weil noch ist das jetzt machen wir stecken jetzt durch die mitte durch wir stecken durch die mitte sagt dann muss ich hier nachher fahren oder durch den bestand fahren das war ich alles platt man deutsch hier oder über sony das ist doch der luftkissen deutsch ist auch wieder recht irgendwie weiß was denn passiert hier herr quad roboter leser anbogen habt ihr keinen häcksler was ist denn das hier vorne dran das ist ein grubber luftkissen deutsch ich versuche mal hinterher ja noch früster wenn ich jetzt ganz dicht auf fahrt geht das nicht die pipe ist zu kurz jeder nimmt ihn nicht ich muss leider den bestand fahren egal was sollt fahren wir platt du gehst dann holst die dinger wieder hoch damit für die abfressen können wir haben das jetzt für den sinn irgendwie jetzt fahren jetzt an den seiten dann müssen wir nicht ganz erstmal rumjuckeln na ja ich glaube es ja und was sagst du denn dazu plastisch überraschen und über geneva weißt du bist gut gekontert bot shop wie was ich weiß gar nicht ja danke so pass ab was hast du wie ein auto was hast du für ein auto wäre ich das genau in real vier rieder lenkrad und so fährt drin sitzen dann regnet betroffen das cool den polo kleines polo habe ich langt sich genauso auto ich verkaufe mache brauche ich nicht mehr ich muss mal wiederholen die film muss wieder basteln hier zu hause und der ding ins ist ich habe hier noch ein hänger stehen der hat dann wohl mit dem zigeuner haken händler so jetzt christian ist auch wieder aus dem stall zurück hat seine mädels gegrüßt so wie klasse und morgen wieder die kübel voll ist gut als gut das ist aber auch eine scheiß sache die rum kurbelei hier kommen an was du da wieder fabriziert hast du naja gut das ist wohl neumodische landwirtschaft hier dann kannst du ja jetzt den häckler fahren was ist ja und ja 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 du fährst rückwärts denn ja fahr jetzt weiter los dann brauche ich ja ist ja gut dann mach ich doch jetzt sehen die wohnen wenn du das willst macht darf es mir so egal willst du fahren oder was darfst du alles machen oder mit pendalen ja kennst du hier irgendwie heißt ja noch fred feuerstein oder so die serie ja die haben auch so geile autos die muss man ja immer mit laufen naja darum so machen wir auch wenn man zu den bingern mal gespannt wenn man ja mal reinkommt da kommen wir in das ding auch ein hier es geht einfach finden und dann ist und schon was auch wo die dazu endlich betrifft eine genie wird auf die butche zu häckselt endlich kommen wir antwort so sagt ja wie lange heute das wissen wir noch nicht geht aber auch wenn man sagt man nicht nicht wieder der ganz lang ist nein also nicht jetzt nur ein auf 24 um brauchen wir noch woche leute das ist logisch oder nicht alter quillt sich die kiste hier drücken akkorde das ist ja nicht normal naja was soll es das stück noch ein hat wie kein meist mehr aber nicht lange ach so wie geht es wo die patrick war in noch wo die wie geht es ja hat die fahrer für den fahrer wie geht es gut über so wunderbar wenn du sie nicht mit hause und je gewaltig wunderbar bist du meine frohlen das hast du hörst mein kreis hat fein ferien echt ferien noch nicht noch nicht noch nicht quillt sich die sau ab hier da kommt ja gar nicht in die hufe naja ist ein chip tuning und hier ist müssen wir keine chips drin in so einem mb das ist noch ganz alte elektrik mit sicherungskasten und ganz normal weg was nicht die ein dann muss ich erst hingehen damit man die fehler speicher auslösen so eigentlich gut so zum schrauben sagt finde ich das einfach um gas petten hier im auto und gas ich kriege nicht alles mit ich muss noch rein aufpassen aber es ist ja der michael ist ja da der hat überall ein auge drauf von oben und dann so ab geht hier hier der kann dann kommen wir schon wieder hin ja ich fahre den rückwärts weißt du es geht erst rein das habe ich ja gelernt in einer jahr guck mal der ist schon so voll da platzen schon an der seite dinge unten außen an das habe ich schon lange fahrer gelernt mann 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 mal weiter rüber jung du drückst mich weg hier ich muss meine reputation dann musst du abschalten und wechseln thấy hier häckselt def esc mit anbau häcksler weil den anderen kann man sich leisten und den lohn oder ist zu teuer dann sind wir blank geht ja wo ist ja nie der start piloten oder hat der insel verbogen hat er nicht ich habe versucht es zu erreichen und war nicht zu erreichen und wir mussten noch muss abklären ich habe ein paar neue drin stil ziehe ob das sind noch alle startet mit der map und das passt einmal wenn das nicht geht dann kann derjenige nicht mitspielen und leo war gleich greifbar und zack zack ging ab während ich komme zur rechten zeit der muss sehen was übrig bleibt was hast du das haben dadurch schon nur die erste und die volle flasche weißt du bist du da hast du auch wieder da morgen so mein war ja morgen genau der ist am besten hat es am besten große oma was die wege oma also ilse hier nicht in losberg ist die man gut aus dem letzten let's play gesehen guck dir mal den nächsten an was wird noch schlimmer mit der und der übernächsten oder übernächsten langsam zu ende da kann sich freuen dass ich würde ich jetzt heute wieder in england wenn das überhaupt mitmach hier so ein hals gehabt gestern sehr kann ja manuela hatte ilse hat er gesehen was da los ist das ist ja gerade erst der kleine anfang die spitze vom eisberg das geht und wird noch erhoffte die steigt voll wieder in landwirtschaften ein tanner ilse die let's play sie sind schon auf die platte habe ich schon fertig zum teil ein paar muss ja machen ich kenne mich ja spinnig immer weiter steffi na bin an wir doch schon na bin oder da war doch der andere name da noch so ja genau 20 schön zu ach so das macht heinrich ja wohl heimlich jawohl leute und ein wird soll ich mache intros und ich frage dich ob du eins willst nö ich selber da brauche ich nicht endlich nicht da noch besucht habe ich ein sims auf dem platte ich kann mal oder auch mal in england ja was sieht man immerhin kalé fahrrad herr und mal kann man mich ja so jahre machen den kunstner mein butcher bin wieder da bastian war schon wieder weg zwischen feuerwehr mann 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 dieser bauer gurke gurke die kamen doch schon bei ihm anders gesehen moin klasse doch mal ein kick sehr zocker for life landwirtschaft mit 85 das kann nur ilse nur ilse das habt ihr gesehen wartet ab was da noch kommen das wird noch nicht richtig heftig für dann noch mit ilse aber interessant tendenz zu einer so ohne berg auf 9 ist er hat so ein wochenende jetzt die boche hat gerade angefangen ja ja hey moin jungen wo geht denn eins go was mach ich was 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 ist hier los hier eben den follow me einstellen kann ich verdichten warum holst los verdichten ja mach doch du bist doch gleich wieder da warte ich hole mir das ding ja ich muss mal gucken wo was er denn muss ich drüber zöpfen ich spreche aber erstmal also ich habe auch ich habe auch langsam mächtig kohldampf ich komme da nicht rein in den deutsch drin setzt deswegen nicht den kratzen die jocke wie mächtig kohldampf in real oder was ja ja gut hast du kohldampf fertig an du sein nur das ist scheiße jetzt mit hin und her mit rechts und links das ist kacke mit follow me der muss immer links hinterher fahren oder rechts dann brauche ich da nicht umstellen jedes mal aber das kriegen wir auch schon gebacken und vor allen dingen holt er jetzt soweit aus was will ich jetzt nicht ab dass ein zu geil tschüss kommst du noch wieder leo oder wollte jetzt noch eine runde fahren hier oder was weiß ich nicht ich habe jetzt erstmal hier und jetzt weiß mal ganz kurz was essen aber ich komme auf jeden fall noch mal wieder gegessen was war kein dg kirchen wenn wir mal sehen ob ich da noch gebacken kriegen mit follow me also es dürfte alle lachen das klappt ja aber das ist der akku der man am besten ist aber dann komplett lassen und immer eine runde dann fährt er immer links hinterher erste runde scheiße wer fährt denn jetzt ort die wieder hier doch die fährt er immer warum ach das ist nele klar ich habe ja nie als helfer lassen wir die jetzt einfach mal mal eben gucken nele ist drin wir steigen aus jetzt kann ich angehören aber ich sitze da muss ich es ist nicht wir haben wir welche morgen und grüße aus paderborn da grüßen wir natürlich gerne zurück die ganze belegschaft ja aber hola kann ich immer hier nein ich muss die erst einstellen nütz nix und jetzt würde jetzt ist sie wieder raus so nun jetzt jetzt voraus 10 m das heißt dafür für datengaben was ja nicht das platz mir ist mein arsch gleich nach links siehst du das geht da habe ich gleich wieder raus drei minder 50 4 meter 56 bei dem ich lassen auch hier stehen 10 m voraus ist nicht weil jetzt müsste sie eigentlich daneben herfahren aber jetzt muss er erstmal einmal vorbeikommen das nächste mal geht besser noch zu dir ist sie macht es da macht nichts wie wie man immer merke es geht gleich doppelgenehle ja weil du daneben her willst kann mir wir fahren einmal eine runde eben das sind jetzt andere einstellungen die ich sonst ich habe das sonst immer mit dem was sie gesehen hat er mit dem anderen extra gemacht er eine andere arbeitsbreite wir machen jetzt mal eine checkung da sehen wie weit jetzt mit den hängern oder einer herdaddel ansonsten stellen wir die noch ein bisschen den abstammten kürzer und wird sie da direkt hinterher nicht streiten mit der freundin vertrag dort wieder richtig und dann kuschelt er wieder zusammen und dann ja guckt ihr noch nach dem weg seht ihr das haben wir ja hier haben mädchen das muss ich da noch mal hin kann ich nicht konnte eigentlich von mir aus bier einstellen wie das ja es geht nachfolger kürzer kommen weiter vor dann muss sie doch ganz nett aus guck abstand passt auch für diesen häcksler hier das ding ist es nur ob die dahin eine hecke vorbeikommt das werden wir mal sehen weil die sonnen dreh macht die muss das immer links daneben herfahren stopp fahr ich zurück das bleibt sie stehen es geht und sie mir nur im einformeln aber das haut hin da kommt ja passt sie tut das wird alles wieder gut keine war mehr ja du es aus anrichte übel geiler stream ja dankeschön supi seht ihr das und wenn ihr jetzt die alten dicker jetzt wenn ich jetzt praktisch mit dem new holland häcksler fahren würde mit dem neuen meter denn ist das ein seitenabstand von 6 meter 50 also 6,5 wenn ihr das einhaltet dann fährt er das nächste mauch so locker an vorbeinem der ist ja breiter dann habt ihr so ein abstand wenn der nachher vorne steht fest ein stück zurück dann fährt er locker nebenher und dann habt ihn immer wieder auf der seite und dann müsste das feld ganz lassen immer um zu fahren weil sonst müsstet ihr jedes mal von rechts nach links stellen passt doch gut guck nele mit dem anzug prima sache die müssen wir noch um tüdel mal da soll ja wie heißt ja noch klär oder klack oder war noch da ist das nehmen wir einfach gehen da hinten die fährt jetzt nebenher dann fahren wir noch wieder rein bisschen mit denken weil er ausfohlen empfährt holt sie auch weiter aus aber nicht so weit dass eine hecke fährt und bitte aufpassen dann geht wie man muss so eine prima sache ich finde das gut so einen halben tag dann habe ich zwei hektar für die harry du bist immer noch am cool grüßen dich die chinesen schon oder waren das muss aber noch sein gesangs freunde da kommen ja los ab die post dem jetzt langsamer kakao sendet grüße aus passung was um meine zweite heimat das ist nicht weit weg und richtig und eure alten hg der leiter damals hermann das ich gewendigen kennst du es mein partneronkel so heiße ich auch das einnahme von mir wenn die jens thomas kennst du es kursen von mir osterbinder ob feuerwehr oder so und heiko thomas hat mal eine bäckerei bei euch gehabt oder hat wieder oder keine ahnung und versenken so siehst du klappt gut mit voll um nie einmal eingestellt fertig habe ich nur lange nicht gebraucht darum also mit nebenher fahren jetzt und ihr wisst ja übung macht den meister an der wo die die flasche öffnet ist so einfach geht es nicht ist so dann können wir nicht nämlich jetzt auch unten wenn ich jetzt so weiterfahren würde und rechts das grüne sehen wie voll sie ist nebenan also der ja und ich wollte so siehst du siehst wie viel ich besoffen habe nein nein den hänger meine wo die du sieben 39 prozent und ich nehme den sieben bläden zu tun mindestens uiuiui feuer war sondern das das war kein pupmann der gudy oder wenn er der im wöp man geht was nach vorne schuhe von der zeug dann ist so also seht ihr jetzt mit follow me das geht wunderbar man kann man single player as rein häcksel und das interessante und coole daran fand ich früher hatten wir diesen diesen 15 an denen ist ein auto kombiner war da noch da er saß ja mal der helfer im häcksel oder im drescher nach jungen gesicht auch mit einem die mögliche auch mal gerne häcksel fahren oder so oder mal den drescher und da fährt einer nebenher und da war nun wieder mal spaß muss mir hier nur wenn wenn der hänger voll ist und muss ich dann abfahren oder wie zu stimmen halb immer ganz ruhig bleiben da nach vorne das schläft einmal der nacht über das ist sowieso das beste man irgendwann hat der nacht über schlafen war mein bund der pflicht wenn er ihr beschwerde hat ist oder was wurde es weggeschickt vom spieß eine nacht über schlafen und dann beschwerde schreiben war so nächsten morgen sieht die welt anders aus richtig ist so na das war ich so weiter geht zum text komm her nele komm auch für die klasse nicht dass die so spontan ist die nele ne gerade gehäckselt hier das george und der nele meinem her schicken oder wir sitzen jetzt drauf auch leandro wieder hat er einfach nie herausgekommen habt ihr das gesehen oder so ja komm 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 kann wir fahren also nehme macht doch heiß kein doch lust wie el State eigentlich hab ich so viel geneve getrunken, kann ich nicht mehr erfahren Rudi, Rudi was machst du denn mit meinem Leandro hier oder was? du bist ein netter Junge du kannst du viel mit geneve trinken mit dem Bengel, das kannst du aber nicht machen oder was? das Buttermilch oder was? das haben wir hier gemacht, Buttermilch mit geneve Rudi, Rudi, Rudi du seit du in Rente bist du Mann, Mann, Mann aus Lippstadt, auch gut Rudi 2.0 Leandro, ja sicher was haben wir denn? 65% siehste, das war gleich voll fährst du den ab Leandro? ich geh mal an Silo ja dann fahr Silo, bring ich dir den gleich, mir auch egal kann ich machen oh mein Gott wie du das gerne hättest darfst auch hier fahren, kannst auch Häcksler fahren, musst du wissen, muss man nur sagen hey, fahr doch alles sofort kannst du alles machen tun na mal eben sehen, bleib stehen Mädel zurück fährt sie nicht, also kann ich neu ansetzen, hab die gesehen, kann ich auch diese Beulen ausbiegen und so, man kann auch alles machen, so jetzt kommt Nele wieder hin, naja kommt, putt, 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 putt coole Sache, ne da ist sie haha danke und wo hast du den MB-Trag her? fbm-modding private kriegst du aber auch ganz lieb nachfragen onkel, darf ich den auch haben zum spielen? schreibst du den hin und dann kriegst du da so einen Link und dann kannst du den runterladen und zack, hast ihn ist so ein Pack die Knicksnotes von Onkel, Onkel Gustav ist auch dabei hätt ich auch sagen können, den haben wir heute, hat Leo heute aus Brabant geholt aber das wolltest du bestimmt nicht wissen weil ich habe versucht weiter zu denken manchmal geht das hab ich ihn super stream Adrian Reiter Dankeschön so viel cool so siehste den Gast holen wir uns gleich Nele, wie weit bist du da denn? ey ey 84% geh noch mal drin alles oder nix ne, wo die? besiegel man küsse jeneb ist auch schon fast halb leer wat? jetzt schon? hast du noch wen? weil die Uni muss ich mal gucken siehste oh man oh man du der ist am saufen oooh ne ich aber an die Pumpers Bomber ne nicht Geneva und dann ne das ist sowas wie holländische Milch ne 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 butcher 2-0 dankeschön das freut mich Die Next moin äh das gibt's nix foto bei Felix moin geht dann noch bisschen länger livestream 001 verbinden achso achso entschuldigung Heinrich Heinrich rutscher fahr du bitte ab ich fahre ab wir fahren gleich ab den ganzen map angucken jawoll das andere müssen wir noch mal irgendwie nochmal rolle kriegen dass wenn man dann auch mal umschaltet dass man dann sieht was leo macht oder der andere damit neu gesagt wir sind ständig am basteln an arbeiten an der geschichte hier und sind eigentlich ja mit dem paar dingern die wir jetzt hier live gespielt haben er ist total am anfang wo man das mal richtig überlegt man muss mal überlegen was ist davon geworden bis jetzt als laie sozusagen und was kann da noch von werden gewaltig gewaltig oder nicht oder lustig überraschend siehst der wache mitspielen ist nicht möglich weil die dort oben haben wir auch schon haben erklärt warum wieso weshalb also die story nicht kennst und einige genau das genau und einfach zu lange genau das zu schicken genau deswegen spielen wir das ja zurückspulen ja zurückspulen da habe ich als guter erklärt richtig genau ja genau das stimmt welche map cold bookpark farm wie alt bist du alt wie alt bist du alt also ich bin nicht gefahren stream thomas dankeschön cold bookpark hast du kai danke 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 oder ist es noch jugendliebe ich nicht das alte liebe geniebe 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 liebe so mal sehen wir den 40 da auch noch mit abgreifen geben da kommt ja nicht ganz nachher müssen wir größeren kreisfahren dann kriegt die auch noch mit aber aber ja wir machen noch eine ehrenrunde kommt 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 die kommt also das ist jugendliebe liebe hier mit nele vollkommen er den da hinten noch und dann habe fertig also wenn das ding ein wieder sauber machen und dann wieder ab nach malke 35 muss ins bett langsam morgen vier uhr geht es wieder aus sie ist jetzt halte ich an jetzt drücke ich meinen fdings also ich habe mir das auf eine taste gelegt halt nein genau so ist es stopping den aus ich gehe dahin muss ich mich da rein setzen und dann sage ich follow me out so jetzt bin ich da drin so war das genau muss ich mal wieder ein bisschen öfter warten mit machen dann geht das alles wieder flüssig aber eine prima sache finde ich habe ich mal angekreuzt im kalender müsste gerecht holen eben unten aber ich habe so ein stapel kalender von den letzten 40 jahren glaube ich ja das ist nicht viel eigentlich immer ich bin manchmal ein bisschen kaputt das merkt man auch so ein bisschen aber lustig eigentlich immer so einige mal gut drauf ich bin auch mal wütend gibt es auch was dann grummelt richtig dann geht die hat es richtig ab aber dann ist das auch das dauert elendig lange bis man sich dann außer reserve gekriegt und so aber dann irgendwann damit sie nicht dabei sein lieber nicht ich bei mir selber nicht mein und abgepasst wo lustig sein ist schöner jeder tag mit lustigkeit ganz viel heiterkeit oder so ja wer will kinder was jetzt los 22 uhr schade hätte gesagt okay steffi fraßlein normal bitte so in circa minuten ich schaue seit gestern deine ganzen let's plays und films an was sagt deine familie dazu oder ein bisschen kanäckchen shoppen irgendwie heimlich die ganzen streams alter schwede nicht dass ich auch noch verkrümmung chris oder so was machst jetzt der namen trager drogas aufgeräumter schön feiner sauber gemacht wo ich jemand das junge alles von selber junge jung ist auch herrlich du kriegst es hier aber nicht weg wirklich nee den rest nicht das macht nichts und lasst den scheiß liegen das sieht hier ja nicht überall sauber aus und ist auch gut so deswegen habe ich da ja ganz herumgekratzt wird ja so ein bisschen bleibt da über ich möchte nicht wissen wenn das war ja jetzt natürlich auch nicht viel aber bis für das so ein ding mal voll haben und dann geht das richtig rund nicht mal damit im anbau herz lang ja warum ich bin ja ist jung naja mit 19 schon ja sie kam was an okay ist nicht für mich gedacht wird viele guten so es läuft sie ja auch noch mal dreimal holz und so den haben wir hier den brauche ich hier nicht mehr du fährst da rum fest wo ist die presse steht oben du der ballentwickler das auch nicht unser den kannst du mal wieder weg bringen der war gemietet ich weiß nicht ob die miete weiter läuft ich habe wir bezahlen ja miete aber wird das denn höher gerechnet wenn die tier tagelang rumsteht ja 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 dann den ballentwickler wieder nach dort hinfahren bitte den habe ich jetzt auch gemietet den vier wagen ist auch nicht unser aber wir sind ja müssen wir noch viel holen wir können ja ein paar schafe anschaffen und hält davon meinst du wie viel haben wir denn überhaupt ein grastresser braucht alles mehr wie ein ladewagen ne warum ich schaffe ja 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 das richtig also recht krass voll wasser bring weg den kram muss ich mir die noch mal mieten wenn das soweit ist ein paar kühle dazu war doch mal wie happy denn wo weiß ich auch nicht mehr kuh bestand 61 300.000 und noch 30 stück dazu 15 quatsch 15 7 gehen da rein aber noch zwei fuhren dazu muss ich die kaufen oder war oder kannst du das auch kaufen wenn du da hinfährst ja gut dann hol ich die gleich geht dann nach dem bett nein das ist in ordnung machte das ist morgen nach schule und dass das richtig das ist wenn allein mein sohn ist schon aus dem haus und ich will deine story fisch verstehen hinter steckt ja das ist einer der wenigen die sich dann gedanken um machen und spaß daran haben da steckt was hinter also auch wenn du jetzt den letzten gesehen hast mit tante ilse das der zusammenhang der passt bis zum letzten bis in 15 also also bis bis zum ersten dreschen und pressen in freidorf glaube ich oder eben sowas war das da hin kannst du gucken und dann wenn du die alle durch hast dann verstehst du den ganzen kompletten zusammenhang super eine ruhe ich schon wieder hier und dahin rechts geguckt und so ein tablet mal hier unten hin packen auch nicht schlecht vielleicht mal so aufgucken ja irgendwas wird man hier bei dem umbau hier naja da wird mir was einfallen soll dich verdichten ja man fertig ist wir haben ja nichts mehr an meist nicht dass ich wüsste dann schmeißt ich das ding diese restflüge so eine ebene hin denn ist dann auch fertig dann kommen gruppen damit er wird eine erde kommen also ein krumm trecker pen 2 muss auch ins bett morgen ist schule bis die tage die jungen gut ins bett und schlaf gut ja das wichtig das machen wir jetzt genau das machen wir warte mal ich ruf mal im war ja auch nicht dort ich muss ja einig irgendwas passieren stehe denn schon wieder doch nicht das im pub oder wappt ist seine mag ausgehen nach wie spüren doch titel so eine werkstatt sein da gibt es ja gar nicht ja george bist du dort george ja ich wollte fragen wie die masai das sind zusammen oder war der andere ich wollte ja den frontlader mitnehmen den wir behalten von dem alten den rest kannst du machen was du willst die versicherung das ist ja geklärt ja dann komme ich gleich mit leo holen wir den eben ab ok gut bis dann tschüss leo kann man abholen genau ich komme gleich hinter nach auto habe ich ja nicht schoko kurs muss auch zur schule morgen ab ins bett wie mich eben schafft ich bin nämlich mit mr spock das fahrrad schule ist scheiße schule ist wichtig nein leo kann man träger ist wichtig fahrer mit folgen zurück geht auch aber die deutsche schule ist einfach stinklangweilig ja trotzdem das machen wir jetzt genau ich komme es mit deutsch du fährst ja mit käse ja gut ich komme mit deutsch und dann fahren wir mit dann bringe leo und sind noch mal mit einer hause umruf so sieht das aus dann muss ich heute haben im pub noch mal im pub noch mal mit george lang aber da noch irgendwas mit john sein auto hinkriegen keine ahnung wenn das nicht mehr sonst muss ich meinen bronco opfern hier steht aber ja noch in holland und muss den roh lackieren an der scheiße ist mache ich nicht kriegt er neuen oder was schöne felder da hinten die kriegen wir alle irgendwann nach und nach dann holen wir uns einen schönen holland 8 90er oder sowas neun meter schneidwerk für die dinger hier und dann geht auch rund hier doch mal aber das ist es das juckt jetzt ne das juckt jetzt am liebsten den neuen oder hier glas mädrescher oder irgendwann und dahin und alles ja die kohle nicht ist die vorfreude leute erarbeiten und dann kaufen er jetzt nicht und geduld haben wie im richtigen leben das ist so wir kriegen das alles wenn wir wollen fleißig sein bisschen aufpassen und dann geht ab das sind die beiden metallica 1 in ordnung von der bohr danke dir auch so siehst du wieso alles gut so den fangen wir hier hin aber chef kaum leute so da ist klasse und was sagt leandro passt alles wie der alter sauber da können wir endlich mal die fenster aufmachen wenn es warm ist oder ich gucke mal eben die jungs sagen dann sind bestimmt wieder ja wie gehabt am teesaufen und alles klar da kann man mitnehmen ihr wollt ihr doch da den frontlader umbauen oder was hat george gesagt kein zeit die time dann mache ich das noch eben nehme ich mit dann könnte mich mal den das könnt ihr selber zu sehen wie die reinkriege oder ja tschüss alles klar aber läuft ja guck mal wir können mitnehmen ist fertig soweit umgerüstet alles drum und dran eingestellt hört sich gut an und wieder alle so ist auch der gleiche aber den haben sie sehr lange gedauert die haben hier kein mehr auf lager haben wir extra aus kanada geholt so wunderbar wir haben fahren wir noch und noch alles okay ist und gleich mal abfahrtskontrollen mit lichter und lampen und so was wir haben wir aus kanada mit mit den deutschen dann haben sie alles umgerüstet genau kommen wir nach ob das alles funktioniert der ganze kram ich guck mal eben blinker also entschieden ich schon da haben sie vergessen kabel darum zu klemmen und dann ging das nicht und also ein bisschen wollen wir noch mal los machen wir leg an ja jups blinker rechts links andere seite innen drin leuchtet auch alles bremslich ja geht auch arbeitsscheinwehr war es auch an ne und um euch hier geht auch die lütlampe wunderbar ne fahr hier dann fahr den äh hau den noch eben weg wieder da den den äh na einpack futzi da den wickel maga oder den klemm ich da mal im deutsch vor und dann holen wir uns den da runter weil george sagte den hat er wieder so weit dass er wir sind anspringt und ganz langsam darunter eiert wir sprangen ja nicht mehr an letzt mal aber irgendwas in der elektrik im eimer da hatten sie war warum gefummelt also das heißt wir würden den er mal so vom tieflager kriegen die anderen heinis noch nicht zu kommen jetzt im moment wir können ja nicht stundenlang warten bis die mit ihre titeln da fertig sind deutlich deutsche pünktlichkeit gewohnt ich habe kein erlaubnis das gerät zurückzugeben ich komm dann kannst du hier weiter machen wie gesagt wenn chris eben klappen auf das ding runter den frontlader runter die haben hier nichts zu waschen müssen wir bei mir bei uns gleich machen und dann fährt muss ich glaube der läuft ganz ganz langsam hier dann fährst du auf die bühne rauf ich springe das schon mal an ja ja fang an mach ich dabei stehe oder peng du zurückgeben ob ich darf das siehst du weggelacht was ich nicht alles darf nicht als chef prioritäten der läuft irgendwie nicht ganz rückwärts kannst du mal anschieben ja das ist der kakel die scheiße das ist die scheiß getriebe geschichte alles krumm und schief ja läuft geht so ein bisschen lasse ich auch noch rollen und den ganzen nicht klingt den irgendwo ab hier den scheiß stell dir in die ecke warte ich mach den gleich ab den frontlader jetzt hängt er hier da geht nun immer hoch sehr gut lang wenn ihr noch hinkriegt dann schiebt den jungs da den kram auf die bühne und dann sollen sie damit glücklich werden er bleibt die ganze zeit stehen naja das getriebe scheiße da alles krumm und schief der ganze dreck mal wieder mal entweder gibt er vollgas oder kommt gar nichts ja mal langsam haupt soll kristall so ein bisschen länder jetzt fährst du die andere bühne fest den jungs in der t-stube rein da da geht so knuffelt oh hau denn also was ist denn das der prinzip im feld ab ach ich guck mal eben dass du hier sauber auf den dings kommst wo ist denn da hin beten so ist gut wir kommen ja kaum gerade darüber haben wir nach rechts ja noch ein bisschen rechts so nicht ganz auf spuren bin ja so ist gut gerade wieder anderen weg ja gut stopp aus feiern das ist ja scheißteil komm die wissen bescheid die heinieser so schnack ich sowieso heute mit george im pub komm fahrer unter hast den frontlader dran da klappen hoch deutsch weg arschlecken die rest nehmen wir mit lassen scheiß hier stehen können sie hier zurückfahren apropos arschlecken wo wir da mal gerade wieder bei der 22 uhr ganze sind ja da müssen wir mal wieder bescheid sagen das jetzt doch für die jugendlichen hier vorbei ist die jugendlichen müssen ins bett die haben morgen meistens alle schule und das heißt gute nacht liebe junge fraktion schlaf gut und guckt mal wieder mit rein demnächst weiter 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 stopp einwandfrei willst du sie nehmen ist mega war immer nur zum hof ja mach doch kannst du den frontlader sauber machen dann pass anbieten zusammen hier der kram ach geil geile kiste kann man alles machen hier kommt mal da oben deckel auf frische luft beim pressen und so ehrlich das macht Spaß jetzt spinnt der wagen rum das stehen das ding ist nicht unser precker ab feierabend oder muss ich fahr denn da dicht ran irgendwo kannst du nicht verstehen lassen das bist du hingejubbelt du kannst den nicht bewegen die kollision von dem spinnt wenn du guckst er hat irgendwie dann frontlader noch als kollision irgendwie hinter dem und jetzt spinnt der rum das ist logisch jetzt jetzt was ist denn was ist denn das er hat immer noch sein frontlader getriggert ich mach doch nochmal auf klingt die nochmal ab dann komplett irgendwie gibt es doch gar nicht was ist denn von scheiß schieb den da einfach hin lass ihn stehen fertig ist das ist ganz logisch das ist die scheiß bremse fest ein bisschen am rand und das gut das ist hier george ist da seit wasser schuster hat die besten rappen was schlechtesten schuhe aber auch hängt das mit dolly zusammen vielleicht ne guck dir das an schieb den hier wieder rüber wo der stand fertig ende ah der war der war der war der war der stopp 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 ich sehe deinen massen ja ja das hat mir im letzten stream auch einer erzählt und jetzt kann ich ein neues auto kaufen ne guck mal wo der jetzt ist warum ist der denn da das frage ich mich auch gerade was ist hier denn los jetzt das ist dieser scheiß hänger lass den miss stehen da ja muss er trotzdem zurück geben ja das steht auch ja und das meint er anders ja der muss ja aber in den trigger rein der muss gar nicht der kann es über einen schock nicht zurückgeben warum nicht der muss in den tüger da rein denn dann sollte ich da sich um kümmern nachher oder was wo ich doch jetzt nicht mal ist aus meinem bier ich brauche das platz dass ich mein follow me anpicken kann dass wir jetzt den trigger mitkriegen hier mit nele das mache ich dir warte mal eben das kannst du gleich machen hier gehst du nicht zu bett du hast den scheiß angefangen fertig nele ist schon da hä das ist doch eine ganz andere doch was machst du da denn jetzt dahinter musst du ja klar du hast den aber ich hab ihn ja schon dringend gehabt aber der spinnt rum der hat noch deine einstellungen drin richtig die offset richtig das stimmt dann muss ich jetzt immer umstellen so warte muss ich da reingehen oder muss den umstellen muss die zurückdrehen wieder der wird jetzt immer daneben fahren ich hab dich schon umgestellt alles 20 meter dahinter fertig hast du schon eingestellt jo ist alles fertig so ich bin weg ich komm hinterher ja fahr den da rein und weg damit wie ist das egal was George sein müsste da machen die kommt nicht doch da ist er so auf gehts am anderen Hof tschüss tschüss George läuft 42 43 ja ist okay das war wieder auf dem Kuhhof ne ja nee erst mal den Dolz oben hin auf dem Trager hier mit Nele und dann fahren wir zum Kuhhof ne ich meine der Kassel zum Kurs ja kannst du ja tja GameTV ähm die Uhr ist 22 Uhr ich weiß ja nicht wie alt du bist aber wenn du das Alter noch nicht hast dann musst du jetzt leider ins Bett gehen weil du morgen deine Schule hast ne das wissen wir ja nicht wir können es ja nicht kontrollieren richtig wir müssen es aber ansagen und wir vertrauen da drauf wenn du das Alter nicht hast musst du eben den Stream verlassen jetzt ja das musst du deswegen geh ich jetzt auch kontrollieren wir auch nicht wir müssen es nur sagen ne ja das alles ich kann dich ja nicht sehen und das ist okay also ich bin da raus jetzt oder wir sind da raus wir haben alles angesagt und fertig und mehr kann man nicht machen so habe fertig zocker for life warte mal halt wir wollen erstmal da oben hin ja bitte zocker for life geht jetzt auch ins Bett muss morgen auch früh aus ja das ist okay ist normal gute Nacht vollkommen okay genau schlaf gut träumen war feines klar Elite play genauso Elite play play das Kumpel von mir nein wir machen nicht mehr so lange schlaf gut träumen was feines ist das den moin siehste burschi der anruf les mal was les mal auf burschi zu dir schreibt was du bist auch spitze schlaf schön werden steht alles klar ich stelle den hier in die halle rein dann gehe ich ne ist vollkommen okay wo ist dort sie da ist dort sie sie ist der kommt jetzt hier hin dann haben wir das alles geordnet dann gehen wir nachher noch ein bieten flüchen neben die kühe hattest du ja noch gemacht ne gefüttert hatte ich noch nicht ne da guck ich nachher nach aber der rest ist soweit alles am laufen da unten ja und der äh äh ding muss noch weg was der häxler ja der häxler ja dem bin ich gleich weg genau der muss auch nach jubots äh lülülü dann bin ich jetzt gleich alleine ist auch in Ordnung könnte ich sonst mal ne kann man dann machen im Moment lass laufen aus mehr player raus und natürlich kann sein dass so ein bisschen was vom spiel gegen anderen gekommen ist erst durch youtube oder was keine ahnung sagen wir mal wieder aus den scheiben gucken alles klar dann bin ich erst mal weg leo ich wünsche dir einen schönen Abend noch und danke dass du da warst auch wir das nächste mal wieder oder so ach ich hab nie den Deutz halbzig rott gefahren den Deutz? äh beim rückwärts fahren welchen Deutz? diesen Deutz? ja beim rückwärts fahren auf dem Feld ach das nächste ist alles gut so das ist ihm hier dann wollte ich nochmal eben den Frondi sauber machen kurz denn passt auch alles zusammen schönes Geräusch schön leise ne? so ein Bubberkisten hier Luftkissen Deutz Luftkissen Deutz ist das? 1 Chlor 1 Chlor Leo wir sehen und hören wir uns morgen oder du püdelst kleine Augenblick rein so oder was weiß ich ne? guck mal Manuela sagt auch gute Nacht Leo und Thor Ralf sagt gute Nacht Leo Butcher sagt gute Nacht Leo also Butcher 2 0 toll Claudia Kai Toll 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 ne Leo das ist okay mach du das du musst morgen auch wieder fit sein tschau tschau tschüss so siehst du den lassen wir immer im Augenblick hier stehen den müssen wir eigentlich mal eben schnell den Häcksler wieder weg bringen so siehst du und dann wird uns demnächst nochmal schätze ich mal Kai beglücken hier mitspielen dann müssen wir aber nochmal die Mots und die Maps und das alles abgleichen und der darf denn die auch mal ein bisschen länger hat glaube ich weil sein Papa der ist ja äh ne? und ist auch alt genug die sind alt genug da ja ja das war nur Spaß am Rande ja überleg dir gut weil du sagst das gibt es keinen Chinesen mehr ja was ich bin schon ruhig weißt du äh nacht 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 leo vielen vielen dank leos namen sag ich mal ja klasse so jetzt habt ihr hier auch euren schönen mb ne moin butcher so ich hab feierabend jetzt gehört die nacht deinem stream oh hast du auch das eben gemacht oder was ja immer fleißig immer ran du immer ran ja ja die nacht gehört uns und sie haben was wir machen ne ich hab feierabend ja auch da ist gut ja auch hier noch lange nicht oder? nö ne wir immer hm vorteil von der rennen aus sieh sie bleibt da du mach mal die Lückenlampe an hier weißt du so ich weiß nicht ob die Tommys das verstehen hier und denke ich mal ja wenn die mal sauber gemacht oh man ja das hätte man mal machen können ne merkt mich auch nicht muss ich heute Abend Gin ausgeben und ist die Sache gerätzt maxi sengel geht auch ins bett gute nacht maxi jo schlaf gut jo ich fang grad am gang ich bin bei winter ist und die russische taiga gefühlt hast du ls mit russische taiga oder was? ne ne ui 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 was ist da machen da kannst du höchstens forsten die taiga war doch ne da kann man doch den birken längst sägen und sowas oder gulag bauen oder irgendwie sowas es hat sich viel spaß gemacht mach weiter so tschau putschlo 2.0 ja 2.0 vielen dank dass du hier warst na hast du hier genauso gute nacht na siehst du wohl dann na eigentlich die kabel hier unten so burschi geht auch noch eine rauchen muss dann noch haushalt machen bisschen und nebenbei hat er immer ein Auge auf dem Bildschirm und hört weiter super hier ist die fort mal sehen ob ich da jetzt was beschicken kann keine ahnung das Ding war doch vorher alles nicht das ist irgendwas ist doch irgendwas ist doch irgendein Kuddelmuddel erst mit YouTube oder so achso das habe ich gar nicht gelesen hier von Claudia Harnik hat mich wieder aufmerksam gemacht äh natürlich äh doch er darf mitmachen aber heute gibt es noch nicht weil auch noch erstmal einiges oder oder die ganzen sachen runtergeladen haben muss und so weiter und so weiter mal sehen ob ich den da so hinschleifen kann warte mal jetzt habe ich den aufgemacht und wieder zugemacht und was sagt er ja sie bremse fest guck dir das mal an irgendwie scheiße ich denke den schleif ich ihn ja jetzt hin und das ist gut oh alter Schwede das gibt ja nicht in echt du das lüge ich jetzt nicht ne ne hm ja da so wie ich den anpick jetzt hier spielt der ganze scheiße hinten vorrück guck mal der Trecker rollt da weg und all so ein Kram ne äh äh machen spielneu eine start dann geht auch das irgendwo der wurm drin durch diesen youtube dreck hier äh weiß ich auch noch nicht mal gucken hm das geht nicht mit dem abpick krieg ich den dolly den jetzt da unter raus weil ich diesen anpick mut hab oder der spinnt davon das ding hier das geht ich krieg nur den den hubbard da nicht weg irgendwas beißt sich da irgendwas mal kicken da siehst du das wasser ist der trigger haut nicht hin wenn ich vorfahre schiebt er den trecker dahin in der ecke ähm den fahr ich jetzt mal wieder rauf und dann mal sehen was dann passiert das hängt damit zusammen weil der hänger will sein trecker haben irgendwie das ist ein murks und das sind alles original teile hier weil jetzt kann er ja nicht mehr abhauen guck mal und schon fährt die ganze geschichte seht ihr das leute wieder was hochinteressantes oder und schon geht das alles warum ist das so der trecker steht da oben drauf und ich kann die ganze kiste bewegen hier was passiert denn jetzt wenn ich den regulär wieder auf mache jetzt runter fahre das war leo zu schnell ich habe ihn rauf gefahren das fährt man den ganzen normalen runter so dann haue ich den weg den trecker und klappe wieder hoch bis er ganz oben ist weil leo ist erst mit dem ding gefahren da waren die klappen da unten ich bin wieder ich bin wieder zieht den hinterher siehst du das fahr ich die ganze scheiße dahin und verploppt das gleich weg ist er liegt es an einem neuen patch sprach möglich das kann angehen heinrich weiß es auch noch nicht genau das ist jetzt das erste mal dass ich so ein mist habe ist möglich ich werde es rausfinden irgendwann also für mich wieder was zum rausfummeln jetzt geht das siehst du jetzt kann ich dir wieder so bewegen Kai schreibt nochmal du sollst den mf verkaufen ja ja mache ich gleich alles zusammen das müsste auch funktionieren weil ich gebe dir jetzt den hänger wieder zurück so zu sagen mit dolly und allem und daran komplett das ganze gerümpel das gehört alles hatte ich auch gemietet also jetzt im spiel ne abklinken jetzt müsste man eigentlich den ganzen scheiß eins nach dem anderen verticken richtig zu geben da fällt ja auch noch dass mir egal so ok wollte so stehen wir noch einmal da muss noch mehr drauf stehen oder alles weg der mf noch der dolly steht auch noch mf verkaufen ja sowieso ist meine kohle von der versicherung und den auch zurückgeben und ich bin alle probleme los und ich möchte werden wenn ich mir den kram jetzt nochmal miete und kauf oder irgendwas an das ausprobiert das gut ja ja ein gewicht brauche ich noch gewicht eins habe ich daran ja ich habe nur eins wollen wir mal eben eins holen zum gruppern und so weiter ne beobragt ob die locker fehler bringt achso nein keine fehler drin ne savings screenshot die habe ich gemacht leandro join ist raus aus dem spiel ne nein alles sauber kann sein dass sich das irgendwo oder dass das erst vom spiel her ne kommt auch so ein bisschen hakelig teilweise weil das mit dem youtube hin und her an und aus und den ganzen quatsch da irgendwie keine ahnung müsste ich sonst noch mal raus gehen neu starten dann ist das weg als einzelspieler ich bin ja jetzt alleine wie lang das 1200er den gruppern vorne vor können wir gruppern mit dem nehmen wir das kaufen weil das waren jetzt wie gesagt alles original teil aus dem spiel ne und die mods die ich hier drin habe die paar jetzt oder was die habe ich alle ausgescheckt die machen keinen morgens gar nichts so auf gehts tschüss ihr lieben leute erst schauen wir mal an das hat den viehwagen noch das noch gemietet 483 können noch kühe kaufen machen ja wir wollten noch ein paar haben ne ja sicher claudia bringt sie auch aus wünscht allen eine gute nacht ja das wünschen wir dir auch claudia kommt gut zu liegen ne können wir auch gleich erstmal eben den 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 acker fertig fliegen da ich glaube der steht auch noch da wo nele letzt geholfen hat der letzte mann ja da können wir dann nämlich kubbern auch und mal gucken ob der wie heißt auch noch klar klar der noch kommen wollte zum helfen oder anfangen wollte oder was weiß ich da weiß auch da nehmen muss er dann hat er eine frage gestellt er darf aber ob das dann schon alles soweit ist das sehen wir dann er darf mitspielen aber das ist nicht mal eben schnell einsteigen ein bestimmte muts noch mit drin habe und auch ein paar die habe ich selber verändert schneller ein bisschen hier und da sonst irgendwann und dann stimmen die xml nicht überein und wenn das nicht mit also meine nicht mit deine übereinstimmen dann kommst du nicht ins spiel dann macht der fehlermeldung geht nicht ganz ruhig runterladen den originalen du musst genau das gleiche da drin haben wie ich oder ich das gleiche wie bei dir wenn wir nicht bei dir einsteigen will das funktioniert nicht warum können wir auch mit leo nicht die holland maps spielen weil er sein für pc abgestürzt stürzt ist und er hatte sich auch dieselbe version wieder reingemacht wie hier aber ich hatte in der v1 bei mir was verändert damals mit den schwatten und so und das habe ich mit mit den nächsten versionen immer über spielen übernommen hier nicht kommt er nicht rein also kann da keiner mehr drauf janni hat die version noch von damals da hatten wir das aufgebaren da funktioniert das jetzt habe ich alles voll trackers egal oder mal stone das heißt mal sehen wie kohle wir zusammen kratzen dann können wir uns nämlich dann mal new holland kaufen weil wir wollen ja weiter machen hier das haben wir erstmal alles erledigt das speichere ich das erstmal natürlich ein richtig fragen vom sohn sind immer wichtig das stimmt das habe ich aber irgendwie überlesen das fehlt weil sich kuh kommt noch erst mal erst mal erst eine runde den rest fliegen wir immer fertig kriegen überhaupt sie ist dann mit so ein paar placken und er steht da hinten in der ecke sei nämlich erst mal trecker haben wir genug jetzt hier lang zwar nicht die großen super dinger aber gerümpel verklappen und er holen uns einen richtigen so ein bisschen ecken potzen und so gut ja dann auch noch unter lärm fallen und das machen die helfer ja nicht mehr wenn die waren immer und ein tag tag kann man ja das gut ja ja Jupp jupp Na Oh mein Mäuschen hier Na Boah alter, latsch auf der Bremse und nichts passiert So Das ist gut Einmal umzug gucken und fertig Grubbern, Drillen Rille können wir dann mal gucken Was wir in Kohle haben Was da aktuell für uns hier nachher vielleicht schon mal für aus dem DLC möglich wäre für irgendwelche Trackhaus hier und so Dann kommen wir noch was, wenn es passt Aber das kommt alles zum Einsatz nach und nach Das ist ja gerade das Interessante Genau Äh Achso Ja, obenend, genau Thoralf, klar Vielen Dank Thomas, wie ist Knabend Setze von Map wechseln Map wechseln Ja, frag durch Wie haben wir jetzt? 22? Kaffee hab ich mir erst geholt Hol ich mir noch einen Kaffee und wechseln Und die Map, können wir machen Haben wir jetzt Silo gefahren Da wollten wir ja noch, also in dem langen Livestream, da wollten wir ja noch aus dem Restgras nochmal durchschütten Das Wetter ist wieder gut Und dann noch ein Stück dazu mähen Und dann wollten wir noch ein bisschen Heuballen machen Weil den müssen wir haben Die gehen auch langsam runter Ja Ja Dann ist da bald Häckseln angesagt Aber da ist eine Masse zu Häckseln dann Ja Da geht auch nicht was bei drauf dann Da können wir mal einen ganzen Livestream machen Aber die Leute Die letzten fünf Hier in dem 25er Stream Wir geguckt haben Die wissen doch, ne? Was da anliegt Und dann noch ein bisschen Ja, drillen Loco Müssen wir doch auch Dreschen können wir dann auch langsam Mal gucken wie die Kohle aussieht Nur eben halt der MB ist da nicht mehr Der ist jetzt hier, ne? Oha, das ist auch seine Grenze jetzt hier oben im Flugmanonne Mehr mach auch nicht Vollgas Können wir machen Warum sag ich ja Da soll man das schön Ich lasse mal offen Dann könnt ihr euch das aussuchen Was wir an Maps haben, ne? Ich kann auch Von mir aus mal Neue irgendwo anfangen Aber, ja Kann ich auch mal Bloß anfangen wisst ihr ja, ne? Was ist denn Bleibt denn erstmal bei den Anfangsmaschinen da? Sonst müsste ich ja schieben Und das wollt ihr ja nicht Das soll ja auch ein bisschen real bleiben, ne? Richtig Ich schiete ab und zu mal klar Um auszuprobieren, ne? Denn auf originalen Märkten Neue Trecker oder irgendwas kommen Um die mal eben schnell zu kaufen Oder was und die mal auszuschicken Wegen fahren und so ein Kram Sonst nicht So wie die in eine Story gehen Äh, eine Schicht mit Cheater Müsste ich jetzt eigentlich Zweite mal düngen, ne? In drei Düngestufen angesagt hier Hm Da hinten noch ein paar Platten umzune, wo das Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Da hinten Und das ist Das ist schade und danke schade nein worum geht's ich hab's nicht mitgekriegt spielt ihr multiplayer haben wir eben bis eben gerade oder für nach bis um zehn gemacht richtig aber nur mit leuten die der story kennen und die mods haben weil ich kann hier zum beispiel morgen sofort wenn wir jetzt aufhören würden zack kann ich da mit let's play weitermachen weil da gibt es dann auch eine community die nicht so hier so live stream guckt und lieber gerne in ruhe für sich die let's place anguckt gucken und dann kriegen die halt das hier weiter im let's play wenn du nicht kannst story nicht spiele und jeder sowieso nicht dann wird verrückt weil ich muss sich darauf einstellen auf die leute ja eigentlich michael das noch hier natürlich das hältst du von der gemeinde rade die habe ich drauf ja was wollen wir machen nur angucken ich habe noch nichts gemacht vorbereitet gar nichts einfach nackige map halten ich habe einen anderen kopf jetzt aber von mir aus wenn ihr die sehen wollt da ist noch nichts gewachsen gar nicht müsste ich voll irgendwie ja mit den sachen spielen die da drauf sind kann ich machen wenn ihr wollt weiß ich nicht 100 tage vorlaufen lassen dass du überhaupt was machen kannst erst mal gucken was steht wo weil sie auch nicht genau kann nur mal rüber gefahren haben wir den groben angeguckt wie die aussieht naja aber wir haben ja auch so ein bisschen kleinen plan wie und was wir starten wollte oder machen wollen hier mit dir ist wir beide ja 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 wieder noch so ein bisschen geplant haben in zukunft ja möchten natürlich habe doch noch was ganz ganz schick ist das finde ich noch viel zu 250 prozent schöner wie die gemeinde rade wenn ihr das gut findet jetzt sagen wir mal was wir jetzt bis jetzt hier gemacht haben dann findet ihr das garantiert auch gut was gar nicht ihr euch sagen wir es noch nicht was weil da bin ich auch nur rüber gefahren haben wir die angeguckt ich sagte da ging sofort mein herz allein ich sag hier geil das ist es da geht sondern überlegen ist ja noch ein hof aber egal die würde ich mir gleich noch mal einbauen ein super schick die teil ganz gemütlich herrlich tja adegan auch von mir gute nacht so dann hat viel plöchtor schufe moll in der eck erst mal das muss geflücht werden kohle können ja ein einstellen jetzt wie heißt er denn jetzt glän oder warte ich muss mal sehen ob ich nie lege rauskriege irgendwie weiß auch nicht er mir muss doch doch gehen da gibt es gar nicht der andere ist gern das lande die l e n keine maniele hochfangen kann man ja auch ich werde nur den namen ändern mein kopf julia nele wieso ist jetzt julia hier auch noch drin habe ich doch gar nicht eingestellt wir haben noch nur nele drin ja entlassung möglich nein die auch nicht ja dann habe ich zwei frauen jetzt dabei noch andere frauennamen nehmen oder ne ja dann bleib mal ruhig das sind frauen text gegen frauen leistung 0 wieso ist julia hier drin ich kann mir das vorstellen und zwar wo die andere eben jemand darauf gesetzt hat dass er der aus versehen jemand eingestellt hat nele da war doch einfach mit namen ändern müsste ich jetzt eine andere person haben ich kann mir das ändern ich kann mir das ändern nö hier muss sich das ändern wo ist nele das ging doch ganz einfach klick und fertig kannst du den namen ändern und zwar hier was sie angeklickt da da sind wir julia ist das ist julia sah siehste je leo eingestellt gebe ich jetzt 7 tage an der backe das war bestimmt versehen ja dann doch nicht land ist das jetzt erstmal julia auch egal ja sonst muss man auswählen und den namen kann ich ändern das weiß ich muss ich morgen mal okay ist ja julia mach mal musste flüchen nur die wird jetzt weiter bezahlen die weiter bezahlt in diesem helfer mut du kannst dich rausschmeißen die geht ja noch wissen wie eine klamotten hier das passt ja noch was jetzt die denn andere hin okay das wird nix da müssen wir das leben und das bilder ziehen nächste kandidat 87 ist auch da drin ist nicht gucken was wir das finde du für haben mich selber erst mal antütteln gegrubbert da ist der die sieben ist gedüngt ist er noch müsst ihr auftauchen dass nicht mehr gedüngt ist dann das geht okay dann braucht er noch nicht gedüngt die flügt bieten haben wir wenn der geflüchtet ist dass der denn auch gedüngt darüber wie gut gut den gober haben wo haben wir denn dann haben wir nicht den lemkin gekauft hier klar dass er doch den schneiden wir uns jetzt dahinter ja schweine 87 alles klärchen bei euch werden zum anfang bisschen startschwierigkeiten mit youtube aber da sind wir einmal voll abgegangen hier aber im moment läuft das wieder und das eigentlich läuft das glatt jetzt sind wir wieder dabei die möglichkeit wäre noch mal der helfer namen das hatten wir letzt mal auch und dann waren wir auch im mehr player wenn ich in den single player modus wechseln muss immer spiel raus und wieder rein das wäre ja ich habe hier in holland habe ich dir auch alle gewechselt das ging auch alles naja da kann so richtig gewicht vorne anhängen noch ja das ist bei diesen mb tracks immer die gehen in die knie wie saune das war beim 13 und 15 auch schon kann man beigehen kannst die federstärken einstellen dann machen die doch nicht mehr aber kein bock mehr auf denn ist es auch wieder da das ist gut guck gerne nahm mit was so schön banki banki hallo banki schönen abend wo gar die dann die lef ich schon denkt daran morgen ab 20 uhr dies wieder auf die uhr und ohren wo bei mir so zoppeln wollen wir ein langer war so nieder hat ja noch gar kein gps hier oder hat der gps der mb hat auch gps oder aber kein gps was meint ihr was kommt wenn du nicht artig bist obwohl die beiden also grins und bieten kann doch noch vorwärts und vorwärts kommt verarschen kann mich selber 15 die wirze zu schnell so sie ist der alt denn es ja wieder alles an ort und durch beiden da läuft job beoland sagte hast du nachrüsten lassen bei george stimmt ich komme nach mama das war das problem was wir schon mal hatten ich müsste das spiel neu starten das haben wir schon mal die ganze geschichte das hat die gebacken eben gemacht durch irgendwas hier darum hat auch der hänger gesponnen soll ich dieses spiel neu starten oder wollen wir dann was anderes spielen anderes spiel also nicht ein anderes spiel eine andere map oder was ne ja das kommen wir mal in die zuschauer fragen ja warum was solltet ihr hier weiter machen neu starten oder neue map anfang weil dann geht auch dings wieder ich drücke hier rauf und kriegt kein gps mehr da ist eben was durch den anderen gekommen ist warum sind auch die dinger dabei geflogen dennis schreibt holland heimrich sagt du wolltest doch wechseln wohin heinrich brabant und was schütten noch eine runde gras gras mähen und ein paar heuballen machen und so war neue andere map welche ich kann jetzt wenn ich alleine spiel kann ich auch nach 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 landscape gehen können wir auch machen ist egal wo das ja auch sehen und und flügen viel angesagt weil das wechsel im moment nix und in brabant ist es ja auch von letztem mal vom silo übergeblieben ist doch noch einmal durchschütten bisschen gras machen dann haben wir noch ein paar heuballen so gras mähen schütten die du hatten wir gemacht und den müssen wir die maisflächen noch mal einmal abdünnen bis der denn richtig hoch ist dann können wir da auch mais fahren mit follow me in die bga rein mit anständige geräte wenn ihr wollt als beispiel so nun mal eben ganz kurz zur info was wir da dann so machen können oder was anliegt wir können da dreschen das ist auch reif dann in den brabant also brabant die haltung brabant brabant so nach nun jo nacht nu df schluck gott schön dass da war es wir müssen mal schnacken wieder df kicken wir denn so runde klönen nico miga da gott uns geht es gut sag ich mal so ne gute nacht und bis dahin landtechnik niedersachsen schlaf gut brabant brabant ist egal jo dann kommen wir noch brabant einmal holland brabant brabant wie alt bist du 55 90 19 jup moin brabant 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 schnackt oh alles klar letzte runde 1 2 3 feierabend brabant ne ist das eindeutig brabant ist okay leute ich bin überall gerne hier auf diesen dinger nirgf ist ja und die nächste die wir dann einrichten die katze hat junge ich kann auch dann auch mit mit ich würde sie jetzt nur nicht mit bei mir in single player mit reinnehmen also die die gemeinde rade zum beispiel wenn die richtig vernünftig läuft ohne banken dass die v1 denkt dran wenn wir uns jetzt was aufbauen hier eine extra geschichte so zum ackern ganz in ruhe oder wann auf der auf der auf der rade und da kommt ein v2 und wir können dann halt nicht einfach überspielen sondern müssen neuen spielspann jedes mal anfangen wisst ihr was das heißt kriegt butscher die dicke halse kris aber richtig aber nicht wegen euch sondern wegen der eierkappen was los werden schaue mir jetzt seit ein paar tagen butschers videos mit begeisterung an finde das ist mega gut das spiel überbringst so richtig mit herzblut sagt man also das weiß ich weil sie sagen sollen viel viel dank echt klasse hat aber genau mal auf den punkt getroffen das sehen ja ich so dass eben viele 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 andere genauso das tut mir richtig also uns richtig richtig gut erlebt was er meine ich würde sowieso mal weiter machen das ist mein ding das bin ich das mache ich so aber ich weiß wie ich das meine vielen dank wir wechseln gleich die hälfte ist geschafft vom haushalt und nun erstmal pause burschi erst mal eine piffpaff tasse kaffee und die sache gerätzt man ja auch immer so nicht alles auf einmal merken diese kaputt nachher wirst du muss immer geneve trinken hör auf rudi mutter da bin ich auch wieder am start jürgen das ist schick das ist fein mensch jürgen kommen hier rein wie es mich decken haben an danke ackergaul burschi hat auch die hälfte schon geschafft von seinem haushalt muss erst mal pause richtig sicher muss so richtig keine monos ja sicher schlumpen da morgen wieder raus muss sache letzte woche war ja auch marathon irgendwo nicht mit mit schlafen und ohr wie die habt ihr alle durchgemacht also wahnsinn wahnsinn das kann ich gar nicht gut wenn ihr nach schule müsst und hast du nicht gesehen und nein das sehe ich auch nicht so echt wisst ihr auch ja ich sag mein sohnemann natürlich auch immer gute nacht ja natürlich schlaf gut geschichte hat er ja genug gehabt heute bräuchte nichts mehr vorlesen wir schnacken noch und dann gar da rund hier kriegen wir die do felix dankeschön moin das sind die beiden ja gut sind die runde die linie hier noch eben und dann mache ich blütt oder machen kaffee so alle die zeit passt auch 22 kurz vor jahr ist karte zeit leihen sie noch mal im stellen frischen kaffee und dann laden wir uns die brabarn hoch und geht da weiter ich war ja schon das wetter ist wieder gut das heißt wir können zettern oder wenden oder schütten wie wir es hier sagen nicht da oben schütte nennt das umschütten und packte sich doch unten das stück wird wie nur eben so kommen losen mb tag haben wir da nicht mehr das hier jetzt wie gesagt aber macht ja nix dann müsste ich da einmal gucken bei irgendeinen ob ich da noch gebrauchten kriegen kann aber und weiß nicht ob sich das alles noch so lange tut warum ich war mein zugrufe ich lieber sie nehmen wir dafür die keine mb track und die alte kiste genevis viel besser ja wo die vorma kommen erst mal die leute fragen so alles klar raus fertig also wechsel so mal ein schmögen torsen richtig eben das kaffee und einschmögen gleich wieder da aber erst mal mache ich jetzt hier das spielt speicherung denn muss ich wir wechseln ich muss mal eben hier den viele ton ausmachen abbrüchen gut ich mach mal im ganz aus und dann wieder an und der natürlich wie immer das kriege auch gleich gebacken brabant war gefordert brabant ist dran habe ich nur 1 negat anbockt dlc ist an sie ist hier habe ich auch ja jetzt für uns die maps sind raus beim gucken da müsste eigentlich alles passen so die haben wir diesen raus das ist der moped der ist auch das gewicht brauche ich nicht mit dran bogen ich den auch nicht das schrott na los lade jung wir sind da das seht ihr jetzt noch nicht das muss ich mal eben da machen weil ich muss dem mal eben ein auf mitzugeben hier der obi ist rüber los und wieder an machen so geht das wieder stream stoppen nein der soll anbleiben das ist immer so ein gerödel das müsst ihr auch wenn ihr aufnimmt mit obs was sie eben gesehen habt dieses gezucke bei der bildschirmaufnahme und haben wir eben einmal ein paar mal hin und her klicken und dann ist das wieder flüssig und dann nimmt er auch auf beim den let's play das ist okay den machen wir daran und da sind wir wieder fertig dann können wir das spiel machen dann sind wir da ich habe einen schnellen kaffee und dann musst du den kaffee oder hast du hast du noch ich freue mich bin gleich wieder da ich freue mich Vielen Dank. 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 Ja, alles klar, gut. Ich rufe ihn wieder an. Danke fürs Feedback. Scheiß, Skype, du. Los, das ist der Wurm. Das ist der Wurm, das ist der Wurm, das ist der Wurm. Los. Das ist der Wurm, das ist der Wurm, das ist der Wurm, das ist der Wurm. Das ist der Wurm, das ist der Wurm, das ist der Wurm. Das ist der Wurm, das ist der Wurm. Und ich rufe ihn noch mal durchschüttet. Das ist der Wurm, 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 das ist der Wurm. zusammenschütten, wir wollten ja noch ein Stück mähen. Wir hatten ja noch so ein paar vom Silo, so ein paar Sachen über dahinten. Das sollte nochmal durchgeschüttet werden, aber da hauen wir es erstmal, weil das ist nass geworden. Das nehmen wir als erstes mal eben und den mähen wir uns noch ein Stück. Und dann können wir Heuwein machen. Die müssen wir auch wieder nachholen hier. Hier waren wir ja im 25-Stunden-Stream hier in der Gänge. Moin und schön Emsland. Ich habe Kraft HD. Moin. Kein Spiele-Sound. Ja, alles klar. Jetzt aber. So. Jetzt spiele Sound. Müsste eigentlich. Immer Feedback eben, Heinrich. Hörst du was vom Trecker hier? Nee. Wah. Mano. Kein Spiele-Sound. Kein Spiele-Sound. Kein Spiele-Sound. Kein Spiele-Sound. Kein Spiele-Sound. Das ist der aus. ist das team weg legt mich an der fresse löst das eine scheiße stoppen an jetzt jetzt da gut echt aus friesen ja hast recht danke heinrich hakelte eben muss ich mit dem maus anmachen ich habe das noch offen auf den links gelegt hier das war usb wieder oh mann mann die wochen ja gut supi a sound monitor fendt 939 mega manuela butter ist kein sound da doch jetzt müsste sound wieder da sein ja mal weil ich sitze jetzt im treffer pass auf geht es raus hier so ein bisschen lauter das leise trecker hier mal zu sehen dass wir den mist noch mal ein bisschen durchgeschüttet kriegen ja dann und jetzt hört man ihn wieder hören genau burschi dankeschön wenn du den hörst dann müssen alle anderen den aufhören mein papa mann schön dass da bist oliver meyer moin denn die köhler mitteleute also mittel heute guten abend ja moin alles klar ja bei mir ist gut und diesen anklemmen mod ich vergesst hat immer wieder du naja ich muss ja auch der zapfwelle anmachen weil ohne zapfwelle nix gehen tut gerade mal los aber die bulten einmal durch kriegen hier so ein bieten noch naja sinnig das war ja der rest der übergeblieben ist vom silo fahren noch mal hin noch so ein stück mien gleich eben dann haben wir eigentlich erst mal wieder ein paar schönen heubein zum fördern so ich bin auch wieder dabei so bien mocker an meiner seite für die mich ja wieder alles klar das ist die north brabant hier in holland die hatten wir aber ich bin hier höchst du mich eigentlich ja muss man sagen 1 2 3 4 hört man mich hier das ist brabant ja ja christian hört dich ne du hörst mich an christian ja mich hört man ja alles klar gut heinrich dankeschön fürs feedback wenn du nicht wärst oha ich wüsste nicht wo wir dann wären die stimme vom background und das ist auch gut so ich habe mir schon spruch für teddy ausgedacht der möchte einfach rausgekickt hat so mein lieber mann so muss ich doch mal reden mit ihm ja so eine team konferenz einrufe einberufen werden das ist immer mal da kannst du mir endlich mal ein vernünftiges schneller glauben jetzt wenn die du bist zu spät gekommen irgendwie seine seine kack stube würde extra vorbeikommen und jeder einen fetten neger reise heißen da kann es aber versuchen aber dann komme ich zu dir und scheiß dir deine bude dichtmacher Bellen ist wieder da herrlich selber schuld nenne gerade jübsen hinten lag auch noch ein paar placken rum die machen wir mit weiß und dann sammeln wir den scheiß auf hier das ist ja gut hier mit hell so dann lag noch einer necke egal Ja, habe ich gesehen, Christian. Cool, ne? Die Meckertüte. Das wäre doch noch schöner, wenn der da ist. Die Meckertüte im liebsten Sinne, ja. Ja, natürlich im liebsten Sinne. Was denkst du dir? Das ist doch nach 22 Uhr, ne? Nein, los. Dann auf geht's hier. Fentylein, tu deinen Dienst. Sven, den gab's umsonst hier. Hat Rudi mitgebracht. Da gab's die Fenster umsonst dazu. Hättest du den auch mitgenommen, oder? Gut, bis jetzt mich ja nicht. Was, Sascha? Kann ich angehen. Alle anderen hören ihn, nur du nicht. Das gibt's nicht. Die berühmte F5, Sascha. Probier das mal. Ja, genau. Weil wenn Heinrich uns hört, dann müssen wir uns alle hören. bis nach dem Mars. Da hast du recht, Sven. Die Meckertante. Ja, macht doch nix. Wir wissen doch alle, wie das gemeint ist. Ne? Ein bisschen Spaß am Rande muss sein. Ein bisschen zicken und necken. Das ist doch mal geil. Oh, jung, noch da noch mal. Siehst du, die können wir so wieder zusammenpacken dann. Das schießt hier nicht aus dem anderen, ne? Na, egal. Äh, hat's Pech gehabt. Jetzt schon einen neuen gehabt. Ja, siehste. Ja, Manuela. Richtig, richtig, gib's ihm. Wir waren ja schon in England, Sven. Ne? Und du jetzt aus dem Bett kommst, hast du selber schuld? Oder von deinem Dixi-Klo oder was? Ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Du redest doch mal vom Dixi-Klo. Kann ich mir vorstellen, ne? Das ist in so einem Scheißhaus Haus. Da in dem Scheißhaus wohnt ein Geist, der jedem in die Eier beißt, der woll. Sind Luca, was hast du dir denn für den neuen Schlepper gekauft? Diesen hier? Der ist uralt. Der wird doch schon ewig. Oder du guckst das erste Mal Brabant hier. Das kann auch sein. Ne? Das ist so meine Mittelklasse-Stärke hier in Brabant. Die Granaten, die stehen alle da hinten in Schuppen. Die müssen pflügen daher und also was. Oder einen nehmen wir jetzt gleich zum Mähen nochmal eben hier. Da drüben können wir mähen und es sind noch ein paar Enten, die haben wir übergelassen. Wir müssen noch ein paar Heuweilen brauchen wir noch. Dann fangen wir eben auf dem Hof und dann klemmen wir uns das Mähwerk daran. Dann kann er ablüften und trocknen hier. Na jung, los. Der ist fix bei Luca. Nun kannst du auch, wenn du einmal runterguckst, gleich sehen, wie das geschrieben wird. Heinrich hat dir das mal aufgeschrieben. Richtig. Leute ist in der Spiele-Sound so okay mit den Reden und so. Das könnte ich ja so ein bisschen lauter und leiser machen, wie ihr möchtet. Achso, nee, in England. Nee, da hat's auch da raus. Jetzt kommt gleich. Huhu. Young Gaming, Koli heißt Bette. Richtig. Oder Knacke. Ab in die Knacke. Ne, knacken. Ja, gibt ja noch so viel dafür, ne? Ab in die Urne, da lief's auch dann irgendwie. Das Bullen Aschel dann. Aber bevor ich in die Urne, da können sie mich lieber nehmen, im Winter auf die Straße streuen. Dann tue ich mir noch ein letztes gutes Werk. Bisschen Butsche am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Genau. Leo. Du weißt, was ich mein. Pst, pst, pst. Ja, no. Ne? Sommeln deine Kräfte für morgen. Ne, morgen nicht. Ne, ne, ne. Wir wollen uns ja langsam angewöhnen, dass wir denn so, ne? So zweimal die Woche und dann sonnabends. Ne, das kann dann auch mal sein, dass du mal einen Sonnabend mal nicht. Ich muss ja auch mal mit Tante los hier, mit Tante Claudia und so. Das wissen Sie auch, aber, ne, in der Regel wollen wir versuchen. Janis möchte noch gerne wissen, welche Grafikeinstellung spielst du? Ich? Ja. Hoch. Ganz hoch. Kann ich mit der 480 RX, geht alles. Die macht volle Pulle, bin ein, um und dran. Kann ich so, denn wenn die normal sehr hoch stellt, steht auf viermal Kantenleitung, viermal eine Struppe Filterung. Kannst du denn auf achtmal, achtmal und sechzehnmal stellen? Geht auch, habe ich aber jetzt nicht. Ne? Da langt. Das ist gut. Uschi, danke fürs Feedback da. Meine Frage, wo waren wir denn mit mir wieder? Mit dem da, mit dem Klaas oder mit dem Fentiers? Ne? Könnt ihr euch auch suchen. Kannst du mich grüßen? Weidenzocker 784, ich grüße dich. Ganz herzlich, jawohl. Und wenn du dir nicht einen kürzeren Namen zulichst, dann grüße ich nicht mehr. Dann sage ich nur noch Moin. Weil der kriegt Knoten in der Zunge. Okay Sascha, dann sind deine Festplatten aber gut gefüllt. Heinrich, achso, das ist Heinrich. Sascha, geht so. Achso, selbstständig. Ja, ich würde Fent niemals anfassen. Auch wenn ich den Geschenk bekomme. Ich möchte nicht an der Scheiß... So, jetzt gehe ich da erst recht hin. Es hast Pech gehabt, Sven. Könnt euch bei Sven bedanken. Fent, 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 Fent. Sie ist ja wieder recht gehabt. Wunderbar, wunderbar. Lass stehen den Scheiß, muss ich nur noch sauber machen hier. Einmal nun, aussteigen. Ja, da kommen wir aus dem Hof auf die Sau hier. So, Tag. Das, Heinrich meint, Klaas, wenn gemietet. Sonst ist das zu teuer. Ja, boah, ne? Egal, das Ding haben wir ja nun. Wir haben ja eigentlich unseren Opto-Poster, wie ihr das Ding noch. Der ist ja immer noch bei Georg. Hab ich letzt angerufen, und ich sag, und gehe euch aus, dann fertig? Klar, äh, Käse, von dir als ich... Sag, ja, mag euch, da merkt's auch nicht mehr, oder was? Ne, irgendwie hat er das nicht so richtig gemerkt. Da muss ich mal hin, wo da los ist. Wenn wir den wiederkriegen, oder da lassen, oder den Klaas herkaufen. Bringt nicht. Mal sehen. Erstmal ist wichtig, jetzt Sonne scheint, Heu rein. Dann können wir, wir können dreschen nachher noch. Also, ich glaube, das müsste jetzt eigentlich so weit sein hier. Gucken wir gleich mal. Ja, siehst du, alles wieder gut mit der kleinen Maus. Ja. So soll das sein. Anemol-Mut-Schloppe. Achso. Klein die Haltung. Wer fährt, fährt, führt. Sag ich doch. Deswegen, äh, kommt Sven ja auch immer zu spät. Der denkt immer hinten dran. Ganz hinten, ganz weit weg. Ne? Ja, wenn wir seine Trecker gespielt haben, dann kommt er immer später. Ja, 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 kommt alles noch. Irgendwann mal, Sven. Ne? Wenn du auch so 50, 55 bist, dann werden wir das Spiel immer noch zocken. Und wir aber Butcher immer wieder so Interessantes kommt, und so weiter. Ne? Da vorne muss ich auch noch irgendwie... Wir haben ja jetzt den Macker hier drin. Und die gezapfte Welle da noch ranmachen, weil sonst dreht sich das ja nicht. Die ist ja wohl. Guck mal. Ha. Ja, aufgepasst. Zack. Jupp. Ah, die ist für die LS-Bilder. Hat wer? Pix bei Lua. Läuft wieder. Alett. Jo. Wenn dir... Marc. Marc 7, 8, 4. So, jetzt habe ich einen kürzeren Namen. Jetzt weiß ich aber schon nicht mal, wie er vorher noch war. Marc. Aber jetzt weiß ich, wer du bist. Marc. Alles gut. Schön kurz. Wunderbar. Klasse, Marc. Ich bin Butcher. Hallo. Kannst du auch Butch sagen? Oder Opa. Wie du willst. Was gut gemeint ist, darfst du Opa sagen. Ganz einfach. Opa. Das kennen wir doch aus Kindertagen noch. Opa. Papa, Mama. Geht alles. Ist ja die stehen in Reihe. Nun bleibt die stehen da jetzt. Oh, ab du. Nicht umfahren. So. Zack. Den klinken wir uns auch noch ab hier. Und da drüben war auch noch ein Stück da hinten. Und den können wir auch nicht ballen machen. Ballen. Juppie. So. Der hat ja auch eine Rückfahr-Einrichtung, ne? Kann ich auch machen. Habe ich alles schon mal durch? Irgendwie habe ich irgendwie nicht so richtig Nerv auf. Schönes Fendi-Line hier. Muck da zu boos mit. Sonne scheint. Vögel zwitschern. Das war herrlich. Das ging einmal noch. Und dann, äh... Was soll das? Einmal high genügt. Jo. Der braucht Aufmerksamkeit. Der muss wieder in den Kopf gestreichelt werden. Das ist das. Da steht einer mittendrin hier, ne? Kommt, weil der Butcher wieder zu gierig ist. Ja, wie wir alles haben, ja. Dann können wir gleich krumm, äh, vorsichtig mit ausmähen hier. Ah, ich wollte hier einen anderen, äh, 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 einen Schwatter noch kaufen, ne? Und diesen anderen Kribbelkram nochmal weg, den Mist. Können wir gleich mal gucken. Mal gucken. Mal sehen, wie Penunze steht hier. Muss ich mal um meinen Finanzminister fragen, Micha hier, ob ich einen krieg denn oder was? Noch eine halbe Mülle haben wir. Mal gucken, was er kostet gleich. Den anderen weg, weg denn damit. Mal sehen, wir müssen den Pötting nochmal wieder in den Vierkreisel, der ist auch gut. Äh, was ist das? Fire, Scrapped, äh, Sir, Wright, Beeson, Pearson, keine Ahnung. Muss ich mal im Deutsch, ich ne verstehen machen. Äh, Fixed by Luca, nein, tun wir nicht. Wir mögen hier keine Werbung drauf. Ne. Mega geil und mit 1000 Abonnenten. Ne, mach ich vor allem auch nicht und wir wollen einfach nur daddeln und spielen und uns unterhalten und wir nicht. Oder, was sagt ihr dazu? Community. Wollen wir nicht, pass auf. Ne. Ist hoch oder was? Da siehst du wohl, geht doch, geht doch. Ja, mehr oder weiß ich. Aber wir haben dir auch schon fünfmal gesagt, dass du schlafen sollst, mein Junge. Mach dich in dein Bett. Siehste, Harry ist auch der Meinung. Der liegt bestimmt schon im Bett. Der hat ein Handy. Natürlich liegt der im Bett. Genau, Chris, macht man nicht. Siehst du, guck dir das an, was Community sagt. Und ist die Sache gerätzt eigentlich. Keine Fremdwährung. Einfach Ruhe und Frieden. Ein bisschen Spaß haben. So. Ne. Und ist das gut. Das ist komisch, dass die alle nach 22 Uhr hier angeschissen kommen, ne. Ja. Die sehen, was sie davon haben und gut ist. Sollen wir uns darüber aufregen, Wirtschaft? Nö, mach ich nö. Die Zeiten sind vorbei. Oder regen wir uns doch überhaupt nö, ne. Nee. Nein. Butcher wieder, du. Mann, du, Mann, du, Mann. Sven, halt ein Sabbel, das war ich. Nicht der Fan. Die Spur muss ich dann noch mitnehmen. Das nützt ja nix. Das kann ich ja nicht machen, ja. Dann kann ich den mal eben gerade ziehen. besser. So, geht doch. Leo, bis morgen. Schlaf gut. Ja, Leo, könnte doch auch nicht aushalten, aber das soll er nicht. Der soll morgen frisch sein. Das ist ein jünger nirgendere Deckel. Natürlich, ja. Wer merkt das keiner. Ich mag Fenn als Schlepper überhaupt nicht. Florian. Oh, jo. Was kann angehen? Der eine mag den nicht, der andere mag den nicht. Möchte ich, man schmeißt das auch so. Wo ist denn jetzt noch? Moin. Jetzt willst du noch schruppeln. Halb zwölf. Na. Setz dich hin. Kaffee und Füße hoch. Erstmals morgens früh. Ja, das war mir auch. Das war mir auch. Das war mir auch. So, wisst ihr, ich gehe doch alles rein. Danke, ihr langsam wieder rennen. Was auch der Alp, ich mag auch kein Fan, aber ist okay, jeder mag was anderes. Das ist richtig. Ja, das ist so. Das ist vollkommen gut. Da kommen wir auch noch mal ein paar andere ins Spiel oder so. Bloß, wie gesagt, wir wollen ja auch versuchen, ein bisschen Reel zu spielen. Kannst du euch jeden Tag einen neuen Trecker kaufen mehr. Marc Buhr, gute Nacht. Kommt noch alles. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns wieder. Was wollt ihr denn? Schön lecker New Holland, T7. Alp, erzähl mal, was hättest du denn so, wo hättest du denn Bock aus? So, mal gucken, ne? Leider schon sehr viel Pech mit Fendt gehabt. Ja, Leute, das ist ein Spiel. Ende. In erster Linie ist das ein Spiel. Und wenn ich jetzt meinen Job von der Arbeit, ob das jetzt Fendt oder Deutz oder wie auch immer oder irgendein Trecker ist, finde ich, mit dem Spiel noch verbinde nach Feierabend. Wo wir einfach Lust und Bock und gucken uns das an. Dann kriegst du Stress. Und dafür ist eigentlich der Feierabend nicht gedacht. Da sollst du eigentlich Entspannung haben und Ruhe haben. Ne? Das ist genau so mit irgendwelchen bestimmten Filmen im Fernsehen, wenn ich dann gerne mal oder so. Und ich sage, dann schalte ich die ab, wenn die mich aufregen. Mache ich nicht mehr. Früher habe ich mir den Kram mal angeguckt und manche sind mir echt zu blöde. Heißt jetzt nicht, dass ich hier abschalten soll. Hier kommt ja was anderes irgendwo, ne? Aber, das ist so. Stress? Ne. Kann tödlich sein. Der LS Zocker 17, geil. Hab dich abonniert und wundere mich, so alt und noch LS 17. Richtig, ne? Unser alter Moorla sitzt hier. Haha, kannst du mal sehen, ne? Ich hab einfach Bock da auf. Mehr nicht. Schon ganz, ganz lange, seitdem es den gibt. Moorla hat einfach Spaß. Siehst du, Marc sagt, er macht alle Traktoren nicht auf. Das stimmt eigentlich, jeder hat irgendwas, ne? Finde ich. Ja. Was interessant ist. Hm. Ist natürlich klar, wenn du jetzt einen Trager hast, den du jeden Tag in Einsatz hast, der Geld bringen muss und sonst irgendwann hast eine Kiste, sag ich mal, die ewig nur Mucken macht und stehen bleiben und du brauchst einen Schrauber und alles, dann geht das in die Kohle. Dann wirst du natürlich auch sauber auf das Ding. Aber das musste ich jetzt nicht nur Fan sein. Ich kenne hier aus einen Kumpel von mir, der hat einen Hof, der hat viel Yondere. Da waren auch reinweise welche bei den. Der hat er nachher in die Ecke gedrückt. Der hat sich dann ein Fan gekauft. Nicht so einen hier, aber, äh, was war denn das? Siebener? Siebener. Siebener. Der ist noch gar nicht so lange her. Der hat den Yondere weggeklappt. Der ist Schnauze voll. Wir haben jahrelang Yondere gefahren. Und das ging nur Elektrik im Eimer. Wollten Silo fahren? Bumm, Standardding. Ging nicht mehr. Dann hatten sie wieder in die Gänge. Wieder einen halben Tag gefahren. Bumm, wieder einen Arsch. Oh, hat er die Schnauze voll gehabt, du. Obwohl das auch nur das eine Ding gewesen sein hätte können, oder was? Das war so. Und dann hat er den verklappt und hat hier, Schnauze voll, hat sie einen Fan gekauft. Und da hätte er genauso viel Pack mit haben können, finde ich. Das ist wohl ein Montagsteil gewesen, oder was? Da stecken alle nicht drin. Jetzt sagst du von der Form und vom Aussehen. Okay, das mag sein, aber für mich müssen die Dinger ziehen. Und reisen, dafür sind sie da. Und wenn ich was, ne, elegantes, schnelles haben will, dann kaufe ich mir Ferrari oder irgendwas. Das heißt ja auch nicht Yondere, sondern sch... Schauen die... Mann, die machen die alle schlecht. Ne? Ich hab zum Beispiel einen anderen Macker, der hat hier, äh... Habe ich auch schon gestern, letzten Stream erzählt, der hat, ähm... Lohnunternehmen, der fährt nur hier und hier. Solange ich denken kann. Alles gut, alles fein. Der hat jetzt erst umgerüstet, ein paar alte hat er noch, und jetzt hat er die umgerüstet auf 7, äh... R7. Hm, Silo, den siehst du das ganze Jahr, da wird rumjogeln. Der hatte zwischendurch mal einmal die Trecker ausgewechselt, hat sich Lamborghini gekauft. Weiß ich noch, hier hin dazu fuhren, die immer bei uns hinten hin dazu, äh, Silo. Und das war, glaube ich, ein, höchsten zwei Saisonen liefen die. Und dann war, also zwei Jahre, und dann waren die weg wieder vom Fenster. Und seitdem hat er wieder Yondere, der steht auf Yondere, ist in Ordnung. Pech und Scheiße kannst du mit allen Kram haben. Jo. Ich finde ihn ganz nett hier. So von innen, schön gemacht. Ich gucke so ein bisschen auf die Grafiken. Ne? So, klar und deutlich, alles. Fein, schicki. Und ist gut. Einen schönen Waltra, können wir uns auch mal kaufen. Wollen wir, hatte ich auch noch nicht im Spiel. Habe ich mal ganz zu Anfang mit auf der originalen Map rumgejuckelt. Und noch viel, mal sehen, wo die so landesmäßig hinpassen. Ich sag mal, in England fahren sehr viel, denke ich mal, New Holland. Und, äh, ja, CB kommt dann nochmal, ne? So die Richtung. Aber da haben wir das Geld ja auch noch nicht. Später, wenn wir denn die großen Flecken alle haben, und dann brauchen wir Geräte zum Aziehen. Und ja, CB kaufen. Wann nicht? Wann machen? Und noch schön, T7, T8. Wiesse, MF, ja, die finde ich auch gut. Den habe ich ja in Landscape, so ein Ding, ne? Ein 7er. 280 Pärs oder so. Geile Sache. Pater fährt super, aber... Pater fährt super, ich habe den auf der Island Map. Ja. Island Map. Ja, siehste. Guck, das Stück Happy Ockweg von der Boa. Wann da den Abelgarten noch ein bisschen ausmähnen, oder was? Wo soll ich da liegen lassen? Für die Hosen. Kann man so ein Zunowal machen, wenn man so viel Ballen machen? Ja, doch, kann man ruhig mal einen Schlag machen, ne? Bei 200 Viecher, da geht es ganz schön mal drin. Clemens Nowak, haut rein, Leute. Morgen um vier, wieder raus, 600 Kühe füttern. Wow, wow, wow. Ja, süpi, alle mit der Hand? Das denke ich mal nicht. Ah, mein lieber Mandel. Ich mag Käse, Käse. Käse, ja. Habe ich auch. Hier, der ist gerade Inspektion. Der war ziemlich neu. Da muss eine Inspektion gemacht werden. Jupsen. So, das haben wir fertig. Pack ein. Pack ein. Oh, wie ruhig der läuft, ne? Hm. Kettraupenschlepper. Ja, Florian, doch. Wenn dir das Spaß macht, warum nicht? Auf alle Fälle. Für mich wäre das jetzt nichts. Da bin ich lieber so ein bisschen Klassiker. Vielleicht, dass ich mir so eine Kettraupe hier auf dem Ackerstelle hauen würde. Na, nö, dann spiele ich das so ein bisschen, was hier so abgehebt. So um zu, ne? Was ich sehe. Was ich hier umzusetzen. Äh. Ne, darum jahre ich ja auch nicht so. Ne, das macht man ja echt auch nicht jetzt. Mit 60, was das Ding läuft wie beim Ackerfahren und so was. Welchen Computer hast du? Oh, das ist alles zusammengebaut, selbst zusammengebaut. Das ist nichts irgendwie, ne? Fix und fertig oder so. Siehst du bei Christian Mayhofer, die haben fünf Fensterhause. Und er gibt sie nicht mehr her. Siehst du? So zufrieden ist er. Ja, und so ist das halt hier noch nie. Und das ist vollkommen richtig und gut so. Und liebe Kühe hat er auch. Ja, liebe. Liebe Kühe, ja. Ganz liebe Kühe. Ja, guck an. Na, kommt wieder der Spruch, wie ich in den Wald reinrufe, so schalte es auch wieder raus. Ne? So. Dann stellen wir mal eben eine Ecke, dann schnappen wir uns noch andere. Tüdelüt noch mal eben und schütten den Kram durch, da. Guck mal, es steht mal da, wir kommen hier, bin neu hier. Guck dich gerne um. Ja. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass du das gefällt. Jetzt nicht willkommen, ja, genau, von mir auch. Oh, hier wird geackert ohne Ende, ne? Na, wie ist sie da? Pass ab, du. Hier am Mors fährst du. Na, Rudi, was sagst du dazu? Eigentlich, hier in Holland nicht, da gibt es wieder richtig Geneve. Na, Rudi. Scheiße Englern, die scheiße Hinsaufe, da kann ich gar nicht ab mit meinen Daten. Warte, warte. Äh, niste, das ist auch Rudi dazu. Und haben sich aus einem anderen, ich weiß nicht, wie breit der wird jetzt. Thomas, danke schön für dein Abo, das freut uns. Aber immer noch, danke schön. Das Zoll davon, lasst mir mal, hier lassen. Ja, danke, Marc. Danke, danke. schmiedemanns geht runter mit dir und ab die post das ist ja warm heute wieder hilft nicht die luke aufmachen guck dich ob man ja auch schön von innen und so das machte so grafikmäßig und das schön sauber lecker scharf aussieht finde ich gut und das ist für mich jetzt für den ls auch ein kriterium fühle ich mich wohl macht spaß fertig freue mich dann immer wenn man so ein bisschen aus dem knick gekommen ist auf der map und dann sich auch mal so was leisten kann ob so ein oder ein bisschen besseren trecker sag ich mal und diese alten gurken da juckelt so ewig mit rum kennen einige youtuber diesen kommen dann gar nicht mehr raus weil die immer gleich wieder die map wechseln die knallen ewig nur mit dieser alten treffer die gegend wenn ich dann irgendwo muss ich sagen nicht so richtig trieb auf auf dauer und passt 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 aber nun das klappt auch mein nachbarn danke für deine tollen ls tipps hans ja was ich weiß na klar dürfte aufwissen alles weiß ich auch nicht aber eben halt durch die lange rumspielerei und rumfummerei auch mit den moods umstellen und machen im 15er und alles von selber doch wollte ich haben und hier um viel gelesen und gemacht und ausprobiert und dann ging das irgendwann und dann muck das bloß hier brauche ich das nicht habe ich ein bisschen aufgegeben jetzt also nicht nicht ganz aber mit schneller machen oder so hatte ich auch mal ganz zu anfang geht auch ob zock und ganz gut aber das passt schon ganz gut hier und auch dass der eine trecker dann halt mehr reißen muss wie der andere weil er weniger ps hat das merkt man schon extrem hier dinge und das finde ich wieder gut den muss ich halt sparen und mir einen kräftigeren kaufen ja siehst du das ist doch schön wenn deine freundin schreibt wenn du immer ihr zuguckst da sollte guckst du immer zu und dann schreibt deine freundin dir das ist doch auch herrlich klasse super und alle sind glücklich genau und guck mal hier im kreise da kannst du es auch erzählen da bleibt hier das ist doch toll oder das kann man manchmal noch nicht mal zu hause erzählen sowas weil dann gleich irgendwie verarscht wird oder was kenne ich auch hier nicht hier hat noch eine frage ja gerne warum kann ich keinen gastballen mehr als kraft oder benutzen bei mir geht das nicht mehr nicht mehr im 15 da ging das hier nicht weiß ich auch nicht warum aber hier wird wohl vielleicht irgendwann mal dieser ballen feedlings kommen ich möchte hier muss so strom heu nehmen so strom heu und rest mit silo auffüllen weiß ja eventuell ich habe da was gehört ich weiß noch nicht ob das spruch ist also ich will jetzt niemanden heiß machen dieser ballen feed mode im 15er wo wir dann den ballen nehmen konnten anpicken und er vor kühe schmeißen konnten aussteigen hingehen und dann offen maus drückt da rein und dann geht das auch wieder mit gras naja du kannst jetzt das gas nicht in den mixwagen reinschmeißen weil das nicht mit eingetragen ist als frucht das alles müsste man sich jetzt mixwagen nehmen und da das gas mit eintragen dann kannst du auch ob der das dann rein mischt zum mischfutter hin das weiß ich nicht du kannst hierbei die mischstation holen da kannst du gas rein kippen die ich habe da die blaue die krisper motor oder bei mahu glaube ich auch mahu hat auch welche da geht das auch aber ich wollte ja nicht so eine riesen betonlinge haben wir ja gebaut haben sondern diese lütze blaue da und die gibt es jetzt auch habe ich mir runtergeladen auch zum schweinevotter machen das heißt wenn wir den schweine haben und haben genug und vielen vielen viel hier nachher da hinten auf dem anderen hof demnächst dann wenn wir uns da auch diese mischanlage an leisten und dahin stellen dann muss man gucken find so die hier ist die blaue die wir jetzt gefüllt haben die chris beim motor und bei ls portal auch kevin jahren hat auch noch mal eine frage kann man bei dir mal mit zocken also das ist nicht wirklich möglich hier weil du weil die viele sachen fehlen und du die stories nicht kennst und deswegen spielen wir das mit unseren eigenen leuten wie die butcher später mal gucken ob wir denn später wie gesagt wir sind jetzt erst live ja so einer woche haben wir dabei gewesen ja wir sind auch noch und testen und machen der plan ist dahin dass das irgendwann mal gehen wird ja aber nicht nicht auf den dingern einsteigen weil du weißt ich mache let's plays auch noch und ich könnte morgen sagen ich mache jetzt let's plays weil das noch ein bisschen die community noch etwas anders ist die da guckt da sind nicht viele sind hier jetzt bei aber da sind auch noch weg über die hier nicht bei sind und die fragen mich dann auch immer man kommt immer wieder ein let's play und so und da fange ich jetzt wieder mit an letzte woche war ich lustig also nicht lustig wir haben hier mehr gemacht um auszuschicken und ich könnte jetzt sagen weil die sagen was ist denn mit brabant wir wollen mal wieder brabant sehen dann kann ich aber sagen so wir haben hier jetzt geschüttet angenommen wir hören jetzt hier auf denke ich morgen let's play macht dann pressen fertig das passt ich kann immer wechseln vom let's play auf auf live stream und von live stream auf let's play das für mich einfach das heißt wenn wir jetzt was neues anfangen würden neue story bisschen am grande ausdenken und dann geht da los oder einfach irgendwie eine map wo wir dann spielen mit normalen da brauchte die mods nicht jeder nimmt die mods aus dem spiel weil meine mods sind teilweise modifiziert noch mal der mod selber und dann nicht umgebaut aber hier und da ein bisschen was das passt doch nicht müsst ihr euch die alle schicken dass dort ewig das ging es reicht wenn du einmal heißt dann wissen wir bescheid genau aber sechs sieben mal ja es nicht sagen das gibt es dort eine ordnung dann bist du das kann man einfach zack vom weil ich bin und ich darf mir das erlauben da sind wir noch richtig human da kriegt andere da wäre schon lange ganz ausgeflogen aber da bist du vielleicht raus und kommst hier denkt man versucht wieder mal da passiert pech gehabt vielleicht mal überlegen was oder was das soll es geht nicht immer so einfach mit überlegen da musst du was da musst du zu haben so eine masse ach so da oben na ja ja das ding dazu wenig von hass ja dann siehst du ja dann scheiße wie nun auf der straße das ist dann so es kommt eine frage warum fährst du nicht schneller die anderen fahren auch alle schneller ich will schütten und nicht rennen fahren hier so macht ja keiner ihr versteht das ja ne weil der da hinten muss arbeiten hier der er soll das stück einer wir will nur trocken werden das hat er vor einer stunde oder schon gebracht mit dem hat mit dem märmords heiter ja so ja klar er meint das lassen viele am bett liegen diese messe da ja wenn man die denn überhaupt hat weil sonst kannst du aber nichts hast kannst du auch nichts liegen lassen das geht dann auch nicht erst kannst du nicht legen aber sehr gut wird die ordentlich von hier aus aber mag 7 8 4 gute nacht ich habe brauchen bis 21 uhr schule was da für eine schule sogar sind ja ganz richtig oder echt jetzt 21 uhr das von morgens an ja die wird nicht um 16 uhr anfangen nos nix und h咤ич noch niemand musik auf dem schlepper nee 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 nö können dich an machen aber ich monetarisiere wenn du was noch nicht tust kannst du musiker machen genial falls du weißt was das ist aber spaß gemeint weil wir wollen uns da dann auch ein bisschen mit verbessern und so vielleicht noch ein bisschen besser machen noch einfacher noch mehr live streams für euch und für dich und so also monetarisiere ich behalte ich ohne mit hönnberg das alles okay ja von 8 mark von 8 bis 9 schule bis abends um 21 das sei auch schon fast ein live streamer aber locker streamer alle fälle live erst recht nicht schlecht die sind doch bekloppt sind die da und dann wundern sie sich wenn die wenden wenn man denn als jugendiger immer mal durch knallt da bist du schon ausgeböhnt wenn du anfängst richtig zu arbeiten wenn du schule durch bist also schon burnout und da mal hinführende nix koker jacobs koker nick schlesier 9 auch gerade dabei supi und mir auch nick burschi was für eine schule ist das glaube ich fast jede fängt auch heutzutage mit an oder warten hauptschule ist eine karnevalssitzung das ist doch alles seinen gang hier prima schweine 87 wie geht's rudy rudy ich weiß ich hey rudy bist du da rudy was ist von mir wir wollen die leute wollen wissen ob du da bist oder was also ich nehme dann hast du doch selber das ist alle rudy ja dann hol dir doch welchen und muss ich nun zu kühlschrank gehen gehen geh hin und hol dir welchen na gut hast gehört wer geht erstmal hin und holt sich jetzt erstmal ein bisschen geneva und dann wollen wir gucken was wir gleich sagen kostenlos und umsonst christoph ja ich weiß nicht warum aber das wird schon richtig sein bei dir mit einem flüter 1500 ein tridium häckselwagen von krone passen 55 kubikmeter rein das rückt ja so weg ja warum nicht klar anstelle die ps hast anständig auch die ps auf straße christ das ding rollt ne wo zieht ihr den in oberammergau oder hier in ostfriesladen oder hier bei uns oder so das ist nämlich um riesenunterschied 55 kubik nasses gras und kram und tüdel naja das sind tonnen und dann oben da hier so steigung ich glaube dann ist beispielsweise auch immer die backe dick könnt ihr mir vorstellen 17 zocker der geht jetzt auch langsam zu bett muss morgen früh um von 750 mühe melken wo leute ist auch mal das ist der neue stall stehen die masse die menge und was alles und so weiter hast gesehen ja das war es mit schütten ich weiß wie bei wir hier ausgehen wir können ja eigentlich erst mal jetzt eben schwatten und das ist jetzt trocken oder muss ich das ist tatsächlich zweimal machen das ist kein unterschied mehr hat mir meine erzählt muss ja zweimal schütten nix aus anklagen mecklenburg vorpommern aber holla minio holla er hatte von 40 ps und wiegt 17 tonnen mit zwei tonnen gewicht vorne wir ziehen den in 7 nio ok ist nicht ganz so steigig das ist auch hoch und runter aber klar ok das können vorschein der land wird grube heute nur noch masse keine klasse die massen da sie ist dann wo ich mir oliver 1100 kühe die muss ich mir auf dem haufen vorstellen die alle platzangst kriegen meine hier guckte die mann wie glücklich die hier ort die für die muss gut ich weiß nicht was meinst du dazu die ganze flasche auf einmal die katze hat junge dass den scherbaum 9 aus mv 9 nicht zurück und so weiter da ging hei jan gaming moin was ist shit hat dass ich kein gras mehr als kraftfutter verarbeiten kann muss jetzt alle grasballen einwickeln du war mal manuela fliegen wir schon gebacken grasballen grasballen doch du kannst die grasballen nehmen die ganze machen und dann musst du daran denken wenn du dir in den mischwagen rein haust dann werden die zu heu was geht dann werden die zu heu weil der mixwagen nur heute hast du noch eine lustige geschichte von früher erzählen immer einfällt die wisst ja schon alle alle nicht noch lange nicht bis aus sachsen nur aber püppst du mal moin fk 18 moin philipp fischmann hallo meyer wir haben nur fans und 700 reihe die 800 reihe und die 900 reihe an einer glas terren will toll zu b jan gaming der schlüter hat radgewichte und einbalancierten aufbauen willst du noch mehr also alles hatte brauchst oder nicht weil ja gehe nicht mehr seit dem neuen patch was geht nicht mehr ach so dass man den gasten ja da wird sich was tun und wir meckern alle und dann müssen wir machen ansonsten können sie sich den mess an der backe nageln hier so einpacken einpacken ab auf die hoff und dann muss ich gleich mal mit dem finanzminister schnacken und mal gucken wenn wir das ding wegkloppen und sind pöttinger holen im vierer kreise bernhard le bernhard le grüße aus bayern bernhard wer so war gestern auch schon da glaube ich ja moin oder servus ne sagt man ja doch daniel aus friesland schmunzeln ah ja meine freundin will zu mir ja alt werde man ran grüße aus mit weiter wo sie dort hat wie den jodo es mir doch schon vor telt gewick also ich da tatsächlich noch mal mit denen aber rat um zu fummeln mal gucken wo man aber tolls übung macht das meister tja papa ober hat sich die gemeinde gerade mal angeschaut das hat er gemacht ja habe ich können wir auch von mir aus ich weiß es nicht muss noch ein paar mal rüber ich bin einfach rüber gefahren und dann schoss mir nur so durch den kopf ist doch wart mal zwei drei tage ab dann wird die erstmal zerpflückt bist du und dann gehe ich da eigentlich erstmal nicht mehr ran es sei denn ich nehme die map und bastel die direkt in meine story mit ein aber dann wird das zu viel wenn wir spielen wollen weil das schafft keine sau mehr wenn ihr weint wisst was ich meine weil das sind auch nur ackern können wir jetzt sofort rauf mit den normalen dingern aber dass nichts reifte müsste ich da ein paar tage vorlaufen sondern einfach nur wie die anderen ohne sinn und verstand einfach nur mienen und irgendwo und ps und dreck und hier haben wir unseren richard noch da gibt kein richard dann gar nichts das wäre der unterschied da finde ich doch eigentlich für mich persönlich mal gesehen finde ich das mit so einer story besser mag ich lieber haben oder auf jeden fall doch sonst ist immer nur drauf leistung leistung erst mal musst du nur power ist nichts was du machen kannst du erst und das ist gut so man kann sich doch so ein bisschen dann vorher zurecht fummeln und kann das schon so ein bisschen zähnen bild aufbauen nicht dass man dann nicht gleich so die original dinger macht das sind ja eigentlich ganz gute treffer bei die könnte man nehmen auch so hier und da noch ein bisschen was und wenn man dann wechselt ja dann irgendwie eine story dass man von hier dahin kommt das könnte man machen das wäre dann interessant das ist immer dahinter wieder zusammen kehren hier die rudy mit dem ding hier mal kommen egal wir versuchen das noch mal siehst ich gebe nicht auf ne ja siehst du luca sagt auch ohne hintergrund story ist das kein spiel finde ich auch muss man auch dabei selbst wenn ich hier oder früher hier alleine gesessen habe für mich mich alleine so gespielt habe lief im kopf eigentlich immer das ab was ich jetzt eigentlich euch vermitteln was ich jetzt raus trage dass genau sowas ging mir ab dann habe ich irgendwann gesagt du bin ich dazu gekommen ist doch mensch vielleicht hat ja jemand lust sowas zu sehen und bock darauf zu gucken und mitzumachen also wie ihr jetzt recht reden schnacken untereinander mit ein anderer mir wir miteinander und das ist aber raus gekommen und das ist erst der anfang will ich das mal wir sind eigentlich erst im live streamer erst ein paar tage allem an der gänge doch mit einigen leuten kennen wir uns ja schon aus dem let's play aber da konnten wir nicht ich sag mal ich spreche ja mit euch ich sehe das ja was ja gerade das interessante an der ganzen geschichte und dann fragen wir mich wollen wir hier waren wir da ihr wisst was auf den maps los ist wir sprechen das ab oder machen wir das doch eine tolle sache das wird man das das machen wir dies machen wir jenes tag tag bringt alles klack wird abgehezt die ganze dinge und dann geht das nach woanders hin und dann stehen sie rum und wissen nicht mehr was zu tun und dann geht es auch wenn ich so das im prinzip das gleiche und dann gehen sie wieder für nächstes wieder gleich gut ist hier auch irgendwo schon also es wird immer wieder mal geschwattet und heu gemacht und hast du nicht gesehen aber halt mit einem anderen hintergrund dann musst du zwischendurch mal nach wieder nacht nach richard weil dann nicht der besoffene ecke oder sonst irgendwas naja wo die kommentarische neue hast du auch nicht ruhig auch dabei jetzt hier in holland siehst du das hast du woanders nicht oder wird gelacht er wird getüttelt mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger nichts schließt ja praktisch eigentlich selber noch auf dem hof der ist abgebrannt vor 25 jahren oder so und dann war doch eine ganz lange geschichte hinterher ganz lange und dann bin ich da weggezogen aber ich wohne noch hier in dem selben landkreis wo das passiert ist mitten auf dem land das heißt wenn ich habe das hier so ein familienhäuschen ich war dann auch ein bisschen älter da habe ich nachher lkw gefahren nach unserem kram und ja und ob ich hier und macht das für euch wenn ich hier aus dem fenster gucke ich wohne außerhalb von vom ort sage ich mal denn ja dann geht das so ab das was wir hier machen sich da luna und ein kram kennen die alle die meisten habt ihr auch mal so ein bisschen mit silo gefahren und diesen tüdelüt und so soweit hier fragen auch ab und an mal hast lust und mache ich mal ein paar stunden und das gut aber nicht so fest jetzt thomas hahn wird uns auch erst mal verlassen muss jetzt ein bisschen augenpflege machen muss morgen wieder fahren gute nacht thomas was auch richtig so ein jetzt wird genau schön machen wir sind ja nicht aus der welt ja den hau doch mehr habe ich mir gedacht zu spät von mir nehmen mit weg wenn den hoch hast hier naja gut das sind die sind die zu lang egal ob der pettinger hebt die höher die dinge da hatte mir irgendeiner gesagt man kann bei diesem jetzt ich habe das vielleicht sei patch 142 abschalten wechseln schwarz kaisel heben 10 zu klappen mehr ist zehn das stadt letztes mal irgendwo drin dass man die einzelnen anheben kann ja google ich nachher meine weiß ich dass ja das war immer so eine meckerei das kommt man im 15er bei einigen oder 13 oder einigen dinger machen wenn du daran kommst hättest ihn angehoben oder muss wieder ganz gewaltig aufpassen dann kannst du wieder nicht lesen oder was ab king ok 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 ich mache auch gleich um ich war ein bisschen weise ich bin 55 und kein bisschen weise 66 war das nur die ist kein bisschen weise schiebt ihn da noch mit hin und ist gut misskrücke so zack was haben wir soweit bist du den mann von der marmelade marmeladenomi von twitch wenn du dann meins ich weiß nicht wie du meinst twitch kenne ich twitch tv wie alt ist papa aber wie alt bist du aber ist noch da ob sie aber ist noch da ja und sechmo so dass er doch schon duse ich will man dort guten abend zusammen wenn neu auf diesem kanal david aber einen wunderschönen moin 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 ne moin moin nicht schuldigung das war jetzt krieg wir ja hier ist lustig hier schön muxbos uns allen bei mir und wir sagen danke david für dein abo danke david da bedanke ich mir auch ganz toll ja püros waren und zwar ja moin ich finde die kuschelbezucht geil das cool ne haha der ist richtig kuschelig du kannst du siehst du nie schön die geneve trinken ja 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 den gibt es auch nur einmal dass der butcher kuschelbezucht das ganz speziell und dann müssen wir genau hingucken ganz einfach hat jede sauer ja herzlich willkommen ach so jupsen toll heinrich warum wenn du nur vor was vorgehen hoch machen willst musst du einmal v drücken und sobald der vorne hoch geht noch mal v drücken dann geht er vorne hoch ich hab mich froh ich hab das alles auf meine gang schaltung gepackt hier ich hab da jetzt keinen bock auf v will ich mal ausprobieren doch aber dankeschön für den tipp doch weiß wie das gemeint ist ne weil ich hab hier g 13 tastatur und hier ist mein mein mit knöpfe hier habe ich mir den ganzen scheiß auf lenkrad gepackt wo diese viel umpacken dass wir durch verarbeiten hier ja man das doch ne es geht ja wieder wohnert es braucht den verkehrt so gehst du an richtig dürfte ich jetzt nicht dabei sein bis zu drehen die ganze geneve den kopf ist das ist auch wieder da oder war noch da oder ja da waren wollen wir einen anderen youtube keine ahnung schnall ich nicht da gott moin hast du noch kaffee fragt diese beten ich will mir leider ein wenn ihr mir das erlaubt wenn nicht ich hole ich mir trotzdem ein richtig wenn ich mir das auch nicht erlaubt frage ich rudy und rudy wo du mir schon mitbringst von den kühlschrank ist heißt die bodel schon wieder ausgesoffen oder was das ist ja nicht so ein ding nicht ich weiß gar nicht ob wir da überhaupt noch geneva haben dort er hat es doch schon da hast du wieder was gekriegt du bist die jäger meiste mit ist auch gut ja ok du kannst du schnell noch laufen diese flotte gang weißt du bist du bist du zufällig bei war pene land ich weil kann sein aber ich kenne kein pene land will ich nicht weiß nicht was du jetzt was das ist müsstest du mich mal aufklären machen trägt nicht so viel kaffee dein armes herz habe ich nicht und holländer michael kennt ihr das in den holländer michael ein herz aus stein habe ich nicht die geschichte nicht vom holländer michael wer kennt die nachkommen die grimmeligen gebrüder waren aber wer hat das gemacht die rb king mein freund siehst du der b hat es hat er war hier nicht ich hatte gefragt was an moin moin das schlimme ist ich bin ja nicht aus dem norden michael hat ist wenn du hier durch den dorf läuft sie ist ja morgen allgemein morgen morgens mit abends immer auf dem klo gehen moin per die ist über durch ein dorf und da kommen alle opa oder immer nur sagen moin moin ist welchen lang wenn peckers mein moin moin wird hier verstanden als leck mich am arsch das hat heimrich mit wunderschönen worten auch erklärt genauso wie du das gesagt hast ja genau so ist es heinrich richtig so sieht das aus nein die jungen meistens die wissen dass wir nicht die fragen auch denn die kennen manchmal gar keinen moin aber so die ältere generation nur meine noch so richtig vom dorf also das moin moin und klatsch aus welcher an eine backe ja und dann sagst du nur noch morgen also wenn das wieder vergassend gestern hat ja mal fünf mal von opa und stockern nacken oder um puckel denn sagst du wollen und nicht morgen wollen sollen wir grüßen hier noch einmal fix sie hartmann sie liegt nämlich krank im bett und guckt unseren stream hier das ist doch super dankeschön ja klasse werde ich das auch gemacht auf alle fälle warum nicht wird es bequem geht ist eine gute idee aber ich will mit dem jetzt auch noch so ein live stream sessel bauen habe ich mal vor gehabt so liegenderweise und das darüber ziehen denn mit die ganze gerätschaft und dann kann ich liegenderweise hier schön mess und pc und eine ecke schublade wo die spiele drin sind und geht ab dann kriegen wir mich auch noch so ein ding zum liegen selber bauen und dann können wir drei wochen durchziehen oder irgendwie so ein chemie klote unter der interessante frage von von ronni was hast du eigentlich ein kaffee verbraucht in den 25 stunden streben weißt du das nach wo die was haben wir doch 25 cent 380 flaschen sie nehmen und 25 cent kaffee was habe ich am kaffee verbrauch kann man kann ja klar nicht so oft bin ich auch nicht nach unten gegangen nicht alle fünf minuten oder so jedes mal eine tasse und trinke ich unten noch ein schlück oder so und dann ist gut und dann bin ich wieder hier das fährt er wieder durch das immer diese hohen dinger du mann der karte zu viel zusammen das war scheiß deswegen guckte dem mist wieder aus dem anderen donker roller ja denn jetzt aus donker roller hat das hier mit morgen und morgen morgen ja runde schnacken zumindest ist es in dänemark so das hast du recht da sagt man nicht morgen nein da ist das heißt guten morgen richtig und hei hei heißt auf wiedersehen tschüss ja das zurecht ja das ist überall war aber nicht bei butcher in der straße ne da morgen durch los da musst du hatten das geben ich habe wo ich sagen sie auch gerne mal moin moin aber das ist ja aber das ist eigentlich dann eigentlich auch bei den alten auch mit leck mich am arsch gemeint weil das viele verwechseln das mit hummel hummel genau und das gehört nämlich nach hamburg hummel moin 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 hummel dann denken sie doch gleich gemacht mal patsch hast weg ja dann fragen sie noch dumm warum noch eine patsch gibt es noch eine püro mann der hat sich heute den fuß gebrochen du liebe zeit macht ihr da mal gute besserung ja junge 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 fuß gebrochen hast hast du hast da den muck jung und knickt befragt da den tonkopf bist du online nö ich nicht warum würde online hier oder bin ich online sind wir online mega live studio online so ist man die dinger aus werden können wir an arschlecken hier mit ihre zusammenfummelei hier so angeschmiert guten abend und liebe grüße aus klagenfurt ja da grüßen wir doch blieb zurück da aber holla ist ein wunderschön so das schmeißen wir hätten das aus einer egal wird eine linie von aquavit linie kennt ihr den der ist geil eiskalt oder wir wollen auch wie wilde nach rudy und für die büro mann erst vom gerüst gefallen oder liebe zeit hat es ja nee ich meine muss aber schon ganz schön hoch glaube ich nicht dass wenn die flunke bricht oder irgendwo festgeklemmt sein denn oder was das kann auch bei zwei meter schon passieren naja wenn da oben hängen so eine knack bricht ab da oder was das kann ja was geht ratzfatz darf ich mal gespannt was da rauskommt drei wollen muss diese riesigen dinger und drehkam ratte naja erst mal gucken nach und nach wir haben noch genug geraselt wir müssen da hinten leider in dem den meister düngen da vorne da weisse kunstiger muss darauf und dann ist gleich irgendwann und jetzt demnächst der andere reift dann können wir den schon mal ab tütteln und in der bga knallen da ist auch so ein silo drin 73 milliarden da kriegst nicht richtig voll aber man hat immer mal eine markt nebenbei und wenn das mein finanzminister hört ich glaube ich krieg den auftrag sofort das heißt das ding nicht ausgemacht kaputt gefahren alter mann und mehr du will ich naja wir werden sehen wir werden sehen was davon kommt michael michi bin und das ist michi gefragt so ich mal kann ich das lesen kauf dir bitte mal pauls das sind das sind ganz seltene schweinerassen wir haben sie schinken und speck oh ja mal gucken ob ich die krieg hier interessant interessant wirklich pauls habe ich auch noch nichts von gehört echt nicht vielleicht mal durch zufall weil ich gucke ja nun auch viel mal so fernsehen und youtube landwirtschaft noch sein dass immer so ein ding war aber so wüsste ich jetzt nicht im moment nicht was für cool ist einmal hin und einmal her kommt man anders endlich mehr bei bis die tage lds pics bei luca schlaf gut gute nacht wenn ich habe schon noch ausgedacht kevin hat die schulter aus der andere bricht sich die knochen die mann und ist da los bei euch sag mal was macht ihr den tag seid mal vorsichtig jungs ne ja das richtigen lazarett hier ehrlich mein gott hier ist ja richtiges kranken ach so ja ein richter ist so du genossen hallo mein süßer grüß mich mal wie meinst du mich oder war den auto die erst mal oder möchtest du doch der wesenstiel den arsch haben soll ich mit der kasperle spielen her sag mal und kleine schnuckelein aber dann live kleines süßes schweinchen du kannst du haben erzähl du genossen erzähl mal wie möchtest du das haben im popo dann komm mal oder kriegst du meine privatadresse dann treffen wir uns ab in schuppen mein freund nochmal sehen wir wieder rauskommt ich glaube danach sitzt du das nächste halbe jahr nicht mehr oder ein jahr oder so oder vielleicht noch länger ich weiß auch sicherer männer her das war es dann sollen wir noch ein paar betten aufstellen ich glaube dass wir bald nötig ne weiß man denn die haube oben rein mit dem roten kreuz kittel an und dann geht er rund dann kommt eigentlich ist hier nach anderen mal sehen wie schnell die wieder gesund sind jetzt haben wir es ja bald zusammen hier martin der haupt sich auch noch einen finger ab heute also nun lassen was heißt ja kein niemand anfangen holz kommen soll ich dich behandeln oder was bist gesund hinterher glaubt mir das ehrlich du stehst du mir auf männer dann wenn ich mit dir durch bin nicht du stehst du auf gar nichts mehr wie geht's da gegen oben hier ganz gut und jubi auch ne mir geht's auch gut ja auch schon auffällig hier heute das hatte so früher für trecker hanomag und iac martin wie das denn andere verstehe ich nicht im moment elite haha geil elite dann kann aldo genossen erst mal ne weile auf dem schwimmen nicht nur ne weile sind die nächsten 30 jahre so werde ich ihm den arsch aufreißen bis an die ohren da kannst du aber drauf verlassen so eine spezialisten das ist meine spezialität da glaubt man an ich war jahrelang beim bund ich weiß wie das geht so siehst du die placken so wie mir leid zusammen auch gut so viele gut so ein pack gemacht fertig fertig jup pretzen rosa denn mag er nicht mehr mit uns reden ja 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 cool siehst du ja ja kein nichts mit anfangen junge erzähl aber du gerne hast erzählt uns das doch allen mal ja 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 nee nee das zeugt bei mir wie im gehirn schwanger oder eben sowas wagen du musst morgen arbeiten ja du darfst mich behandeln alles klar gut schreib mal deine adresse rein ja die richtige aber und manuela kommt die hilft die sanitäter ja sicher die versuchte den arsch aber mit starre draht immer hin und her ziehen immer rauf auf die kiste hin die peitsche 29 so das wollen wir präsent wo wollen wir denn mit pressen mit dem fendt oder soll ich den class dafür nehmen oder den 700er kann ich auch machen was möchtet ihr gerne wir müssen jetzt einmal gras bei mal heuballen hast du richtig entschuldigung du bist ja der sanitäter bundel mich da stehe ich voll drauf guck mal da drin fährt da drauf abkuhl da sie machen klar schriftlich ein das gut klar dass das was machen wir denn fendt last 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 wie heißt die map north brabant around die hand auch noch geklemmert las da ihr zielst für die presse sie noch nicht kevin klaas noch mal 123 klas hat gewonnen für dich wird er hat was gehört klar sie haben und dann haben wir fast alle durch jetzt hier jetzt im moment eine gute sache den stellen wir erstmal eine ecke nach nebenan kriegt ihn alleine hinten so ja da kannst du mal sehen und die lüdingen der time dort auch noch in etwas angehobenem alter auch noch spaß macht da gibt es keinen kein alter wo man sagt so jetzt jetzt spielt man kein ls mehr oder sowas mehr quatsch das macht spaß und gut und deswegen machen wir das genau da haben wir freude dran und wenn ihr da auch freude dran hat dann ist das so herrlich das ist der sinn der sache genau und alle spaß haben ja mensch er hebt da immer wieder hoch da oben aber den haben wir ja in 25 knüppelt hier in der läuft gut wie sieht es dann aus wollen wir uns den optum wiederholen und den kaufen wir man das teure im unterhalten aber und habe das ist ne war damit dann hat heinrich aus 39er gut kann man aufrüsten ist mir egal kann noch ein case nehmen wieder der ist das ist ja unser der ist ja nur gemietet hier weil beide weiß ich noch nicht lukas das glas kaufen ja jetzt nicht aber mal gucken nachher oder nächstes mal und so weiter und von der mache hier habt ihr letztes mal auch schon gesehen lange lange finde ich den ganz nett hier also haben sie schick gemacht seine arbeit gut gemacht sieht lecker aus von innen hat es mir gut gemacht ist mir die wunderbar recht lenkrad hätten bisschen anders aussehen können aber naja gut ist ja auch nur mod kommt noch nächstes mal kommt dann ich glaube die wollen auch irgendwie klas hier mit rein holen oder was ne da klas klas was sagt ihr zu c und c was das handelshof oder was entschuldigung werbung weil den kies sagt er tobias muss ja man muss nach kohle kommen was recht tobias mal abwarten was da kommt elite fertig genau wenn du mit ihm fertig bist kann ja gar nicht mehr ordentlich richtig man hat über halbmeter ein bisschen stil nach schon spielst du mit den kass von der röse vor allem wenn ich auch noch dazu abfüllt mit geneva schon kann man sich in der landwirtschaft nicht das ist richtig aber wenn der flöten kaputt ist und gebrochen ist dann ist der kaputt punkt so sind das gut wir wollen das jahrzehnt jung abklemmen jo jo hab ich ja so ein ding da achten nur noch gar der los hier die dann macht mir ballen wo die bilden sie du frisst alles auf hier geil darf nicht zu schnell fahren muss auch eine chance haben da gut das ging gute nacht schlaf gut und räumen was feines ich meine soll im november kommen ein rief was meinst du damit die klasse geschichte hier oder kettel und jobs immer sinnig immer sinnig in erster linie dreht sich das hier lecker dort um und das jäger meiste stimmt und die die geneve in erster linie muss gut aussehen spielen schöne landschaften und kamen und wenn der eine besser wie der andere ist mir dann ja nicht egal ob das nun ls ist oder kettel und jobs heiß oder mal holen rein schmeißen und einfach gucken was der macht und wieder aussieht was habe ich dafür möglichkeiten andersrum würde denke ich mal persönlich bis november oder oktober wenn das kommen sollte bis dahin ist noch viel wasser am berg runter gelaufen da sind noch viele viele morgens die geile sachen machen mal gucken christian ja das ist natürlich schlecht wenn er hat er denn in kur ist und du hast schließt da mit der gebrochene hand und sonst unter den hochschmeißen das ist nicht einfach dann los weg mit dir muss ein freund holen zum helfen mal oder wat dafür sind freunde da in dem moment bis hier mit anfassen unterstützen brauchen dann sieht man freunde sagen mensch kaum kein problem dann lernst du die kennen da ja pack mal jemand an hälfte beim fördern oder sonst irgendwann alles gut aber richtige freunde sind rar gesehen wer braucht hilfe ich bin sofort dabei andré ach so du fragst in die runde ich bin auch alb also elite joggen ich weiß jetzt im moment nicht ganz genau warum wie wat aber das wird schon stimmt das ist christian hat wenig seine freundin da zur seite das ist schon mal was siehst du das ist alles wieder in ordnung erstmal kuschelt man beten und dann wird auch alles wieder da hole ich mir erst mal ein anderer macker hier auf dieser map und das wird zu groß der mann mit zugriff zu viele um an der letzte hälfte liegen wo sie die dinger dann kommt weg der schwatter die bildens hier wo die melden liegt ja noch liegt ja noch die hälfte da ja das ist der frische nicht auf einmal auf die die schwatten sind zu groß auch mal eben mal weg und den pettinger vom 15 habe ich auch noch drin den vier schwatten kreisel ich glaube da sind die nicht ganz so breit dann also dann nämlich gar nicht so viel auf dann hast du zwar eine volt mehr nur da kannst du doch vernünftig über weg juggeln und kriegst du auch gleich mit alle den ganzen scheiß hier das ist eine krücke nochmal scheiße und hier hatte ich auch eine andere map schon mal oder geht das gut rutscher gibt es nachts im krankenhaus auch was zu essen ne eigentlich soll man da oben und sich erholen ein bottel wasser und sonst war das was dann ja in genevo in genevo oder die rute über so eine tasche mit ne und ich komme wie ich saufen dann kippe ich mich in den tropf in genevo naja das ist nicht gut das ist umständlich ja dann gehen dabei und verbreiten jetzt die verbreitern die schwattaufnahme aber auch ich kann ja vor die macht das sonst gut die sind einfach zu groß die dinger das genauso im 15er mit dem mit dem schwattro 2000 von diesen sechsfach kreisel habe ich dann auch mal genommen große flächen ist natürlich der haft viel zusammen einmal aber das hat nachher zum schluss sind auf der schöne weg der 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 ladewagen aufgenommen und das ist 73 mal hin und her fahren das fand ich blöde habe ich ja weggeschmissen bei dem anderen musst du zwar ein paar mal mehr hin und her fahren mehr schwatten machen aber dafür werden die nicht so groß weil der nicht so ganz so viel zusammen knattert hier und dann kannst du das auch vernünftig aufnimmt dann langsam erfahren sie ist so bringt auch nichts in echt eventuell da wird so eine wirklichkeit wird sie abdrehen am radel so der muck den kids boos da wieder die hälfte da muss ich jetzt mal leben noch mal nicht er geht weg der riech hat mir angeschnackt was los was auch ein trauriges brot das ist aber ein anderes krankenhaus glaube ich das ist ein anderes fenster drin irgendwie habe ich mal gesehen ne mit eisen vor ja ja so gesiebte luft ist er ups du romann ja willkommen zurück ein wunderschönen na was wird gleich geschafft den anderen mal eben und dann wollen wir die bauen und oder mal eben gucken wie weit die damit wenn wir sagen hier mit mit dünger sind da was nicht zu hoch kommt der scheiß dann machen wir das mal eben und dann ja kohle müssen wir auch nicht was überbehalten mit häxern mieten nachher ob heute oder nächstes mal ne hier weil das werde ich denn hier im let's play nicht machen äh mais häxeln das wird ja ein spektakel das können wir denn ja schön im 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 live stream machen oder findet ihr auch ne vor allen dingen let's play bin ich ja im moment ja auch bei tante ilse und eure knute das seht ihr oder habt ihr gesehen und das wird ja noch schlimmer und alles und ja mal gucken aber so alte frau ne ne tante und so kann es auch nicht einfach kannst du dich einfach hängen lassen ne die fing so richtig an da nicht so einen general raushängen zu lassen man man das verlieren noch ein paar püttels an gras bleibt das jetzt heuer oder wird jetzt die ganze dingser gras keine ahnung so fertig muss auch noch geklappt der muss immer raus hier burschig ist auch der meinung mal sex und lieber livestream ja da haben wir mehr zeit ne das wäre jetzt das ist ja auch mal angehender das ist ja hinten die ganze fläche darum wollen wir noch mal gucken dass wir da vorne ab noch mal eine runde und dann kriegen wir doch nachher ordentlich ordentlich war drunter auch in den bild gar rein und immer gucken vielleicht mehr player verbar mit leo oder was oder oder hier kommt mit oder bis dahin mal sehen und ansonsten hatte ich auch gesagt mit wenn die keine zeit haben oder irgendwas dann kann ich das mit nach vormi machen kein problem gehen wir hin da wird schon lockere schöne zehn mal rauskommt ja lukas hat schon wieder freude die nacht ist ja noch jung jojo das andere hatten wir haben bilder und letzte woche ein bisschen versuchen uns zu normalisieren ob das geht weiß ich nicht oder ruhe immer wundern normal live stream bis zum letzten zuschauer also das werden wir wohl nicht hinkriegen dass die schlafen zwischendurch immer abwechseln ne 186 noch jetzt oder schon halb eins überlegt mal in der woche arbeiten schule und alles und dann muss man schlafen nutzt nichts blödsinn machen da kommen wochenende aber dann müssen wir hier nicht auch ein bisschen higher machen vorweg weil ewig dort geht nicht was gegen die natur und in der tour ins handwerk forschen das ging schon immer nach hinten los so oder so oder was sagst du dazu rudi ja so lange ich meine geneve habe oh man doch jetzt ich gehe und sage geneva da hast du mal was anderes im kopf ne siehst du de pannkuchen da viel pannkuchen schmeckt wie lecker in holland mit geneve dunkel obendrauf weißt du geneva dunkel jetzt mach ich mir selber oh man naja ich den placken will ich auch mal haben du musst doch rüber fahren potter blöde scheiße hier noch mal den dreck hier diesen alten das kriegt langsam kann werden dass ich langsam die moden du den hau ich gleich weg als nächstes da geht abend nach ich habe schnauze voll mit dieser dreckskiste da weg 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 obwohl das eine breite ist wie hier zusammengekehrt hat mit dem mager das nehmen wir nicht mal nicht mal ein ladewagen vernünftiger auf ganz langsam mal gucken was das macht auch nicht das wäre ja eigentlich logisch steht lässt auch die seite liegen sie sagt dann einfach die auf die aufnahme breite nicht normalen spanner hass oder so denn kundelte da auch so durch das kein problem muss zweimal entfahnden das nix tja burschi dann hast du das ja fast geschafft das letzte mal fünf minuten bevor wir aufgehört haben ist er eingenickt man beim 25 er denke ich mal ja es ist ja 24 gemacht also die 24 mitgemacht denn ja da hast du fast alles gesehen das war ja das ding 25 war ja nur unsere arbeit fertig machen wollen sonst nix ist ja nicht dass wir jetzt unbedingt noch mehr und noch mehr oder irgendwie bei so wie die anderen quatsch wir heute nur das silo fertig haben für jetzt hier wo das hat halt noch ja eine stunde um beten gedauern ja hanrich muss auch raus dann muss morgen früh los ja hanrich vielen vielen dank für heute abend ja auch schlaf gut das wieder gut mit einem wissen hier was machen können auf alle fälle alle auf jeden fall ja und immer danke für deine meinung und komm gut ins bett und schlaf gut von mir auch heinrich schlaf gut von uns allen der ganzen community hier los gute nacht onge heinrich er ist doch das muss jetzt mal ein bisschen onge heinrich das gut da kann man sich mal anlehnen kann man da jubelig gleich wieder zurück dann such mir die hälfte wieder noch mal den dreck da um egal nicht ergang bringt nichts recht ab scheiß da es liegt auch noch eine ballen den wie genau da wo ich hin will der felder und einheiten raus die wohnen wenn schiebt dann richtig ja das kann auch gleich mit weg die wohnen sie Heinrich Schluckbrot, Lechtidol und Trömmertschönes. Ja, Schmididol. L.U. Genossen. War das nicht der Popo? Oder nicht? Michi? Das L.U. Ja, das kann gut sein. Das war aber der Popo-Mann, ne? Ja, der freut sich noch. Ja, macht doch nichts. Aber guck mal, wird doch jetzt noch ruhiger. Jetzt nur noch ne Fratze. Ja, es wird alles. Und wenn nicht, kommt nur den Ofen. Fertig. Wird doch recycelt. Ja, schon ganz andere Sachen nicht hingekriegt. Ach, Vater. Als Landwirt, Viehzüchter. Micha? Ja, das kann bald anlaufen. Mal sehen. Was machst du denn, ne? Irgendwann. Jo, jo, sicher. Wann denn? Jo, oh. Ja. Jo, jo. Da geht alles seinen Gang zu, irgendwann, ne? Siehst du, Manuela weiß das auch noch. Ja, das war Popo-Mann. Das war Popo-Mann, siehst du, sag ich doch. Guck. Stock im Arsch abgebrochen, ist alles gut. Du genossen, ich bin eine Frau. Wer? Popo-Mann? Ja. Ja, cool. Siehst du, wie du aus der nochmal wieder rauskommst. Wer ich? Null Probleme. Und? Ob Mänlein oder Weiblein. Die kriegen alle mit diesem Stil in den Arsch, wenn du jetzt gerne haben möchtest. Auch als Frau. Man ist aber sehr versorgt, wenn du eine Dame sein willst, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und wenn nicht, da stehe ich nicht drauf. Also. Tschüss. Ne? Wenn du die anderen länger gesehen hättest. Butcher seine grünen Gummistiefel mit rote Strapse, ne? Lacklederkleid und die Perücke von Oma auf. Das geht aber ab für den Markt, du. Naja. Hast du, ne? Ich bin meine Frau, ich bin eine Frau. Ja. Und ich bin meine Oma. Das so. Schick mal ein Foto von dir eine Runde. Aber nicht irgendein echtes. Ein liebesartiges. Ja. Burschi, das ist ja... Das wär mal was. Na. Wenn wir beide zusammen datteln hier. Na. irgendwie kribbelt mein rüssel im sturm mal gesagt ja auch sturm ist erst wenn die schafe keine wolle mehr haben das kann schnell passieren wenn ich dann diesen krieg ich stehen die nackig am reich einmal die wolle weg ja wie bitte frau die ist verheiratet hat zwei kinder ja siehste dann hat sie sich eben spaß gemacht und dann ist das auch gut und das im wiesen ernst ist jetzt mal endlich das ist doch feine sache kommen wir doch schon langsam mal auf einen nennen und wie heißt er jetzt richtig gabi oder wäre auch nicht schlecht und dann haben wir alle eine tolle sache alles gut dann können wir trotzdem blödsinn machen natürlich wie sie sehen sehen sie nix sondern die dinger fertig und gut so spät haben wir denn 0 38 halb vier ist das halb vier wie war das ist nur vier stunden und 51 minuten unterwegs nur so zur info siehst du luke heißt susanne dann haben wir es ja klasse susanne das finde ich toll ja das ist das ist jetzt freue ich mich wenn das stimmt alles freue mich und dann wird es auch lustig und macht spaß miteinander untereinander für einander wir sind alles erwachsene leute genau nachher und sowas was eben da 22 uhr nicht bei pampers bombo so wird nicht und wenn man das dann noch einhält ist doch alles gut ja und dann können wir blödsinn machen ohne ende das ist der sinn der sache spaß haben blödsinn machen speske ja gibt doch genug leute abzüllen walter höhle die mani ja gut was anderes kommen aber andersrum also näher sowas gucke ich mir nicht an gibt's aber dann ich gehe raus und dann bleibt die türen spalt auf eine kruppe kenne ich alles das hätte er erzählt ne dann lädt schon mal richtig ab und dann läuft er denn hinter der tür da hat wasser die beine runter ne aber ja das gibt es alles normal alles menschlich alles natur wahrscheinlich könnte alp den pampers bomber ausdruck noch nicht gefällt die windelschleuder pampers bomber er ist ja alles so ne oder oder das sind ja so die ganz kleinen denn sollte man also namen sonntags nachmittags um mittagsschlaf ich sag mal so ab ab 23 33 treten die dann in aktion hier weil von zwölf uhr mittags essen bis nachmittags muss man ja mal so das sind die und die anderen was sind denn die nicht bad träger weil da wächst noch nichts weiß er nix möchten gerne rasieren sich wie die weltmeister aber ist nicht gibt's noch nicht dort sind die nicht bad träger das sind ja so von mal sagen wir sieben acht jahre bis pubertäre erste freundin ist agne kennst du agnes oder so ähnlich ne gibt's auch immer so ein bad kommt dann kommt kein bad ne das ist ja altes chinesisches sprichwort da also ist alles ja das normal ist das gras wächst nicht schneller wenn du dann ziehst ne oder wie bei mir zum beispiel ist die brust auch haarlos aber das sage ich ja mal wieder ne wer denn schon mal gesehen dass auf stahl haare wachsen guckte du denkst du mein schiff fährt davor bei voller haare ist das denn noch nicht gesehen als bleistift ne was soll man denn so die pubertieren kann man ja so außer disco ist man eben schnell denn in scheißhaus und dann wieder die pickel selber raus und aufhören länger aber aber damit retuschieren und das sind wieder die müssen denn so ab 22 uhr in die knacke seit ich dem butcher live seit dem butcher live geht habe ich kein tv mehr angehabt nach mehr und mein gz kündigen von sparen er weg den scheiß willst damit stinkbombe geht auch sagt stinkbombe wofür meinst du jetzt für den pampers bombarder ja sicher ja 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 auch gut auch nicht schlägt wieso richtig da so ihren spinat da hinten abseilen dann wieder ja was sind die denn so ja und so wird das aufgeteilt wir sind die alten säcke und so dann dazwischen ist das normale fußvoll so hat wieder ein zweck oder noch irgendjemanden so placken sehen oder wieder achten sie doch ganz gut aus würde kommen noch mal ein paar wegkriegen hier mit ihr einkommen wenn ihr wollt und dann so hätte ich den jünger hat und das ist auch recht pampers bomber ist eigentlich auch ein ausdruck für ein großes auto ja genau die jungen schön suv oder was richtig passart kombi klassik und zwar der ausdruck kam von mantra man da von til schweiger richtig weil sein man da verscheuert hat mit seiner freundin kind gekriegt hat und musste sich pampers bomber kaufen folge 2 oder so ich war oder jedenfalls die letzte da kommt der pampers bomber ja und seit dem volksmund passart kombi pampers bomber hat der opa alles weiß jahre sind nicht einfach spurlos haben wir vor rüber gezogen so den rest daraus zack zack klappe dick affe tot aber auf dem hoffen mal gucken so ein beten was gift hat wenn er noch mehr machen wo erst mal langt hat denke ich mal und susanne wie soll wie sieht es dann aus jetzt so 1 gott 6 moment der das wird wie das mein ernst jetzt ehrlich ich finde das toll was er gemacht hast und wir anderen auch nicht ernst gemeint dass ich das gut ja das kaffee am start als ich muss ich habe und noch wegen ja ganze kisten kiste weil ich das gekocht kann und so wasser hat blubb blubb butscher braucht eine eigene sendung wie gemis next super ls youtube leute was nicht ist kann alles noch werden wir sind alle nur am ganz kleinen anfang mal sehen was uns noch alle im kopf kommt mit allem mann dann macht man die sendung oder was weiß ich mal sehen den nächsten schritt ist eigentlich erstmal wieder zur normalität treten 24 stunden haben warum das war wie gesagt ja auch nur ausprobieren mit allen drum und dran das war mal gucken und dann so ein bisschen so mal zu einer festen zeit hin da hatten wir erst auch das thema schon und da sind wir glaube ich irgendwie auf man dann waren das dienstag und donnerstag freitag wird viel gestreamt nicht deswegen ich kann doch abends oder sonst ihre zeiten dass man da mal gucken dass die windelflitzer dann auch mal ein bisschen gucken können aber dann in den abend hinein aber die zwei über 22 uhr kommen für uns zum ablacken und blödsinn sammeln und sowas und christoph da ist es auch wieder furzen mit durchfall es war auch mut bist du ja ja das stimmt ja ja genauso wie die kunst nicht den schiss an nagel aufhängen kann sie mal ausprobieren oder einen runden raum in ecke scheißen das auch nicht immer schaffen im jahr zur normalität zurück alles klar 48 stunden kommen das ist so was anderes aber so für in serie gehen sage ich mal let's play wollen wir auch gucken da sind auch einige leute die möchten wieder let's place haben und haben schon angeschrieben da habe ich ja nun wieder angefangen morgen gibt es wieder ein und dann ist wieder ein wieder ein muss ich aber auch machen so sitze ich dann auch noch außer der reihe und spiel hier nochmal rum ja und wenn wir das auf eine rolle kriegen also letztlich jeden tag oder den zweiten mal gucken und dann zweimal in der woche das unser namens ist für uns offen da können wir uns suhlen in den stunden nach 22 uhr den blödsinn raushängen lassen ohne ende und also scheiß kann man machen das können wir natürlich in der woche aber da muss auch wieder arbeiten also auch ein bisschen dran denken letzte woche dass wir auch drüber nachdenken ist dass man vielleicht auch mal sonntags morgens oder oder gegen mittag da man auch nicht macht das offen kann man sonntagmorgen null thema was können wir uns in der absprechen so das ding ist gut die können eigentlich mal upsala mal eben mit wo war denn die wachstatt wachter ne hübsen aber da steht jetzt alles rum der drescher müsste eigentlich fertig sein dann stiebe ich noch mal eben dazwischen müssen die ja immer im abschmieren bieten dann ist die weiter sofort fit für diesmal glc zocker sagrat in schweiz putscher bei uns ist das sek team mit einer ak 47 ballert hier herum was soll ich tun nehme die ak 47 weg und schickt die jungs nach hause ganz einfach was wollen wieder ja sicher wie sie ganz richtig das war oder was kann man nenne glaube ich nicht oder die lc zocker sagen die seid ihr nennen fabian und ne und ruben ne war doch so richtig bei den nimmels ne ja 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 alles klar gut ja natürlich und gleich kommt noch mit ist mindestens noch eine brigade panzer weiß ich luftwaffe ist auch schon unterwegs naja alles klar ist gut ich glaube ich das so wie sie roten schalter haben wir auch schon in der hand ja wo die lasst man drin die beiden das ist sowas wie 20 teilweise auch echt lecker echt lecker die zwei diesen bei durchfall wenn ich nicht nur sich unter meine nase zu stellen das gefährlich ok und würde nichts dagegen was ist der unterschied zwischen einer frau und einer kreise keiner rutscht man ab ist ja 155 likes und 7 dislikes noch ein paar dislikes oben drauf wenn ihr bock habt leute weil die zählen auch so nach oben hin bei youtube es war nur so am rande wenn ihr mich ärgern wollt oder dann lieber gar nichts machen ist besser weil nur moralisch kriegt ihr mich mit den sieben dislikes mit sich einiger marsch da komme ich ja noch bei hausen russer noch besser butcher was ist der unterschied zwischen hühnern und frauen hier sind frauen dabei hühner sitzen ruhig auf den eiern nicht gehört echt hallo kann ich schlafen mag mag was aber ja schon so wird eine warme nicht schlafen und dann war mir nicht dringen scheiße jetzt habe ich keinen keinen ballen hänger hier nicht da muss ich den nehmen hat ich noch irgendwas zum ballen hunde nee nee muss ich den abladen gut tun wir den abladen weil sonne ist schön heu ist fertig heu muss rein das regen kommen machen also wieder nass ich habe ja noch so zacki zacki zack und flitze kack welche wollen wir nehmen die normale zum piken oder unsere kärr farb erzähl ihr dürft liegen aus wach ja kärr farb putscher und so auf einem hof nie nicht mehr früher hatte ich ein sieben in der ecke die dinger hoch den hänger hier ja david brecher die quatsch ich bin dann bekloppt schönen dank dass du hier gewesen bist ich habe morgen für ältere damen einkaufen ja wir wünschen uns eine gute nacht die wünschen wir dir auch mal zurück ich hab doch einen ballen hänger haben uns doch gekauft hier man ich weiß auch selber nicht mehr herum steht wir haben noch den fliegel haben wir doch der sagt warum macht er das denn nicht man wir haben noch den fliegen haben wir doch alles wir haben doch alles was wir brauchen welche in der ballen gabel durch nehmen da kommt nicht an ich sowas automatisch aufladen kann ich auch machen das ist ober easy die hildebrand tschüss muss morgen auch früh aufstehen da habe ich hin da keiner ist kurz ja schlaf gut und träumen was fein ist da jetzt keiner sich dazu äußert welche bein gabel höre ich auf herrn lehmann der hat gesagt soll die nehmen das ist so die die du immer hast die ich immer hab ja ok machen zu den aussteigungen was steigt denn da aus mutter das maximale super rade agrar produktivität steht im prinzip roken war die dümmsten bauern haben die dicksten kartoffel ich habe ganz dick jahre wie so dick assenfußball höhling man powers geil ne oder was wird es den anderen haben jetzt hier den ic da sie soll in jedem stream und jeden let's play ist überall mit dran da so gut ich finde den lönnen erst mal warum nicht der muckst bloß die lötchen bengel hier ja der hat doch schon viele arbeit nur so kleine haus und uhrfuhre ist das richtig so von hand auf laden oder automatisch dann weiß ich nicht was ich gleich noch machen soll ich dafür fertig bin doch weiß ich es kriegt nur noch schrot von trete ist schon alles bestellt ja siehste ich meine freundin können nicht schlafen warum nicht sofort dran oder und mich hat's kapiert zum auto von handel automatisch was automatisch soll ich machen auch wenn ich mal ein vernünftiger schlepper nicht so ein ag schrott richtig automatisch noch einer von hand auf laden butscher das ist auch für hand ja wenn man da 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 automatisch und da 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 auto 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 alb sagt mit von der donkey von handel dass du vielleicht donkey kollege hat das wort im moment tut mir leid muss ich mal machen weil das war nämlich eine absprache zwischen donkey und mir schon seit mindestens nach man das nicht sechseinhalb wochen oder so ja mit von da mit der hand hebst du dir einen bruch nein nicht mit der hand nein ein automatik macht macht der hänger hier automatik aber ich mache das von dieser wir können ja teils teils machen hier dahinten haben wir noch ein agg der computer zusammen recht aber ich finde so ein bisschen weilen packen macht mir spaß realistischer von hand ja obwohl kommen wir haben wir schon jetzt die ballengabel nicht die da so einfacher geht ja burschi du hast recht finde ich auch echt ich benutze das höchstens mal wenn ich eine zähne vorbereiten muss zähne ja das mache ich auch mal eine zähne so morgens und vorbereiten wieder rein alles noch fest leider eine zähne vorbereiten zum beispiel wenn wir da irgendwas gemacht haben dann nächstes mal unterliegen noch ballen und die müssen wir eben schnell weg dann nehme ich den und dann räume ich mal eben aufgefahren dinge an der seite denn meint das natürlich jetzt in dem moment nicht habe ich ein bisschen zeit und kam dann mache ich das liebend gerne so auch für mich alleine für gut entspannung bei tolle sache das sitzpass wackel und hat luft let's place war gut hat spaß gemacht fast an tanel sie geguckt naja das nach dem knochen wird morgen weiter damit ich kann nicht gedacht dass sie mit 85 noch so aus dem rohr kommt auf einmal so in den jungbrunn gefallen ist ja die ist noch richtig frisch geworden meine fresse lukas moment wer ist da gerade einer dabei gekommen hier gerade aufgestanden jetzt an hause gekommen wie auch immer jetzt ach so von von joppe ja okay gibt's doch klar ist der putscher kann zum glück mit frontlader arbeiten macht spaß sich das anzugucken ja du siehst du kock habt ja auch was feines mir macht spaß euch macht spaß das scheiße der putscher verkehrt und auch kogeln knick in die linse das passt nicht das nicht gerade das mag ich nicht aber nun lukas ist immer noch nachher wie alt bist du lukas 35 naja ok 35 minus 20 ja sicher unter mara passt 15 ist lukas habe ich gehört was war fast du kass wer ist das war der ist 15 jahre alt ja ja wir wissen doch gar nicht wer lukas ist oder ich nicht ist lukas ach der lukas ja und wie alt ne ist doch muss ich doch nicht wissen oder soll es so persönlich mal was brauche ich nicht wissen es kommt dann bestimmt auch noch jemand von von hier dings hier dass er dann nach 22 muss jeder erstmal denn sein ja genau das kommt dann auch noch siehst du aber pass mal auf was die macht hier das nämlich eine zaubergabel ihr wisst genau was kommt jetzt ne pass auf zack müssen wir darüber dann passt gleich mit nachbarn hier das ist nämlich die uri gellern gabel hier wir kennen uri geller nur dies noch gerade die forke hier privat gabel von uri geller nicht die ist krumm alles krumm ja manuela recht hast du mehr normalerweise müssen sie ins bett ob die sonst von zu hause aus kuppern dürfen oder was weiß ich eigentlich egal ob da krass waren eigentlich hast du ab dem bett zu liegen und zu schlafen ja normalerweise ja 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 den kriegst du nicht gerade hin das wird schiedig wird hat richtig anpacken dem mangel jörner wieder gleich was machen oder lange nicht gemacht dann für die übung wieder was kommt jetzt hat er verspielt ja ja 2 2 Ja, siehst du, Lukas, der hat morgen keine Schule und er kann nicht einschlafen, möchte es aber so gerne. Wie kann er das an den Sommer? Der Schlaf ist mal ein und alles. Keiner hat Schule. Ja, sondern Ferien. Ferien? Was denn schon wieder? Was nennt sich die Frühlingsferien oder Frühjahrsferien? Welchen Landkreis kommst du oder Bundesland, sag mal? Ich denke, jetzt nur mal meine Zeit zurück oder so, ne? So Schule und Kram. Da hatten wir eine Kartoffelferien, das war im Herbst. Das war die großen Sommerferien und Ostern, ne? Und so ein bisschen, ja, die Pfingst und Tüdelüt, das war aber ja nicht viel. Die Ferien, hörst du, die Ferien, keine Schule morgen, warum nicht? Leerer, krank, kein Bock und all so weiter. Streik und, ja. Was ist denn los, der Mo? Was? Mann, 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 die verblödet da alle. Ah, nö, die guckt ja Butcher. Eben, da lernt man was. Ja. Das ist bestimmt pädagogisch, wird das noch anerkannt hier, der, äh, irgendwann hier. Pädagogisch, sehr wertvoll. Ja. Kommt das denn? Hä? Siehst du, heiße Milch kann schon mal helfen. Das ist so meine Idee. Doch. Dann kannst du schlafen. Habe ich auch. Schönen Löffel Honig mit rein, musst du da machen. Doch, das war. Milch ist gut, beruhigt. Ein Augenblick hinsetzen oder vor die Tür gehen, frische Luft, in die Sterne gucken. Es gibt Brumme und Gedödel hier von dem PC, mal ein Augenblick, dass meine Herren, ob wir vor dem Weg gehen. Ein Augenblick runterkommen, ja. Richtig, und das ist gut. Ne, gar nicht, einzigen Dank. Ne, Rudi, wie machst du das? Kommst du auch so? Ja, das ist auch eine Ölschung, eine Flasche sie nicht, wird schön, lecker sind die Stirnekugeln dabei, eine schöne Zigarette drauf und dann fertig, ist alles gut. Ei, 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 Pedro, ganz ruhig bleiben. Na, was los ist da? Aha. Na, man braucht so Aufmerksamkeit, Pedro? Na. Man kann nicht schlafen, ne? Ja, man muss aber doch nicht so tun, Junge, ist doch scheiße, hm? Die anderen wollen auch noch mal was schreiben hier und man ein bisschen, sich, ne? Denk mal an die anderen. Einmal lang. Kring mal Fenchel, danach. Burschi, das ist auch eine gute Idee. Fenchel-Tee tut auch gut, ja. Doch. Auf jeden Fall. Den habe ich auch im Schrank. Krieg zwar so gerne schwarzen und kamen, nicht so schöne Piep, habe ich immer erzählt, aber Fenchel, zwischendurch mal, Länge. Äh, siehst du, da kann man jetzt so Apparate rüberziehen. Nee, wir müssen das auch nicht alle machen, ne? Was? Die Apparate rüberziehen. Das muss ja, die kippen wir ja wieder runter. Ja, hast ja gesehen. Ja, ja. Da ist nix. Nix Apparato. Nur gut, wenn das hält, den hält er, ne? Wie müssen wir eben auf dem anderen Acker, dann können wir ihn ganz voll machen. Da geht das dann weiter im Text. Das ist dann so, ne? Dann haben wir erst mal. Dann hast du was, dann bist du was. Neuwein. Tja, Donkey, Holla. Gute Nacht, schlaf gut. Bis morgen. Mach mir hier. Da ist auch Michael. Ja. Schluck gut. Schön, dass du da warst. Ich müsste jetzt den. Kein Lack. Und wir müssten die, glaube ich, wieder ab, weil sonst, äh, weiß ich nicht, wie ich ihn aufkriege. Das wäre schon nicht genau. Hatte ich nämlich auch schon mal. Und hier hielten die nicht fest, weil das irgendwie so ein Komplett-Attrutscher-Kram war da. Da, die gucken schon hier. Oh, frisches Heu, der alte Malheu, guck mal, geil. Rennen schon wieder wieder rein. Erstmal gleich schön abfressen. Und dann meint ihr dir, denn so sollte ich mir die Gemeinde Rade noch mal angucken, oder was? Nur, wenn ich mir die jetzt angucke und irgendwas zusammenbastle noch damit, dann weiß ich nicht, ob das Schmankel kommt. Also könnt ihr euch auch suchen. Weil das ist immerhin zu viel. Das Schmankel, ne? Das Schmankel, könnt ihr euch alle angucken. Das würde dann heißen, Sand Bay, ne? Mhm. Ja, ne? Hieß die doch, ne? Sandy Sand Bay. Ja. Sandy Bay. Sandy Bay, genau. Die gibt es auf, ähm, 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 Motab. Kann jeder runterladen. Und da bin ich schon ein paar Mal rübergeflogen. Ja, ne? Und mit den kleinen, an der See und das. Das spielt auch in England. In Südwestengland, ja. Steht auch bei, wo das spielen soll. Ist zwar fiktiv, aber wenn man da mal guckt, das sieht echt so aus. Ist geil. Finde ich cool. Ganz gemütlich. Da hatte ich dann gedacht, dass wir das so mit ein dödeln irgendwie. Noch so ein bisschen am Rande dazu. Da können wir dann ja auch mal hinwechseln und machen und tun. Wäre eine Möglichkeit. Da hätte ich Lust zu. Aber ich tanze ja sowieso so ein bisschen aus der Rolle, ne? Ist so. Das macht auch nichts. Ich finde das gut. Weil Westerrade dödelt jede Sau vor mir irgendwo. Später. Oder geht ja schon los, sag ich mal. Hier ist nicht andere YouTuber als saubes Zeichnen, so meine ich das nicht. Aber Anspruch jetzt, ne? Das können wir, das können sie auch gerne machen. Wir können ja auch eine Story zu basteln dann. Das geht auch. Kann man auch hier mit einfummeln, irgendwie so ein bisschen oder so. Aber dann ist Westerrade und dann ist erst mal Datteloo. Weil Tante Ilse fummelt ja auch noch. Da können wir dann auch zwischendurch mal mit drauf knödeln. Und dann im Livestream kann man auch mal machen. Das Ding läuft wieder. Die habe ich hin. Und ansonsten, ich sag mal, wenn wir denn noch mehr und noch mehr da reinfummeln, dann sind wir, gehören wir zu den klassischen Map Hopporn. Ne? Runterfressen und wir haben alles geerntet, weg. So Feierabend. Ende. Nächste Runde. Nächste Runde. Und so kann man lieber ganz in Ruhe herbeigehen und das genießen. Das kann man bei der anderen Sache nicht. Apropos genießen. Ja. Ich glaube, ich hole mir noch mal eben ein Pötzchen Kaffee. Hol dir, dann hole ich mit lange ein. Super, alles klar. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ne, da dürft ihr gerne eure Meinung zu sagen. Null problemo. Freue ich mich. Ich kann auch gerne eine Frachten ja schon wegen der Gödenstedt. Musste ich mir die 1 habe ich, die 2.0 runterladen. Da waren irgendwie Bugs raus oder so. Muss ich mir noch mal angucken dann. Kann auch machen. Oder als Mehrplayer-Projekt mal gucken mit den Jungs und dann. Nur als reines Mehrplayer-Projekt, dann können wir die im Stream immer nur mitnehmen, wenn die Jungs da sind. Und alleine sind mir die Flächen zu groß im Moment. Habe ich keinen Nervof. Und gute Nacht. Ich versuche jetzt mal dreimal einzuschlafen. Dreimal, Lukas. Schlaf gut. Ich hole mir auch kurz einen Kaffee. Alp, aber auch sicher. Moritz, schlaf gut und träum was fein ist. Timo, ne Timo auch. Habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Wurziger, was passiert, wenn eine Frau mit einem Bauern poppt? Kommt ein Bäuerchen. Einen raus. Was passiert, wenn eine normale Frau mit einem Bauern poppt? Gar nichts. Jugo darf nicht spritzen. Aha. Sind jetzt alle Kinder im Bett oder gehe ich von aus? Da gehe ich von aus, Susanne. L.U. Genossen, schreib doch mal rein da, Susanne. Ist doch viel schöner. Hier ein Gaming. Nee, siehst du? Der Witz wird langweilig. Achso, das macht ihr da. Gut. Macht das unter euch aus. LDS, Landwirtschaftssimulator und nicht Forstwirtschaftssimulator. Äh, ich weiß es nicht, warum es gehen tut. Weil ich sprach erstmal. Äh, eine Geneve. Scheiße, nochmal das Ganze, weil es so schön war doch. Einmal, das mache ich aber jetzt anders. Pass auf. So. Hey. Mit meiner Zaubergabel hier. Miss Dreck. Haha. Da, 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 da. Cool, ne? Das ist ja so richtig cool, Alter. Hüttel-Stütz-Bee nicht so extrem spamm. Spamm, bitte. Achso. Christoph. Äh, Christoph Ralf. Ja, wir hatten darüber gesprochen, gell? Wenn du den Zeit hast, Christoph. Möchtest du, Christoph? So, ich bin auch wieder da. Christoph, Ralf, haben wir über gesprochen, wir beide, nicht, Micha? Wegen Moderator? Äh, ja. Ja, ja. Okay? Ja. Christoph? Schreibe. Ein Mann, ein Wort. Mhm. So steht es geschrieben, so soll es geschehen. Du bist jetzt fertig. Okay. Weiter geht's. Habe ich eben ein bisschen zu spät angedacht, tut mir leid. Äh, ich schlage dich Montag. Was? Ich schlage dich Montag. Öl-Di-Display, Jan Gaming. Ja, ich weiß nicht, worum das geht. Es reicht. Tor, Ralf. Jetzt hör auf. Gaming. Bin dabei. Bootsch, Amarador, Ralf. Da hatten wir aber schon seit vor Tagen übergesprochen, ja. Ganz einfach. Weil Christoph kennen wir auch schon seit der ersten Stunde. Das Ding war nur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast immer nur in der Woche Zeit, ne? Am Wochenende war irgendwie was mit zu schaffen. Ja, bitte, bitte, Christoph, kein Problem. So, jetzt haben wir ja mal eine Fuhre, da liegen da noch ein paar rum, ja. Ja, auch, da ist aber schon was ist da noch. Ja, das geht aber. Dann haben wir langsam mal ein bisschen in der Gänge her. Dann haben wir da erstmal wieder genug von, oh. Dann sparen wir uns ja das Maisfahren, hatten wir ja gesagt, auch fürs nächste Mal auf, also hier auf der Map. Dann will ich nachher, wenn wir hier fertig sind, sag ich mal, morgen noch mal ein bisschen gucken, dass wir das denn so ein bisschen vorbereiten. Von der Zeit her, ne? Mhm. Dass wir denn, wenn wir wollen, dann gleich loslegen können. Maisfahren hier. In der Biogasanlage. Zeitlich gesehen. So, und das machen wir dann mit dem Häckslers-Logo, dafür ist die Menge zu groß hier. Oder Dreschen. Es wird auch Zeit, dass wir Dreschen. Mal gucken, ob wir den Rostel-Masch, da hat er mir ja auch eine angeboten, wollte den kaufen, ob wir den behalten und den uns in New Holland kaufen. Habe ich ein schönes Pack drin jetzt. Das kennen wir alle aus dem 15er. Unter Blackdings oder so. Das haben die alles jetzt nochmal mit Blau gemacht, mit Röldors und so. Können wir uns dann auch einen besorgen. Wenn die Kohle passt natürlich, ne? Immer Voraussetzungen. Kohle muss ein bisschen hin. Aber das wird dann ja auch eigentlich eine ganz andere Ernte hier. Die wird dann ein bisschen reicheliger werden. Ja, LU-Genossen, komm gut zu Bett. Ja. Schlaf gut. Unser Mädel. Susanne, schlaf gut, Mädchen. Träumwort Feines. Du bist jetzt hier Susanne. Ja. Ja. Susanne. Ja, Christoph, das ist auch in Ordnung. In der Woche fast immer für euch da. Wochenende ist Familie, Partnerin an der Reihe. So ist das richtig. Wir haben geschnackt, Christoph, ich weiß, was du machst. Und da kann man nicht immer Zeit haben. Und wenn mal nicht, ist auch nicht so tragisch. Ne? Wenn man da bist und machst, ist es in Ordnung. Siehst du, so schließen sich jetzt auch langsam die Kreise. Da hatten sich ja noch welche angeboten. Und wenn voll, ist voll. Ende. Ne? Äh. So. Ach ja. Wir müssen den ja wieder von Hand anpiken hier. Im genaue Enddorf. Ja, André, auch von mir. Gute Nacht. Zack. Okay, schlafen, hau dich rein. Ja. Schlaf dich aus. Ganz schön, das Ding. Nanosicherung, hab ich. Alles gemacht, jub. Ja, eigentlich, wenn ich jetzt gucke, für LKWs wäre es zu wenig, ne? Locker zu wenig. Die würden dich gleich an den Arsch kriegen, ja. Mittlerweile musst du, weiß ich, da siehst du von der Wallen nichts mehr. So viele Dinger muss da rüberziehen. Kenne ich. Habe ich alles durchladungssicherungen. Echt jetzt, ne? Ne, darf ich irgendwann mal Moderator werden, irgendwann, Alp. Was jetzt Moderator ist, das ist von Anfang an, von letzter Woche. Nachricht zurückgezogen. Hä? Der hat gerade eben seine Nachricht zurückgezogen. Ach so, ja, ist okay. Irgendwann weiß ich nicht. Wir haben erstmal so was dich jetzt. Weil Christoph war nicht eben außerdem, ich musste eben mal gucken. Christoph, der ist schon ganz lange. Hatten wir geschnackt privat über Skype. Wir beide unter vier Augen und nochmal, okay. Fertig. Wir suchen. Timo hat auch ein bisschen Pech gehabt, hat sich jetzt die Zunge am Kaffee verbrüht. Ja, das ist natürlich schlecht. Hey, die Katze hat die Unwarte doch einen Augenblick. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist aber ganz frisch aufgebrüht, du. Ja, gleich wieder in den Hals geschüttet. Fischkopp, moin. Auch dabei, Jan-Erik. Hab ich noch eine Völke? Nur die andere Völke. Nehmen wir die wieder. Das klebt das wie so ein Fes. So, wir sind nach 16 Uhr im Spiel. Ja, da sagen wir auch von hier aus, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, da sagen wir auch von hier aus, moin. Tja, Timo. Herz und Pad Automaten gleich einen Schluck genommen, war zu vertieft im Stream und schon glüht die Zunge. Das ist... Hängt da oben fest, der Hund. Wird nix. Nein, der klebt da unten fest. Das geht nicht, die sind vor, du, die muss ich von hinten anfangen, sonst ziehe ich die alle runter. Das wohnen wir nicht. Von hinten ist er gerade und der hängt da rüber. So, schnell ab ins Trockene. Jo, jo. Moin. Auch, ja. Manche gehen ins Bett, manche schalten sich aber wieder dabei. Das ist auch gut. Ja. Der muss das ja irgendwie Spaß machen. Irgendwie schon, ne? Und auch sind es 71 Zuschauer. Ja, weil ich würde es sonst auch nicht machen. Na, dann gehe ich in eine Heier und das Heier. Aber habe ich mal einen Schmauch irgendwo. Und das ist auch schön. Wenn euch das Spaß macht, macht mir das Spaß. Und das ist auch gut. Mein klar, heute wollen wir nicht 24 Stunden oder eher im Watt oder bis morgen früh um 5 Uhr oder eher im Watt auch nicht. Wenn man, sage ich ja, habe ich ja erzählt, so ein klein bisschen mal in die Normalität wieder rein wuppen, dass wir noch mal ein bisschen higher kriegen. Und verrückt spielen können wir immer. Jederzeit. Können wir mal an. Sowas wie letzte Woche, ne? Steht ja nichts im Wege. Können wir machen, was wir wollen. Können wir machen, was wir wollen. Oha, Jan Gebing. Jan Gebing hat Hunger im Krankenhaus. Oha. Ein paar Snickers und ein paar Zwicks und Mars kaufen. Au, au, au. Hast du nicht genug zum Abendbrot gehabt oder was? Ne, quasi gar nichts. Gar nichts? Wieso? Ne, so ein bisschen dumme Zeit da angekommen. Da waren die dann schon ziemlich durch mit Essen. Das können die angehen. Frag doch mal ins Schwesternzimmer und frag mal nach. Meist haben die einen Kühlschrank noch was. Ja, eben eine Scheibe Brot oder was haben die immer. Ja, genau. Frag mal nach, kann ich nicht angehen. Ich bin am Krankenhaus und nicht zur Hungerkur oder irgendwas. Das gibt ja wohl nicht. War dich auch schon mal da. Du hast das alles gegessen, hast heute Nacht da, denn dann hast du morgen früh keine Hunger. Nee. Das ist ein süßes Kram da. Meist hat die da ein bisschen was. Schöne Scheibe Brot noch mit Aufschnitt oder irgendwas. Dann hast du wieder so einen Bug und kann schlafen. Tasse Milch dabei. 100 Euro hast du mit. Ja, die wirst du auch fast brauchen da, denke ich. Ein Krankenhaus zum Essen? Ja, wenn du das alles hier 20 Snickers, 20 Twix, 20 Mars und ganz viele Milker. Juni, Juni, Juni. Der Preis ist schon in Ordnung. Das ist aber auch nicht gut. Ich meine, du sollst ja morgen reguläres Essen bekommen, oder? Ja, natürlich. Ja. Montag ist dann schon ein Teendoktor. Du hast liegst ein Teendgebiss. Ja. Du ulle Englischschmiss. Von Herrn Pastor und Sinkau. Kennt ihr das? Herrn Pastor und Sinkau, wer kennt das noch? Das kenn ich auch noch, nach meiner Schule gelernt. Ich wiege mit 15 Jahren nur 42 Kilo. Das kann ich schon ab. Ja, nur die 15 Jahre, die wundert mich jetzt gerade. Ja, mich auch irgendwie. Aber naja. Was macht Tante Ilse? Ja, muss du gucken. Morgen kommt wieder Tante Ilse als Let's Play. Der Titel heißt, erzähle ich euch jetzt schon. Jawohl, Tante Ilse. Das sagt eigentlich alles, oder? Jawohl, Tante Ilse. Wenn ihr den heutigen gesehen habt, dann wisst ihr, was der heißt. Oder was der macht da, was da kommt. Und jetzt musst du gucken. Ja, ich fahre es gut. Na ja, das ist irgendwie klassisch. Gibt's? Woll, Woll. Ja, ein raum Ton hat sie ja. Ja, das ist irgendwie ja. Und das recht mal. Willi auch gar nicht. Ne, das kann man noch nicht. Aber ich schaust so die Losberg im Kopf da. Ich denke, als Let's Play und macht mal Tante Ilse. Und ich hatte dann rumgefummelt. Ich sagte, das Ding lief nicht richtig. Da mit einem Patch 4, äh, 142. Dann war da klick, klack, klack. Und hier noch ein bisschen updateen und machen. Und dann, oh, geil. Jetzt läuft sie gut. Und sieht ja auch, ne? Weil der hat das Ding habt ihr gesehen. Und ich fand, das war schon von der Grafik, war okay. Ja. Vorher auch immer so am Ditteln und am Magen. Ja. Nur gar da. Und dann könnt ihr dann Ilse mucken. Ja, mal reden. Ja. Immer mal lustig, spannend ist. Gut, das läuft immer wieder auf dem Landwirtschaftsseminator hinaus. Aber das ist auch der Sinn, das machen wir auch. Burschi geht auch noch eine rauchen. Ja, ich auch gleich. Und dann, ja. Und dann geht er auch mal pennen. Und um sechs Stunden ist er in der Nacht auch wieder rum. Ja, Burschi, nicht noch feudeln oder irgendwas, ne? Kannst du doch Micha auch mitnehmen zu Tante Ilse. Ja, klar. Micha muss erst mal ein bisschen, ne? In Ruhe, ganz in Ruhe. Na, Ruhe liegt die Kraft, Leute. Hab ich euch schon mal erzählt. In ganz in Ruhe, wenn Micha dann soweit ist, mit fahren und ein bisschen tütteln und hier mitmachen. Na klar, kommt er mit nach Tante Ilse. Was denkst du denn? Den tütteln wir beide hier rum. Äh, was ist jetzt los? Klötert der da oben oben? Ja, ich sag mal, ist er hier, wach? Das soll doch weg sein, dem 17er. Das soll ich eigentlich noch in der Aufnahme, muss ich morgen mal gucken, ob das jetzt mit dem Patch 142 eigentlich auch klappt, mit der normalen Aufnahme. Wenn ich das aufnehme für, für, äh... Na, für ein Let's Play. Nicht die Bildschirmaufnahme, was andere denkt. Über OBS. Das war ja immer so ein... So eine Klamotte im 15er ging das und dann nimmt der eigentlich flüssiger auf, der reicht noch hier. Über die Bildschirmaufnahme. Braucht man nicht so viel rumtricksen. So, das haben wir auch gleich drin. Da ist der Hänger wieder leer. Da haben wir noch, weiß ich nicht, einen halben Hänger oder was da hinten rumliegt. Chris123, der wird auch zu Bett gehen, ist auch müde. Ich wünsche uns noch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Das sagen wir. Schönen Dank, dass du hier warst. Ja, danke schön. Immer wieder reingucken, sehr gerne. Ja, ganz alt werden wir auch nicht mehr, oder? Nö. Bist du. Das wollen wir auch nicht. Zack. Ich muss ihn gerade aufpacken, ich verrutsche er, ganzes Scheiß hier. Ja, komisch, ne? Das ist immer. Kannst du irgendwie gerade hinpacken und trotzdem verradelt das. Hau rein, Burschi, genau. Schlaf gut, Burschi. Schön, dass da war's. Guck mal hier, Jan Gaming. Oh, hat die Krankenschwester, bringt mir zwei große Teller Linsensuppe. Echt? Da hast du aber Glück gehabt, du. Guck dir das an, du. Oh, coole Geschichte. Dann kannst du auch gleich gut schlafen, glaub mal. Aber hallo. Jo. Und deine Bettgenossen werden's ja auch morgen dann. Ja. Zimmergenossen. Ja. Ja. Bring den Arsch zum Grinsen, weiß ja. Ja, ja. Burschi da kann ein Lied von singen. Oh, ne ganze Arie. Ah ja. Warum? Was soll das jetzt? Warum klebt... Achso, ich weiß warum. Pass auf. Jetzt hebt er den Hänger mal hoch wegen der Arretierung. Der klebt jetzt fest. Wenn ich den jetzt wieder losmache, fahre ein Stück nicht zurück. Geh einfach ein Stück höher. Dann ist fertig. Dann geht praktisch der Attacher von der Gabel, nimmt den Hänger mit. Jipp. So sieht das aus. Ne, ich hatte das nämlich auch mal früher und dann war ich da am reißen wie ein Bekloppter an dem Ding. Ich kann ja mal nicht angehen und dann passt das eigentlich nur die Gabel. Aber die ist nicht kaputt, deswegen das ist der Attacher drauf. So. Zack. Hänger haben wir leer. Oh, quatsch. Vergehrt, vergehrt. Böhlimann lässt grüßen. Oha, was ist da denn alles voll Dreck noch drin? Alter, schwierig, das ist auch. Wir sind auch noch bei. Ja. Fressen wir die Schweine da. So, Stopping. Ne Butcher holt sich jetzt auch noch einen Kaffee. Wie spürst du das? Einen Augenblick noch? Oder was machen wir? Ja, zumindest ist der Rest der Weckungen. Kann man nicht eigentlich auch zum Livestream buchen? Äh, geht sowas? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na klar, Service. Ja, weiß ich nicht. Klar, warum nicht? Und, aber nicht, hier, Michi mit, ne? Erbsen, Bohnen, Linsen, bringen den Arsch zum Grinsen. Jawohl. So sieht's aus. Opa, Manni. Ach, Manni ist das. Suppi. So, Mien Butcher. Hab das Follow-Me mal für den 15er ausprobiert und bin begeistert. Vorne Mien. Und Jan mit Silouang hinterher. Ja. Hab deine Skype-Anfrage gelesen. Ja, das ist gut. Ne? Das ist schön. Machen wir ein paar Filme wieder, Opa. Manni. Die waren schön in den letzten Filmen. Die waren klasse. Brauchen wir wieder ein paar Ampen. Schrauben die da rein da. Los. Unser Häuptling heißt Rote Locke. Ja, kenn ich. Ne? Wenn's Arschel brummt, ist Herzl gesund. Jawohl, Johann. Kenn ich auch. Ach, die Sprüche kenn ich alle. Mach das. Hol dir einen Kaffee, Manuela. Jawohl. Jawohl, Herr General. Ich bin gleich wieder da. Tschüss. Machst gut bei der Ilse ran. Hier ist an der Ilse, fang ich nicht mehr wieder. Nein. Nein, Manuela eben vom Ton her. Mach das. Ja. Denk an den kleinen Mann da. Zu spät. Tja, Opa Manni. Super. Wir bedanken uns, dass du hier warst. Und Nachti an Opa Manni. Ich hatte mein Mann die, wie ich bei der Straßenstädte so offen bin. Okay. Also, es ist ein K***. Wir bedanken uns, dass du hier spätst. Schör mal auf. K***. K***. Und das ist ein K***. Ka***. ich denke mal den rest da wegholen oder was und dann kommen wir auch langsam zum ende und da gibt es morgens letzt morgen gibt es ein let's play und dann dann wahrscheinlich abends wieder auf sendung er hat ihm das ja open-end ja aber auch wie bis zwei so circa ja da freuen wir uns halt wenn du so lange bei uns bist oder bei uns bleibt gut das ist gut das wollen wir gerne dankeschön dann haben wir alle spaß wir haben unseren spaß und ihr habt euren spaß deswegen tun wir das ja das geht leider nicht schade aber aber du bist immer dabei immer bei uns hier und ist ein teuer zuschauer das ist uns auch sehr viel wert so ja sachsen anhalt gegen dann ja dass du hier warst wünschen wir auch eine gute nacht guck wieder rein äh Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 55, Moin und herzlich willkommen hier Tja, Manuela Auf dich habe ich schon gewartet, auf die Frage der liegt unten vom stuhl und kann nicht mehr versteht gut anfall das fragen wir gleich mal selber das kann er uns mal selber beantworten der teddy hier das lag für den teddy ist klar so wirklich lange machen wir heute nicht mehr morgen kommt ein let's play nächsten tag wieder online wir können nicht immer so riesen dinger hier durch haben das mal wieder ein bisschen legalisieren tom gute nacht schlaf gut anja moin herzlich willkommen hier jetzt gerne noch ein augenblick gucken ja ich bin eigentlich sollten hier nur erwachsene sein ich denke mal der eine oder andere hat sich da doch mit reingespringen aber ein bisschen was für die jüngere fraktion wollen wir auch gerne bieten also wir wollen da wirklich das ganze spektrum ansprechen tor ja donnerstag denke ich mal sind wir wieder leute das ist so du kriegst ja noch mal seine suppe blabber da nicht diese dieser streben der ist heute um 19 uhr angefangen so da ist auch wieder der butcher alle mal noch da 59 zuschauer ja vielen dank für die leute jetzt nicht im chat sind vielen vielen dank dass ihr noch so tapfer durchhaltet und zuguckt klasse danke ist da an einem anderen jungen da waren läuft der stream endlich erste kritik nutzer das war ja gleich wieder mit teddy da also da müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten also herr lehmann hat die schnauze voll für heute weil ich habe ihm ja gesagt wegen erst hat hatte er gesagt da wegen meckern und kram und solcher ernstes wort wir beide noch wenn hier vorbei der mault da sitzt in der ecke da kann los und dann hat es hier gut und weil da noch mal eine frage wie kam putscher überhaupt auf die idee für das tolle projekt putscher gaming das ist noch mal ganz interessant das interessiert glaube ich mehrere ja kann ich erzählen ich weiß gar nicht steht nicht drin in der info und gaming pass auf putscher doch das steht einmal drin warum ich das putscher genannt habe steht in der info und zwar wurde ich als kind immer putscher genannt zu hause bei uns im dorf als neiner bübeli weil ich durch die gegend gerannt bin und dann ins haus und hier und da mal und dann ging das so auch mensch da bist du wieder und hast du nicht und irgendwann hieß das denn putscher was putscher ist wisst ihr alle und mein vater war schon den haben sie putscher genannt und mich dann auch putscher und weil er dann weiß ja durch die gegend und hier und überall die nase rein ne putscher 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 um sonst könnte jetzt auch nicht so viel sammeln und aus hängen geblieben und habe ich mir gedacht mensch ich war erst an nordseegaming und weil ich ja hier wohnen und 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 weiß ich nicht was gaming küsten gaming irgendwie so quatsch alles unser kram dann habe ich mir so ein putscher putscher dann hatte ich putscher mein kanal aufgewacht putscher youtube anmelden quatsch und ne und er wollte youtube oder das muss man ja über über google machen die hängen ja zusammen aber google wollte nachnamen haben und dann habe ich gedacht mensch nachname mein nachname hat doch halt geguckt unter butscher das lief eine zeit lang unter butscher ganz zu anfang paar tage und da gab es so viele butschers wenn man in youtube quatsch in google guckt da gab es ein butscher ein butscher der war tischler hatte eine seite ein butscher war weiß ich nicht schmied und und andere noch ein butscher putscher 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 nicht gesagt damit ich mich abhebe und die leute wenn sie jetzt den butscher suchen gaming aha der butscher gibt das einfach so ist das passiert warum heißt das jetzt putscher gaming und habe mir gedacht das ist eigentlich ein ding putscher gaming das bleibt im kopf hängen ist einfach zu schnacken einfach zu merken und 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 ich kenne diesen diesen ausdruck putscher den kenne ich aber auch noch aus hamburg ne ja das ist ja ja das ist ja ja das glaube ich auch also sagt man muss schon in der stadt rumlungern oder oder um butschern der bautscher genau blödsinn machen ja hier tütteln und darum tütteln die jungen mit tütteln waren da so ein butscher aus hamburg jetzt nachdem kennt ihr ja auch alle die moja kaffee hilfe ist geil ist das butscher diesel ist das hier ohne der zeug läuft das nicht abends dann so nach 22 uhr kommt noch ein bisschen startpilot mit rein oder geht hat ja aber holla ich schlafe jetzt wenn meine suppe im ozean ja richtig so sieht das aus hat er eben noch im kopf achso ich habe mir jetzt gedacht da wollen wir noch ballen piken jetzt eben im moment oder an oder wollen wir alle eine runde spritzen ja jetzt mal unsere zuschauer fragen weil ich habe keine spritze dann müssten wir uns eine kaufen dann muss ich jetzt mein finanzminister fragen ich könnte jetzt wir müssten da hinten die zwei ecker nach wo wir meist gedrillt haben im letzten oder vorletzten live stream der kommt ist aus erde der müsste gedüngt werden auch damit wo was runter ging ich könnte jetzt einmal mit mitte mitte kunstlinger aufstreuen was auch okay machen sie ja auch oder halt eine spritze kaufen oder soll ich noch eben den rest bein rein holen was möchtet ihr was man machen aha alle eine runde spritzen ihr könnt ja schon mal vorbereiten geld auf und nieder immer wieder abspritzen gut anfall ja alle spritzen ja gut dann müssen wir mal im gucken dann frage ich ihnen mal eben bisschen wieder in der ecke eben weil die ballen die liegen ja nun hoch und trocken gepresst sind sie die können wir auch denn danach oder nachher noch reinholen oder wann frage einmal eine runde stellte meinen park den mal ein bisschen weg hier hier die haben alle schön gefressen jetzt und ab die postgeilen für die über straße rennen saftig nicht so was sie sagt es sind noch kinder jungs und mädels da nein die sind alle im bett die haben wir alle ins bett geschickt da ist keiner mehr man soll richtig so 22 uhr haben alles angesagt und wer dann seine kinder nicht im bälle der ist selbst für verantwortlich und hier ist nicht 290 666 mal an oder so sowas gibt es hier nicht die fliegen gleich raus das haben sie aber auch ja schon gemerkt so dann lassen wir den jockel hier stehen dann brauchen wir einen anderen trecker dafür und dann müssen wir ja christoph hat auch noch eine gute erklärung ja er sagt nämlich butscher war früher bei uns bei den bauern die mit ihrem wagen ihre eier milch und fleisch an der haustür verkaufen da hat man auch butscher zugesagt richtig weil genau der butscher von haus zu haus kenne ich auch eine hatte mehrere hühner gehabt und da kann man auch schöne frische obwohl wir klagen ganz klein waren wir selber genug aber nachher weniger also da war haben wir gar keine mehr zum schloss und dann haben wir uns auch von diesen leuten dann auch hat er uns dann auch gegeben so dann nehmen wir uns den hier denke ich mal den klassiker gegen meine passt ganz gut dazu größe her oder nie warte mal ha ha wer möchte ihr c oder den den fans den 700er zum spritzen aber ich brauche es keine schmalfeld dinger darauf erst mal bein sammeln und dann fällt spritzen die anderen wollen alle spritzen dass das hier einmal dran ruf mich an fendt wir müssen da hinten nur zu sehen das kommt mir zu hoch der ganze scheiß man muss man aus was man ihm stehen ich fahre mal eben hin und gucken wir mal an den agg oder eben guckte dann nämlich schon erger aus der erde ob ich die wird noch durchkommen mit der spritze dann muss man nämlich doch den dünger streuer nehmen fern 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 alles klar weiß ich bescheid wenn man fern wir fahren aber eben her mal gucken weil die müssen wir machen wenn die mit in den biogas sollen denn das schaffen wir nicht ganz nur wäre schade wenn man die jetzt nicht spritzen rechtzeitig und da kommt ja nichts an nicht genug oder düngen für dümmlich das wird zeit wir haben im letzten live spielen da waren die schon in der erde der ganze scheiß und haben auch nichts gemacht nur silo gefahren und ein kram hier auf der braub an mit ihm kicken und die spritze habe ich noch nicht hier das stück da guckt ein stück raus die anderen sind eher gedrillt da müsste eigentlich mehr schon stehen die müssen jetzt einer im korb haben da abwartet man kann auch kunstung aufstreuen da guck an das wird echt zeit die dds ja das einmal gülle drauf und einmal nachher abspritzen ja und dann lag das dahinten steht noch eine riesige ecke meiß die können wir dann nächstes mal mit follow me oder je nachdem wenn einer hier die beiden enden müssen die die und der eine da abwartet das ist fast reif beten noch und das hat gut dann kann das alles eine biogasanlage rein so und reise und dann also rein auf den kram spritzen oder wenn nicht jeder das nicht genug kommt ja ist denn da bist du sie nur wie christoph na ja wohl der mutter 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 wird schon aus braun und wird zeit auf reinkommen der ganze saft draußen brauchen wir auch nicht mehr eine biogasanlage man da haben wir aber zu häckseln jungs das ist zehn stunden häckseln oder acht oder wart mal gucken wenn ich das alleine mache habe ich auch schon gemacht soll ja mit follow mir das geht erste runde ist ein bisschen blöd da steht der baum ein bisschen dicht aber das kriegen wir auch hin hier ist noch nicht ganz außer erde aber trotzdem so also düngen jeder fix eigentlich man müssen die auge fahren noch kommen auch noch mal hier wieder auf der weide rauf mein mutter was für eine map ist das kai nord brabant hattest du gestern glaube ich auch schon gefragt oder kann angehen ich frage auch manchmal öfter als heim oder das grüßen ein fertig machen dann spritzen ich muss jetzt erstmal spritzen oder oder wollen wir noch beides machen michael ja die also spritzen ist wichtig das seien sind ja nicht mehr viel dann müssen wir uns ein bisschen sputen und dann geht das dann schaffen wir das auch so und die wollte doch gerne automatisch aufladen wollen wir automatisch aufladen ja wollten wir hatten die sich gewünscht da teil per hand und teil automatik dann kann man die ballen holen kein problem kann auch stehen lassen dann ist das kein thema der juckelige einmal lang und sind die drauf auf dem apparat dann könnt ihr sehen wie der auflädt hier also kein dauerzustand wegen spielen jetzt aber das kann man sich ruhig mal angucken also ich fand ihn ganz gut den hänger das ist eigentlich der originale aus dem spiel habe ich auch schon mal erzählt aber bei diesem hier hast du dicke reifen und der lädt automatisch auf kann macht nicht musst du nicht kannst du und darum fand ich den praktisch der kann eigentlich alles und die dicken reifen halt wegen umkippen und das ist nicht nicht so ein ganzer satz wo ich mir die meine modliste da wieder mit dichtmüll sondern ein einziger hänger und das finde ich gut und den finde ich gut und fertig wir holen die eben schnell dann ist geht das ratzfatz gute idee und dann muss ich gucken dass wir nämlich echt spät weil sonst nicht nämlich richard gleich wieder heiße das ist ein spitz und wenn ich pech habe das ist so so wieder auch schon wieder bei richards und dann kannst du dreimal fragen wie eine spritze das kann sie abhaken wir fahren das muss man gucken wie war da noch eigentlich ganz simpel das ist der hänger ich drücke x und der geht da rauf siehst du und dann kann ich auch einstellen mit diesem hier der hänger ist angewählt spanngurte anbringen kann man auch mit dem ja kann ich auch auf einmal machen arbeitsmodus da kann ich denn auch einstellen irgendwo was ich laden paletten und wollen die dinger hier guckt euch das an das auch nicht geil von der helga würde jetzt sagen mensch der passt wie mein mann sein hört mal wie das geht ja zacki zacki flap flap fährt lang und alles ist gut der sagt euch das und gedacht was ich weiß nicht alles wisst ihr auch so in ordnung weil ich bin ja auch das tor ist auf deine kühe hauen ab nein die hauen nicht ab kevin bist du das erste mal hier war ansonsten wüsstest du dass sie nicht abhauen die sind dressiert ich war nämlich bevor die frei laufen dürfen über die straße auf dem hundeplatz mit denen und rudy hat ausbildung gemacht das heißt von rudy rudy ja wohl das ist die kühle und kühle geht und morgen einmal vor die nebel und dann laufen die sauber und straße siehst du hast gehört ganz einfach zack zack und die wette gilt sagt der andere prima macht auch das der bengel hier und der zeit auch gleich eigentlich wollte ich die ja reinfahren dann so wieder aber das zeige ich auch gleich wieder die ablehnt nach rechts nach links da hinten wie du das gerne hättest das heißt wenn du jetzt eine ecke hast wurde gut rankaufst mit denen kann es auch gleich wieder so im pack abpacken geht ratzfatz ich nutze eigentlich nur habe ich mir einmal wegen aussehen original finde ich ganz nett die dicken reifen und halt wenn jetzt sowas ist und eine zähne wechseln das nächste mal gucken wir wieder machen dann kann ich sagen die haben wir schon weg fertig und dann hole ich mir die mal im stell so nicht wenn ich wenn ich keine zeit habe halt das alles von hand auf laden das mache ich privat gerne habe ich erst auch schon erzählt aber manchmal ist die zeit einfach nicht da und je mehr über diesen kram machen mit uns desto weniger zeit habe ich aber ist auch egal ich mache es gerne so dann fahren wir jetzt ein kram drin waren sie alle jahre da sind extra siehst du ja stopp stopp und kuh kommt so könnte ich jetzt drin reinpacken aber dass mir jetzt der platz zu wenig doof da so wie war das jetzt auf b nee war das denn jetzt abladen z z z z habe ich hier nee das soll mich ich muss einmal ablade seite wählen aber ich bin ja nicht auf dem links hier auch nicht auch nicht aber welcher war das denn jetzt das geht ja nicht wieder runter das war eigentlich auch ganz einfach bloß ich merke mir das aber nicht ja johann denn noch viel spaß beim lernen der muss noch ein bisschen lernen hat heute prüfung da drücken wir alle daumen ja toll 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 und guck wieder rein hier man ja wann das jetzt x nächstes f8 von papa nee das war hier drauf da ist er doch x und dann die ablade seite a und da kann man dann auch ja genau ablade seite aktiv aufflieger ist dann 21 ist dann da ist so und die schalte ich jetzt durch also pass auf so der hänger jetzt kannst du das wenn ihr das seht da oben jetzt drücke ich x jetzt kann ich auch welche spanngurte ran und hast du nicht gesehen ablade seite wählen das ist b links rechts hinten weg links rechts fertig abladen bis z jetzt ist z zack da liegen wird sauber und ordentlich also einmal x drücken dazwischen dann geht er mit passadome nachbarn hätte ich früher keine probleme mit gab es kommt deswegen diese ganze youtube und klick und hier und klack und da das kommt alles nur der zeit ist und da steht das und y da kann ich das ladegut wählen durchschalten einmal ladegut aktuell rund ballen 1,3 meter durchmesser 1,4 1,5 hd ballen und paletten und bretter und ein scheiß gleich damit fahren ein miss nimmt er dann also einer für alles für gut hält alles fest also mit 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 selbst laden jetzt natürlich kann ich da bretter und scheiß aufpacken und dann festmachen wie auf dem dem brand noch auch da kann es auch alles aufpacken festschneiden dann nimmst kannst du alles mitnehmen so die sache ist fertig die dinger können erstmal liegen bleiben nehmen oder ja und er noch rein kann also fendt hat er ihr gesagt jawohl fendt nehmen wir sieben monaten was wir jetzt ein paar mark mal sehen was den kostet was ich auch nicht aber haben müssen wir sowieso noch mal den brauchen wir moment nicht dann kommt erst mal eben schnell in die wäsche und er kann auch mal im kleinen ab hier die scheiben gucken können das wir drehen müssen wir auch noch hier hin dazu da sind auch noch ja noch ein paar stellen die sind noch gar nicht eingehen eingedrillt unbedingt bei und wir kamen die wechseln auf der erde kommen wir versuchen ja zwischendurch immer ein bisschen was interessantes mit einzubasteln so zack elite party schreibt jetzt schade wolltest du doch verkaufen ja aber noch habe ich keinen neuen dann tausche die durch ich weiß ja wir wollen erst mal eine spritze kommen ja keine oder was meinst du dazu finanzminister ja die brauchen sprit brauchen wir da geht geht es in das schöne euro hier euro leihen ne dem verklappen braucht dann holen sie mal den anderen den von von pettinger auch den vierer ne aus dem 15 hat den haben sie auch für den 17er gemacht läuft ganz gut kevin ja alles gute wie weit volks nach dem bette jan gaming alzheimer wer du oder was ja ich auch das grüßen ne äh 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 albstimmt wie sich's gehört kevin kuhlmann genau sauber machen also gut ja ist er fertig 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 so doch mal eben per internet gucken was denn äh george nee quatsch ist ja richard äh äh was hat er denn noch so putzen ne die ist mit so großartig scheißding die wäre die Ach ne, wir haben ja, oh, guck mal, was wir Schönes haben hier. Das wäre die Original, die Stilla. Und wir haben ja noch aus dem Kuhn DLC. Welche möchtet ihr denn? Diese hier? Die Metris. Die andere Sila, 4,60. Und die Metris hat, wie viel breit ist sie denn? 36 Meter. Und die andere? 0. 28 Meter. Echt? Mehr nicht? Vielleicht was Anständiges oder wann? Kommt doch da auch nicht mehr drauf an. So ein Banschvater. Oder ja, vom DLC. Richtig. Ja genau, können wir auch mal gucken. Probieren wir dann aus. Genau das ist es auch. Wenn die Kohle passt. Genau. Den wollte ich mir auch noch mal angucken. Das können wir dann auch zusammen machen. Hast auch recht. 36 Meter sag ich, gehorch. Jawohl. Also schon verhaftet. Auswählen. Kaufen. Kriegst du gehorch. Aus dem DLC. Nagelneu. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Den anderen übrigens auch noch nicht, aber ne? So. Können wir auch gleich bei Richard voll machen. Das passt nämlich. Richard auch voll ist. Dann können wir den machen auch gleich voll machen. Das ist klar. Der liegt bestimmt schon wieder auf dem Tisch. Zumindest oder auf dem Tisch auf alle Fälle. Aber auch nach dem Tisch dann so ab 18 Uhr. Rabatt, Klatsch und dann wie Willem. Wisst du ja. Ja, 17 Uhr ist das. Also der hat schon angefangen hat er schon. Richtig. Muss Willem der machen. Dem geht das schon länger so mit unter dem Tisch knallen. Und der hat sich da schon so eine kleine Matratze untergepackt. Das ist nicht mehr so hart denn. Das schlägt er nicht mehr so hart auf. Ey, die Klabatsch und bei Willem geht das so. Ne? Und der da unterrutscht dann so langsam vom Sessel unter dem Tisch. Das ist ja 36 Meter so ruckzuck gegessen. Das ganze Ding da. Siehst du, das Zeug müsste auch jetzt reif sein. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt 17 Uhr, das wird zu feucht jetzt. Das bringt nichts mehr. Müssen wir morgen früh warten. Wenn die Sonne fein ist. Ne? Das kann alles runter. Das kann ja nicht nur rumasen. Wir haben noch nicht mal von eingenehmt hier. Und dann wieder Stroh machen. Und wenn wir genug Stroh ein bisschen brauchen wir selber noch. Weil das geht auch ganz gut drauf jetzt. Aha. Guck. Ach, Mensch. Wir haben den Käse ja auch noch da. Und es steht immer noch vor der Tür. Das ist immer noch nicht weiter, oder? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich denke mal, der Fan passt da ganz gut vor. Oder? Das ist der Klingkin Anski. Und dann denke ich mal, die gehört auch an. Ja, DLC. Lecker gemacht, oder? Ja. Schön scharf alles. Sieht gut aus. Oh. Nicht schlecht. Hm. Ja. Wollen wir mal eben voll machen? Das machen wir jetzt nicht mit Big Bags hier oder die Dinger da. Wenn man da noch so lange und zweitens, äh... So viel ist da gar nicht drin. Das Schipp sich ja dood. Kann ich mal da rein gehen. Oh, ha, die Kohle da oben. Guck mal. Das Ding gekauft ist die Kohle dazu. Meine Fresse, du. Kuhn, Kuhn, Kuhn. Jawohl. Das Größte, Kevin. Ja, dann hätte ich mir ja den Selbstfahrer holen müssen. Noch nicht. Später wird er auch kommen. Wenn wir alles Land haben hier, dann lohnt sich das. Hm. 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 4.000. Oh, nicht schlecht. Wenn da auch, wenn er genau so viel raus und so wie erst auf der anderen Map, äh, das Ding zum Hinterhängen hier. Denk mal, siehst du, Rüben wollten wir da hinten noch drin bei Schweine. Haben wir noch nicht. Tja, gut, ne? Hm. Gibt ein gutes Bild ab. Ja, passt. Also Leute, wir haben das DLC. Nicht ich, wir alle, ne? Und nochmal betonen, vielen Dank an Ossipropper. Boah, da haben wir was geschenkt gekriegt von dem. Michi, für unseren Leistung von den 25 Stunden hat er uns was geschenkt. Das wusste ich auch noch nicht. Gut, dass du das sagst. Nicht, dass ihr jetzt alle hinrennt und jäh, 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 das nächste Mal sind 380 Stunden. Ne? Unter uns. Wir sind ja jetzt im kleinsten Rahmen und Kreise hier, also. Ne? Für 8 Stunden hätte er uns das nicht gegeben. Da zieht er selber locker. So, dann ziehen wir da einmal um zu. Mal gucken, wie du das groß der Onkel wird. So, dann klappt mal. Ja, wiki schick. Das hat er gemeint, Mensch, da wart ihr so toll und habt klasse gemacht und alles fand er auch gut. Habt ihr mitgekriegt, der war ja auch noch der mit unterwegs bei uns. Mhm. Ne ganze Zeit, da hat er auch ein bisschen mit aufgeräumt und alles. Na ja, wenn wir mal anfangen kriegen, muss man ein Auge für kriegen, für den Bängel hier. Wir haben jetzt noch Pflegebereitung drauf machen können, aber, nö, wisst ihr ja, das kommt dann auch vielleicht nochmal irgendwann. Auf und runter geht auch so, siehst du, gut, genau so wie gehabt, mit der Maus rauf und runter, ne? So, dann mal los, jung. Zack, ab geht raus. Mhm. Ja, muss ein bisschen mal da rein, weil der Hasen fordert auch nicht mit dem hier, so. Mal einmal und zu einmal wieder hin, ist das Ding fertig hier. Tja, that's it go, dude. Das mach ich auch leiden. Weil die sind das wieder Dinger von Giants, die laufen auch. Und funktionieren. Ne? Und schmeißen keine Loks, oder? Alles voll. Ne, nichts. Sauber, alles klar. Da bin ich auch ein Ding gewesen, nur. Also, eine Ogenweide, alle mal gucken. Die anderen Dinger hier, die Drille und den ganzen Quatsch, was kommt dann auch noch alles von, äh, das holen wir uns dann auch noch. So, durchfahrt. Ja, Pfosten wieder. Ne, der Zaun ist weg, da. Ne, aber Rudi, er ist abgebaut, damit wir da durchfahren können. Ja, besiege. Also, gut gemacht, Rudi. Butcher, Christoph hat noch mal eine Frage. Ja, ne. Sag mal, liebe Leute, ist das durch das manuelle Ankoppeln die automatische Niveauregulierung der Unterlenke verloren gegangen? Eigentlich nicht. Dann können wir auch wieder rausnehmen. Und im Moment, da muss das ja nicht rum, wenn wir eine Kurve fahren. Nö. Nö. Also, Patch 4.2, der hat da nichts mit zu tun, da war das noch schlimmer. Da haben sie aber das, äh, Ankoppel-Dings da abgedatet. Was geht eigentlich, Verbrauch? Riesige Spritze, ja. Ja, ich meine, im 15er, die Amazon hatte 40 Meter, ne? Ja. Die nur 4 Meter weniger, hier. Und wenn wir jetzt nachher gucken, wenn wir die jetzt regelmäßig mit benutzen hier, und die ganze Flecheritis hier, auf dieser Map, dann ist die okay, aber locker. Finde ich, ne? Ja, und so. Aber jetzt... Jetzt haben wir die gesehen und tollen und wissen wie und bad. Ich meine, viele von euch werden auch schon den DLC haben oder fast alle. Haben die schon ausprobiert, gucken wir uns die nochmal zusammen an, können ein bisschen überdiskutieren, tolle Sache. Und für kleine Maps, da würde ich mir das Ding jetzt auch nicht kaufen dann. Ne? Aber hat mich auch mal gejuckt, gute Idee, dass wir draufgekommen sind, finde ich. Live habe ich die auch noch nicht gesehen hier. Die fährt immer einer mit der Dallmann rum. Und mit der Amazon. Ja, das Augenmaß geht noch einigermaßen. Schnell gesagt, den Höchstgeschwindigkeit, ich drehe mal rauf, mal ausprobieren. Volle Pulle, elf bis zwölf, den Schluss. Okay. 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 Jetzt sind wir da auch gleich mit durch und sind auf der sicheren Seite. Der Kram hoch ist, dann ist er gedüngt genug. Und wir kriegen auch nicht was für Rübega. Gibt Kohle und wenn Kohle da ist, Maschinenkuchen ausprobieren. Aber denkt dran, da sind erst noch ein paar Kühe offen. Die haben auch noch nicht alle. Schafe waren, glaube ich, genug und Schweine wollen wir auch noch haben. Ja. Das ist der Plan. Alles oder nichts. Barfuß oder Lackschuh. So sieht er aus. Haltet ihr denn so als Plan mal noch mal vielleicht von so einem i7? T7? Vielleicht mal. Barna Peers. Irgendwann mal so zwischendurch auch mal. Hatte ich mal so einen Kopf. Die haben die Hollands und Frott. Papa wird sich freuen. Hörst du mal. Nicht jetzt gleich, aber mal so im Auge behalten. So, dass ich mir das aussuchen kann. Kuhn oder Damm an. Big Shogun, hast du beide so auf dem Hof oder wann? Papa, wie kriegen wir? Wenn du mehr Kohle hast, kaufst du einen neuen Trecker. Sondern hat George mehr zu saufen. Ja, genau. Geben und nehmen. Richtig, das ist doch ganz normal. Ich will den ja nicht trocken, den muss er selber wissen. Die wollen alle groß sein. Nee? So, ist der einmal höch und einmal ein Packet. Wir haben noch 2000 und da müssen wir das Stück an die mit Fertisch kriegen da drüben. Guck. Guck mal, der Mais, der macht schon so. Danke, lieber Butcher. Ja, so wie bei Roten mit dem Geneve. Richtig, sagen die auch, der Mais in Holland hier. Danke für Geneve. In Geneve gedüngt. Überall Geneve rauf hier. Und wenn wir hier so rum kommen, müsst ihr fast passen, so ungefähr. Mal gucken. Versuch mal klug. Vielleicht so just, sonst müssen wir noch ein Stück rüber hin. Äh, was ist das schon gut? Und nenn mich bitte Toto. Die Timo, die Toto, keine Ahnung. Hä? Scheiße, hätte ja hinhauen können. Kleine Idee neu. Hä? Auch nicht. Ich fahrt das Ding gleich kaputt und krumm, du. Na, nützt nix. Alles oder nix. So, zack. Na. Wenn sie hier bei uns so ein Ding ankommen würden, da würden sie gleich die Gärten alle mit düngen, denn. Große Äcker gibt es hier gar nicht. Ja. So, vielleicht auch noch mal eine ganz interessante Frage hier von Kevin. Ja. Warum sind denn die Abos so wichtig? Die Abos? Ach so, allgemein meinst du? Ah ja. Ähm, Junge, das geht darum, pass auf, ein Abo ist, äh. Und ich fahr mal weiter und erklärt dir das. Du hast ja, wenn du jetzt auch eine Webseite hast, zum Beispiel bei Google, dann willst du ja auch immer ganz nach oben. Das heißt, wenn man da jetzt Kevin eingibt, dann willst du ja als erster kommen, am besten. Ne? Google. Die zweite Seite gucken sich die Leute schon nicht so doll mehr an, wenn überhaupt. Es sei denn, suchen wirklich hart was Bestimmtes. Ansonsten nur mal rumgucken, guckst du auch immer erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, Ende. Das hängt mit dem Ranking zusammen. Wenn du mehr Abos kriegst, also Abos ist das Beste, dann sagt Google sich irgendwo, oder hier YouTube, Google, ist alles ein Ding. Dann sagen sich, oh, da kriegt ganz viele Abos und Tödelüt, den ranken wir jetzt mal ein bisschen höher. Warum, wenn du jetzt F eigentlich nur als Neutraler, ich sag mal LS17 eingibst, als Ostipopper, ganz oben. Nicht, dass ich da hin will, aber je mehr du oben bist, desto mehr wirst du geguckt und eher angeklickt. Ne? Und das hängt dann aber auch mit den Besucherzahlen zusammen und den Zuschauern. Desto höher kommst du in diesem Ranking. Das dauert natürlich eine ganze Zeit. Aber wenn du denn irgendwo mit ziemlich da oben angekommen bist, dann guckt jeder mal eben, oh, alle 17 mal gucken, was da so ist. Ey, Butcher, wer ist das denn? Kann ich gar nicht. Zack. Mal raufklicken. Mal gucken. Und dann finden sie es gut, oder nicht? Zack. Und je mehr du da oben bist, desto bessere Werbung kriegst du auch. Die teurer ist. Und je mehr bessere Werbung du kriegst, desto mehr Kohle kannst du verdienen. Und darum kann der Osti Popper da jetzt auch von leben. Das ist auch okay. Da hat er auch für gearbeitet, hart gearbeitet, die ganzen Jahre. Ne? Wenn ihr das beobachtet habt. Ja, das ist doch mal schön erklärt. Richtig. Ne? Hat auch lange für rumgeknopft, wenn man ihn jetzt da schon von... Ich habe, glaube ich, Anfang 2013 irgendwie durch Zufall kennengelernt. Da hat er noch gar keine Webcam gehabt. Jedenfalls ich da, wo ich ihn gesehen habe. Und nur seine Stimme und seine Erklärung, das war sofort sympathisch und bin da hängen geblieben. Und da habe ich das mal geguckt. Der hatte auch so ein Loch, da ging gar nichts. Und hin, da hat er irgendwie schon gar keinen Bock mehr gehabt. Da hat er ja noch gearbeitet beim Lohner und was weiß ich da als Landwirt. Und hat er da gefahren und war ich da in Mecklenburg da hektarweise irgendwie gegobbert und gemacht. Und war da so alles zugehört. Und trotzdem nach Feierabend immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann hat es Bombe reingehauen. Da kam er oben an, so ziemlich oben an. Und hatte ja eigentlich auch relativ gute, schöne Filme gemacht und alles nochmal dran. Also was ich jetzt fand, denn nicht jeder. Wie gesagt, kann ihn aber oder mich ab, das ist auch ganz normal. Und da hat es dann irgendwann geschnackelt und gefunkt. Da ging das innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen oder so, ging das in die Zehntausenden rein. Das ist natürlich auch ein Ding dann. Dann gucken die Leute, der da unten hat 400, naja kann ja nicht so doll sein. Da denkt man gar nicht über nach. Das ist einfach, das macht Klick im Kopf. Oh, der hat Zehntausend, da muss ich drauf gucken. Muss ja gut sein. Wenn da Zehntausend noch drauf gucken, muss das geil sein. Je nach Klamotten, Anton XY, der heißt anders, aber ich sag das jetzt mal so. Beobachte mal den Sommerschlussverkauf, wenn die da alle stehen und Gabelkiste und hast du nicht gesehen. Je mehr da stehen an den Gabelkisten, desto mehr laufen dahin. Du kannst da neben was hinstellen mit drei Produkten, die genauso teuer sind, die rennen dahin, wo die Leute sind. Ich muss da auch mit wühlen, da gibt es was umsonst oder eben wann. Ist so. Das ist der Mensch, das muss man mal ein bisschen mit beobachten und dann kommst du dahinter, warum das so ist. Los, hier im Internet kann ich ja nicht wühlen, da muss ich mich bemerkbar machen und das geht dadurch. Und darum sind eigentlich auch dann halt die YouTuber alle so wild da drauf auf Abos. Dann gibt es noch einen Grund auf Abos, das ist dann die persönliche Geschichte von den YouTubern, die mich eigentlich persönlich, nö, überhaupt nicht juckt. Je mehr Abos, ich habe nämlich besser wie der andere, ne. Tausend Abos mehr, haha, was wollte ich ehrlich, bin besser. Ach, bin der King. Ne, das ist doch ein persönliche Ding, denn. Das juckt mich nicht. Für mich ist nur schön, wenn ein Abo kommt oder sonst irgendwas, habe ich ja auch erzählt. Ich buche da nicht irgendwie Spendenbonnen oder sonst irgendwas, da meine neue Grafikkarte, die kann ich mir selber auch mal besorgen, oder was. Ne, weil ich schön scharf gucken will und ihr schön scharf gucken sollt und so, das ist gar kein Thema, kriegt man hin. Aber so ein Abo, auf Dauer, je mehr da drin sind. Ne, ich habe das alles monetarisiert. Mittlerweile. Und wenn, ich bin der Meinung, dann, wenn da ein paar Mark bei rüberspringen, dass man vielleicht seine Internetkosten und Kram, was schneller ist und was noch ein bisschen kommt, so von laufenden Kosten oder was denn das vielleicht damit decken kann. Ne, da kann man die Arbeit, die ich jetzt hier reinstecke und hier sitze, die Stunden, die kann ich nicht mit aufrechnen, überhaupt nicht. Das kann mir keiner bezahlen. Ne, dann kann ich lieber Tanzmusik machen gehen und dann habe ich richtig Kohle verdient, in der Zeit, wenn ich das umrechne. Da habe ich einen Stundenlohn von damals 60, 70 Euro gehabt, Stundenlohn. Ne, da kommst du jetzt, du kriegst hier nie zusammen. Das kannst knicken. Dann musst du schon nachher, dann musst du das so einschlagen, wie bei, weiß ich nicht, wenn ihr den kennt, Commander, Krieger oder unbespielt oder sowas irgendwie. Die Jungs, die gehen mit 30, 40.000 Euro nach Hause im Monat. Ne, bloß das ist ein Ding, das kann ganz schnell hochgehen, kann aber auch ganz schnell wieder runterfallen. Das ist so. Ja, und wenn du dann halt ein bisschen da ein paar Mark nebenbei im Monat verdienen kannst oder so und du hast Spaß an der Geschichte, dann ist das okay. Und Spaß habe ich, das ist die Hauptsache. Ne, Miki? Ja, das ist so. So sehe ich das, genau. Ja, dafür machen wir das auch. Ne, und klar, fand ich auch, sondern am Sonntag fand ich toll, dass Osti aufgetaucht ist. Hat mal reingeguckt, bisschen mitgemischt. Weil das ist einfach ein toller Mensch. Ich kenne ihn schon länger. Oh, nicht für den cool. Mal geschnackt, mal geschrieben. Genauso wie mit euch. Ganz einfach. Ne, das heißt so pinkelt genauso wie wir alle. Das ist nicht irgendwie ein Gott oder was weiß ich. Ich auch nicht. Ja, der kocht auch nur mit Wasser. Richtig, ich bin ganz einfach Butcher und Ende. So, bleibe ich auch. Will ich auch bleiben. Ne, nicht, das sind alle. Oh, Butcher, der muss ja jetzt mit Majestät anreden oder irgendwas. Mit Sicherheit nicht. Ne, das mag ich das recht nicht mehr. Niemals. Ne. Aber gibt so Verrückte, ne, die denken dann sowas an so. Das ist, aber ist auch wieder in der Natur des Menschen. Das ist halt so. Hat gut geklappt jetzt, das letzte Mal. Da haben wir auch ganz schön für geknüpft, Michael, noch nicht. Finde ich. Ja, das... Bin ich auch stolz drauf, weil einmal haben wir in unserem Alter bis zum Schluss lustig gewesen und durchgehalten. Nicht einfach gesessen und, äh, das wollen wir, weil wir haben, ich habe bis zum Schluss Spaß gehabt an der ganzen Geschichte. Sonst hätten wir ja nicht nach 24 Stunden gesagt, äh, ne, wir machen jetzt unsere Arbeit fertig. Dann hätten wir eingepackt und bumm und raus und tschüss und abend am Bett oder was. Ne. So, und ihr wart alle dabei. Und ihr habt alle Spaß gehabt bis zum Schluss. Das ging dann ja noch eine Stunde länger, ne, oder eben über eine Stunde. Ja, so, pack ein Ski. Und genauso jetzt auch, ne. Was gab es, wir haben jetzt sechs Stunden, 40 Minuten. Nicht, weil ich wieder irgendwie einen Acht-Stunden-Rekord... Ne, wir machen das jetzt fertig und dann gucken wir gleich mal. Noch ist gut. Ich will aber heute auch nicht ganz so spät im Bett. Ne, Michi? Nö. Nö. Das wollen wir nicht. Und darum haben wir ja auch gesagt, wir wollen dann so ein bisschen... ABC 1900, weiß ich auch nicht. Kippe ein anderes Stück fertig, mal gucken. Dann haben wir eine Spritze verbraten. Finde dritten noch. Gucken, dass wir das so ein bisschen in Regelung reinkriegen hier mit... Hatten wir ja schon erst alle beschnackt, ne. Georg, ja, insgesamt... Ja, 25 Stunden waren das, genau. Irgendwie so war das. In der Regelung mit... Hatten wir gesagt, Dienstag, einen Tag frei, Mittwoch, also Donnerstag wieder eine Runde, sowas. Ob das denn immer acht Stunden, sechs Stunden geht, das werden wir sehen. Wir sind unter uns und wir können das abschnacken. Sag ich mal. Ja, dann kommt auch mal ein neuer zu, der kann sich mit in die Reihen einklinken hier und dann bestimmen wir das. Wir machen das, so. Und Sonnams ist, ja, Open End sowieso, ist immer... Weil mal früher mal weniger, war das so gedacht. Und Sonnams kann man dann ruhig mal reinhauen. Nicht immer, aber man kann's mal. Es gibt auch mal einen Sonnams, wo ich dann mal sagen kann, Leute, kann ich nicht. Weil ich muss auch mal mit Madame... Schlägt sich, packt, verträgt sich, genau. Ja, so sieht er doch. Verbindung wieder erfolgreich. Das war OBS, der macht's selber. Ich bin wieder da, Leute. Bei OBS mal im Chor zwischendurch. Kevin Nase recht. Und wir wollen kein Pack hier. Ganz locker, schön in Ruhe. Tüddeln und spielen und Spaß haben und reden. Und vor allen Dingen mittlerweile Vertrauen zueinander haben. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Wenn wir miteinander reden, können wir mal Probleme haben. Oder irgendetwas, was man sagen kann, Mensch, guck, geht. Supi. Fühle ich mich gut aufgehoben. Ich fühle mich bei euch gut aufgehoben. Und ihr solltet euch bei mir, oder bei uns, mich hier und mir auch gut aufgehoben fühlen. Ist leider, ja, eigentlich leider, kann man sagen, virtuell im Moment. Aber ich weiß ja, wer dahinter sitzt. Dass da Menschen hinter sitzen, ne? Und nicht irgendwelche Zeiterleute da oder was. Kevin Luna auf Facebook. Achso. Also auf seiner Seite. Ja, immer auf da. Da bin ich auch noch am muddeln. Muss ich auch noch machen. Ne, und da kristallisiert sich denn der eine oder andere raus. Der kann dies und das und das und jenes. Und so helfen wir uns gegenseitig. Und dann kriegen wir eine super Sache davon. Hier von dem ganzen Kram. Was uns allen Spaß macht. Ja, und so haben wir dann alle was davon, ne? Genau, so sehe ich das auch. Weil die Welt, die ist schon so, ich habe das ja alles erlebt. So schnelllebig und alles irgendwie so, äh, weiß ich auch nicht. Wenn man da rauf guckt, ne? Mein letzter Job, das war echt nur noch Horror und Stress irgendwo zum Schluss. Sonst hätte ich hier nicht gesessen. Oder müsste ich hier, wollte ich, ja, jetzt hier sitzen. Jetzt ist ja wieder gut. Dank euch. Ich habe auch mal ein Abo da gelassen. Super Stimmung, hier einfach nur schön dabei sein zu dürfen. Elite Party, ich freue mich wahnsinnig. Und das ist richtig, richtig ernst gemeint. Da kannst du dich drauf verlassen. Was ich eben gesagt habe, da stehe ich zu. Wo ist immer, wenn ein Butcher das sagt, dann ist das so. Bumm. Ne? Und du wirst du noch rausfinden, was Spaß und was nicht ist. Hast du Enkel? Ne, ich habe leider keine Kinder. Witz. Der Woche-Monster-Ritt ist geil. Also ich spreche da, ich sage immer Witz jetzt, ne? Oder du sagst da, Bernd Klaus, wie ich heiße oder was. Ich habe keine. Ich habe keine Kinder, aber ich habe keine Enkel. Leider. Äh, jo. Georg hat hier noch was. Butcher, du musst dein Versprechen noch einlösen. Weiß ich jetzt im Moment aber auch nicht, was gemeint ist. Ne, erzähl Georg. Wenn ich es vergessen habe oder irgendwas. Was habe ich versprochen. Natürlich löse ich es auch einen ein, irgendwie. Es kommt nicht mit Nackig auf den Tisch tanzen oder was. Das war, ich habe gerade gesagt, ernst und Dings auseinanderhalten. Na, du weißt das. Weil nackig schon, aber auf den Tisch tanzen kann ich nicht. Na, 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 was kommt? Im Lieben Butcher geht es doch nur um Spiel und Spaß. Richtig. So sieht es aus. Da habe ich mir gedacht, so diese Spendendinger da und so, das habe ich mir alles mal beobachtet von den anderen da und ich sage, oh, Alter. Ich sage, gut, die Leute, die jetzt Kohle haben, irgendwie, die dürfen das ja auch spenden und machen und hunderte von Euros habe ich mal gesehen. Der eine hat sich da richtig an gesund gestoßen, PC und Sitz und dann kam ein Mikro und ein 27 Zoller. Ich habe hier 2,24 langt alles, ne? Als Beispiel nur. Georg, ich meine die 48 Stunden. Boah, Georg, ich meine, du gehst knacken zwischendurch in den 24 Stunden, ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann musst du erst mal dein Versprechen anhalten, um 24 Stunden durchhalten, Jung. Was ich so mitgekriegt habe, ne? Da hast du geröckelt auf dein Sofa, ne? Ja, ja, ne? Habt ihr euch abgewechselt, das können wir nicht. Dann bleib mal unruhig. Kriegen wir bestimmt irgendwann mal sehen, weiß ich auch noch nicht. Irgendwann greifen wir das ja mal an, aber... Versprochen habe ich das nicht. Das habe ich nicht. Versprochen glaube ich nicht, ne? Ne, ich habe das angesprochen, aber nicht versprochen. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Weil wenn ich jetzt mich versprechen würde, würde ich sagen, Arschloch, ne, Entschuldigung, ne? Da habe ich mich versprochen. Und das ist nicht ganz so, weil Georg, du bist ja lieb, ne? Gut. Du weißt, wie ich das meine. Siehst du, Elita, sie mitgekriegt, Georg kennt schon lange und da kann ich so mit schmecken und er weiß, wie das gemeint ist. So und so geht das hier ab. Wenn du und Claudia mal Enkel haben möchtest, schick dir, was? Schick ich dir meine. Erzähl, Michael. So, jetzt ich aber. LP mit Salzi. Bin eben auf dein Live-Stream gekommen, sofort ein Abo dagelassen. Ja, das ist super, da bedanken wir uns. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Echt. So, mal gucken, was wir hinaufkriegen. Guck, zwar noch nichts außer Erde, aber da haben wir den Scheiß fertig. Was soll der, klar? Was soll das, ne? Gut, ich will nicht, wir sind die genug drin. Alles klar, gut. Hü, fend, hü, sieh, gut. Ja, und so ist das halt, ne? Achso, ja, um den denn die Spende da, das wurde öfter angesprochen, das sag ich dann jetzt auch nochmal. Und da habe ich das gesehen und dann habe ich gesagt, okay, erwachsene Männer oder Menschen, die dann arbeiten, die können dann ja auch da 200 Euro spenden. Kam da wirklich mal rüber. Ich denke, alter Schwede, aber naja, egal. Äh, warte mal, das geht nur der Streifen, weil der Rest noch nicht außer Erde guckt. Gut, mache ich jetzt fertig, dann sind wir durch. Aber dann kamen wir das auf Nachmittag. Und nachmittags gucken viele Schulkinder, also die Nicht-Badträger, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich mir nur gedacht, von mir selber aus, ich sage, wenn die da sitzen und den als Idol ansehen, diesen YouTuber da, oder in welcher Branche der denn auch immer tätig ist, und sehen, dass die anderen Länder nachmittags oder früh am Abend dann schon 180, 200 Euro im Pott schmeißen und irgendwann, und dann oben, der hat gespendet, das ist unser Oberspender, dann sitzen diese Kinder da, Jugendlichen, die gucken in die Portemonnaie, sagen, ich habe 5 Euro, die spende ich ihm noch. Mein Taschengeld, gesamtes Taschengeld vom Monat her. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht kontrollieren. Das möchte ich nicht, weil ich habe auch damals nur Taschengeld bekommen. Und auch unregelmäßig, weil wir in der Baurei, da hatte man nicht so viel Geld. Und das war okay, ich bin super groß geworden, mir hat nichts gefehlt. Aber, da sollen die ein Eis für Essen gehen, oder, weiß ich nicht, ins Kino, oder mit ihrer Freundin oder irgendwas anderes. Und nicht noch einen Judo-Tuber in den Arsch stecken, der da dennoch sitzt, noch nicht mal die Leistung bringt hinterher, den ganzen Scheiß und die Leute verarscht. Da kam doch drauf. Und da habe ich mir gesagt, ne. Dann gebt mir lieber, wenn ihr unbedingt was loswerden wollt, sagt euren Nachbarn Bescheid, rennt durch mehr Familienhaus, macht Werbung. Daumen, 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 Daumen. YouTube renkt. YouTube schmeißt dadurch mehr Werbung rein. Und je mehr Werbung und dann geguckt wird der ganzen Kram, desto mehr müssen die bezahlen. So, das ist den ihr Bier, nicht meins. Da habe ich einen Vertrag mit. Ganz einfach. Und wir sitzen hier und gucken uns das einfach gemütlich an. So sehe ich das. Da braucht nicht so ein kleiner Pipi, der noch sitzen und seine letzte Markte noch mit reinschmeißen, nur weil er meint, ich muss aufpassen. Das kann man auch schwer kontrollieren, sowas, ne. Wenn das jetzt ein Geschäftsmann ist und der sagt, Mensch, ja, das gefällt mir so gut, da kann ich mal was reinbrüdern, schön, klar. Aber, was er schon sagt, wenn du die letzten, das letzte Eisgild da opfersst, nur weil der dir gefällt. Fing scheiße. Ja, das... Dann sollen sie einen Daumen, kann jeder machen und das ist alles gut. Ne, dadurch kommst du, habe ich ja eben gesagt, bei YouTube höher, also bist du höher gerenkt, wirst du mehr geguckt, dadurch wird eigentlich im Grunde genommen ja mehr Werbung verkauft. Ne, dann setze ich mal einen Button mehr Werbung rein, wenn ihr die dann durchguckt, die Filme, die Let's Plays, ne, nicht 25 Stunden, kriegst du ja vierägige Augen, das weiß ich auch. Aber die Let's Plays durchguckt und die Werbung laufen lasst, da könnt ihr mir mithelfen. Zack. Umso mehr gibt es bei YouTube dann Talos. Und das sind auch nur Centbeträge. Ich weiß nicht, was jetzt passiert dann mit dem letzten Dingern, dann kommt da vielleicht manchmal dann ein paar Euros raus, aber da läppert sich im Monat. Und das ist das in Ordnung. Fertig. Und dann sage ich, Dankeschön. Und ich sage aber auch einfach, ohne Tüdelüge sage ich auch Dankeschön, einfach, dass ihr da seid. Fertig. Mehr nicht. So, das müssen wir uns immer zusammenklappen, wie der, wo war ich denn da? Da müssen wir klappen. Ja. Und so sieht das aus. Und so soll das bleiben. Na, ich wurde auch schon von einigen YouTuber mal angefunkt, denn, äh, wo hast du keinen Spendenboten und so, ne, will ich nicht. Das brauche ich nicht. Vielleicht bin ich ein Butcher und ich mache das so und Ende. Ja, muss doch, haben wir alle und ich sage, mach doch doch. Ja, das ist wieder mit sich selber. Ich mache das auch anders hier. Ich sage, ich baue das auf meine Story auf, damit wir hier ein bisschen, ne, ich gehe euch und hier oder hier, Schosch und was weiß ich und wie sie alle heißen und dann pötzen und lachen darüber und machen. Ich sage, ich sage, ich sage, von einem Acker nach dem anderen ist er abgeerntet, geht er auf den nächsten. Ich sage, das ist auch euer Bier. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich sage, dann brauche ich überhaupt keine Vorschriften. Und wenn sie mich dann abnerven, richtig, dann kann ich böse werden. Die kriegen drei, viermal eine Verwarnung von mir. Ich sage, lass mir Ruhe. Und das war gut. Und da kristallisieren sich jetzt so ein paar Leute im Machaus, mit denen du was vernünftig anfangen kannst. Die ich nett finde. Als, sag ich mal, YouTuber-Kollegen jetzt oder was, ne, wie man das noch nennen will. Ja, so viel dann auf, ganz einfach. Da sage ich auch, die Uhrzeit jetzt in der Woche ist ja nun der Härte, Härte, äh, die Hartenzeichen unter uns. Jetzt, der Kern hat sich da rausgebildet. Das sind eigentlich jetzt, die auch fast. Ja, das ist ein paar Namen, die hat man sich schon merken können, ne? Habe ich schon. Die ließ man immer wieder, ja. Also sind fast gar keiner dabei, den wir jetzt nicht kennen, wir unter uns, ne? Mittlerweile, sicher, genau. Je öfter wir dann streamen, desto mehr wird das ne Gemeinschaft. Wie ein Fußballverein, ne, neu zusammengewürfelt. Dauert erstmal ne Zeit lang, bis man sich beschnuppert hat. Wer ist was? Wer erzählt Scheiße oder sonst irgendwas? Und dann, ja, und dann kann man auch ganz anders miteinander umgehen. Bist du, haben morgen frei. Das ist doch gut. Schule wieder, wa? Mit Salzi. Ja, 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 ja. Die Lehrer wieder, kein Bock mehr oder was? Oder gucken die auch Botschaunen, kein Los mehr morgens. Man kennt sich, ne? Ja, Wutanfall, genau. Ja. Darum heißt du eigentlich Wutanfall. Schreib doch mal, ich heiß Lieb. Lieb 28. Ja, genau, ich bin Lieb. Siehste? So, haben wir den Macker auch. Da passt er nicht mehr hin. Da haben wir die Pressel. Die Pressel ist drin zum Abschmieren. Dann können wir den da hinstellen. Erstmal. Erstmal. Fertig. So. Also die Sache haben wir auch durch. Den können wir da in ein paar Ballen reinpacken. Da sind die auch drin jetzt. Guck. Das geht alles so in Gang. Zack. Tja, AgarService. Habe ich eben gelesen, sorry. Da stand du kannst mich auch Helmut nennen. Aber dann kannst du das eventuell auch in deinen Namen vorne mit einbringen, weil das ist für uns viel einfacher zu lesen. Wenn wir vorne Namen haben, anstatt AgarService, da müssen wir auch, müssen wir immer notieren und gucken, wer war das noch? Helmut, finde ich geil. Ja. Hast du zurückgezogen? Was war das? Was schlimm ist? Nö. Nein, er hat zurückgezogen, da stand irgendwie. Also ich heiße Helmut, oder kannst du mich auch Helmut nennen oder sowas? Ja. Und dann hat er die Frage zurückgezogen, weiß ich nicht warum. Aber das ist für uns einfacher, wenn da steht einfach Helmut. Oder kann dir auch Helmut MVP oder so steht, das ist ja auch okay. Ja, einfacher und ich finde das in unserer Reihe Runde hier, finde ich das persönlicher, Helmut. Ist aber okay, oh nein, wenn du das möchtest da, AgarService ist okay. Dann bleib dazu, natürlich. Muss es jeder selber mit sich klar machen. Da wird bei mir denn irgendwann eine Abkürzung, MVP bist du denn oder was? Weil AgarService, wenn das jetzt abgeht, dann kann ich dich so schnell ansprechen. Helmut geht schneller. So, als Beispiel, so meine ich das. So, jetzt brauche ich nochmal eben eine Pike, damit wir den Kram noch immer noch ein Dach im Fach kriegen, damit es trocken liegt. Jawohl, dann kann man ja Gras ein bisschen zusammenschieben gleich. Ein bisschen Gras müssen wir auch noch machen da rein, das ist auch ein Kratzfatz weg. Fendt Vario fragt, äh, kennst du mich noch? Ja. Du warst, ob ich, muss ich mal eben lügen, du warst auch, Fendt Vario war doch auch mit in den LPs, ne? Hast du mir auch immer geschrieben, ne? Eigentlich doch schon länger, wenn ich mich recht entsinne. Äh, ich kriege den ab, ne, und darum. In den Let's Plays, ne? Name sagt mir auf alle Fälle was, jojo. Ich hab noch ne Woche Ferien, nächste Woche wieder Schule, guck, deine Live-Streams jedes Mal. Supi, freu ich mich über das hin. Klasse, klasse. Danke, danke. Dass es dir Spaß macht. Upsala, siehste, natürlich, jetzt guck ich die auch gerne, hab die Karre auch kaputt gefahren hier. Oh Mann, nö. Oder war Rudi, Rudi da wieder unterwegs? Nein, ich weiß nicht. Ich gucke dir nur zu und schrieg, das ist die Nähe. So, ja, ist ja gut. So. Siehste, guck, wenn man das so machen möchte, liegen die super auf der Erde und man kann sie erst rein anpacken. Wutanfall 92, sag mal Butscher, nimm nochmal bitte meine Anfrage bei Skype an. Sag mal Butscher, nimm nochmal... Ja, mach ich. Jetzt oder nachher? Stehst du da unter Wutanfall 92, klicke ich da nachher rauf. Da guck ich nachher sowieso nochmal ran. Denn so um ne ganze Liste, klack, 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 das geht mittlerweile jeden Tag so. Ich nehm dich an nachher, klar. Oder bist du schon seit längerem da und ich nehm dich nicht an. Dann bist du nicht drin bei mir, kann ich dich nicht annehmen. Ist manchmal auch bei Skype. Dann musst du mir dein Ding mal schicken. Oder Michael geben, dann schreibt er sich das eben auf. Und dann suche ich dich morgen. Und dann finde ich dich, dann kriegst du von mir ne An... Also, dass wir zusammenkommen, das passt. Braust du keine Sorgen machen. Hatte ich früher auch schon mal. Dann haben wir uns gefunden oder gesucht und irgendwo ging das bei mir nicht. Öl ging nicht und dann da nicht. Und irgendeiner hat den anderen gefunden und schon klappte das. Ihr könnt mich Salzy nennen. Wenn ihr wollt. Salzy? Ja, Salzy. Okay. Kurz und Schmerz. Auch in Ordnung. Ja, guck, da schreibe ich mir das mal eben auf. Genau, nimmst du Zettel, machst du und dann machen wir das morgen immer fertig. Dann könnt ihr auch gleich dabei schreiben, wenn ihr möchtet, wenn ihr mich mal nicht erreicht oder was. Und wenn Michael dann Zeit hat, wenn ihr wollt und Michael sagt, ja, das möchte ich dann auch oder mache ich oder was. Was jetzt natürlich kanalbedingt ist, ne? Klein bisschen Privatsphäre muss bleiben. Die muss jeder haben, auch ihr. Sven Rimbach, moin. Auch gerade dabei, was? Wenn ihr dann sagt, Michi darf auch, dann Michi auch. Dann kriegt er ja auch die Adresse und dann, wenn irgendwas ist mit Anfragen, irgendwas, kann Michi auch. Michael ist meine rechte Hand hier. Sven hat schon fertig geschlafen. Super. Haben wir schon fertig? Ja. Haben fertig. Ich glaube, noch nie mal angefangen. Moin Marco. Ach, musst du jetzt zum Dienst? Da kommen die Dinger da, die zu beantworten. Da hatte ich ja auch noch Let's Place gemacht gestern. Muss ja auch mal wieder, weil die Leute warten auch und fragen. Kriegen sollen doch haben. Dann habe ich mich zwischendurch hingesetzt, habe ich noch einen hochgeschoben. Dann habe ich mich hingesetzt, habe beantwortet. Dann war ich dann heute Morgen um sieben im Bett. Toll. Aber es macht mir ja nichts aus. Ist okay. Habe ich jetzt aber erstmal alle durchgedacht, weil das echt ein ganzer Arschfall war. So von den Let's Place noch und Neck und Hallo und wen kennt ihr ja. Dann versuche ich ja immer noch. Mir zeigt er gerade offline an, aber er verbindet schon wieder. Warum auch immer, keine Ahnung. Das ist OBS jetzt, aber der macht das eigentlich immer zuverlässig. Das merkt man manchmal gar nicht bei. Ist auch schon wieder alles gut. Ja. Ich bin Lokführer. Ey Sven. Wollte ich früher immer werden. Mokko-Luti-Führer. Echt. Mokko-Luti. Ja, ja. Und so viele Kinder, ne? Aber da hätte ich bestimmt als Kohlstücker angefangen in dem Alter, ey. Haben sich halt gleich zwei gefunden, da. Sven und Lukas. Ja, guck. Siehst du, Sven, ich auch. Ja. Genau, haben wir ja jetzt schon mal kurz gesprochen damit. Das ist doch eine geile Geschichte hier. Ja. Schon hat man wieder was zusammenzuschnacken. Und alle lieb und nett. Bis auf ab und zu ein paar Spacken. Aber da habt ihr ja gesehen, die schmeißen wir raus und dann war es aus. Selbst die kriegen noch eine Chance, wenn sie sich nutzen, haben sie selber Schuld. Guck mal, die stehen da wie hingemalt, ne? Ja, ne? Das ist aber du. Muss ich mal wieder drei Tage Ballen packen, ja. Dann sind die noch besser, dann. Könnte ich auch mal von innen versuchen, aber ich gucke mir selber oder gucke das gerne selber von außen zu, dann sehe ich auch den Trecker und das alles und das ganze Treiben und so, ne? Wenn ich irgendwo in der Ecke stehe und gucke zu, könnte ich, tagelang. Das klappt, ne? Der Robotschow ist sowieso bekloppt. Mach nichts. Du kannst nichts am Mucken. Affa. Shit in bed, shit auf dem Logan. Was gut Mogen. Ne? Ja, ja, so ist das. Ja, Sven, das kann ich mir vorstellen, diese Spacken. Du hast auch jeden Tag im Zug. Ja, das ist so. Überall. Ja. Ganz normal, sowas, leider. Nur hier im Internet habe ich mitgekriegt, nicht nur bei uns jetzt, sondern auch bei den anderen Leuten, ist das natürlich extremer, weil diese Leute sich hier nicht greifbar fühlen. Nein, da können sie ruhig mal den dicken Leere rauslassen. Das sind eigentlich die, die in der U-Bahn nix sagen. Oder so, ne? Da haben sie nämlich Angst. Dass da denn einer aufsteht und sage, jetzt langt mir da. Du kriegst erstmal wirklich einen Buffy, mein Junge, ne? Nein. Ja, und dann kommen sie hier und dann pissen sie richtig rum. Klar, sind noch ein paar Kranke bei, denke ich mal. Gehirnkranke, ne? Wieder mal gerade mit dem Rollstuhl und so. Ich meine, da gehört schon ganz schön was zu, sich so eine Scheiße auszudenken, damit seine Tochter da auf dem Bett und weiß ja, was ich meine da, ne? Ja. Das ist heftig. Das ist schon oberkrank. Sowas gehört weggesperrt. Weil die merken dann nicht. Irgendwann fangen sie wirklich mit so einer Scheiße an. Die will ich stumpf nehmen und dann irgendwie so ein Bootcamp auf oder was und ab die Post und ein halbes Jahr erstmal Steine klappen. Danach ist Ruhe. So, haben wir die Dinger auch da im Pool, war? War, war, war. Subi. Lot hebt wieder dann Teilen vor drei. So. Eben noch das Gerassenbeet zu hochschöpfen, nur und dann, so, was ist ja auch nie was denn. Wo doch nicht. So, dann haben wir es aber auch, ne? Denken wir auch mal, ne? Ja. So, den schiebe ich nochmal eben schnell. Aber nochmal, kann ich den rausziehen, gleich den nochmal eben sauber machen. Ein bisschen, da kannst du auch schon den mal rausgucken. Eben aufräumen. Und beten noch. Paar Minuten los. Wir hören nachher wieder aus wie Sau hier. Ja, Scheun. Was steht da denn drauf? Hölin, Mann. Achso, jetzt sehe ich das erst. Gucken. Gar kein Fan, ne? Hölin, Mann. Hölin, Mann. Mit sich Deitz-Motor, ne? Hatten wir den schon, ja, ne? Dann kann sich Hölin, Mann, den gleich mitnehmen. Zack. Dann ist er auch verschwunden. Und auch Dach und Fach. Also unser Hoflocke, warte mal eben. Können wir die Schippe mal eben hier, die die vorgehen. Den Weg packen. Kevin hört unseren Livestream und spielt nebenbei selber. Ja, lass rein. Gut. Ja. Na, komm her, Junge. So, zack. Fan Mario. Fan Mario. Guck mal, ob das mal wieder vorbei. Aber zeitlich geht es wieder. Ich mach gerade meinen Mähdrescher-Führerschein. Äh, wie? Gibt es da jetzt mittlerweile extra einen Führerschein, Fan Mario? Da würde mich ja Mähdrescher-Führerschein. Das habe ich auch noch nicht gehört. Wie jetzt rein, damit du auf die Straße fahren darfst oder Ausbildung jetzt, damit du weißt, mit dem Gerät umzugehen? Das gibt es ja auch für Staplerfahrer, ne? Wollen ja auch viele jetzt für ein Stück gut LKW-Fährst, die wollen denn, dass du einen Stapler-Schein hast. Selbst wenn du schon 100 Jahre Stapler-Gefahren hast, wollen die haben Stapler-Fahren. Das heißt, wenn der Palette rüberballert, dann kann der Chef sagen, oh, wir haben Stapler-Schein. Ich nicht. Ich nichts bezahlen. Ja. Naja, hast gehabt, echt schön. Das ist ja ganz richtig. Was möglich ist, aber heute alles. Aber irgendwann kommt ein Lebensberechtigungsschein, wenn du nicht hast, wenn du dich anhalten auf der Straße. Die Polizei kommt, Lebensberechtigungsschein. Oh, ich habe vergessen. Peng. Kommt. So, da hat Happy. Da wollen wir noch mal eben einen Augenblick auf. Wir sind ja ordentliche Schweine. Wuppen wir uns den. Ups, halt, 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 halt. Der ist auch dreckig hier reingekommen, das wollen wir auch nicht. Tja, also, Mario sagt mir, da brauchst du einen extra Führerschein. Echt, das Neueste, was ich höre. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ich auch nicht. Wieder was gelernt. Dankeschön. Jupp, siehst du, lernen wir hin und her hier. Jupp. Der eine vom anderen ist doch gut. So wie. Stimmt, jetzt fällt mir ein, die Unterleger gehen die mir hoch, ne? Bei denen, nee, bei denen ist sowieso nicht. Dann müsste ich jetzt eine Zapfelladen machen. Auch nicht. Sind sie nur tief genug. Hm. Mal probieren. Also, ich gebe dir. Oh, siehst du, ich gebe dir. Oh, siehst du. Oh. Hier ist der, haben wir nämlich das nächste Mal, ist doch schön, alles aufgeräumt. Zack. Hup. Hup. Sollte ich bin doch noch sturm diese kette legen mit wirken die kann draußen bleiben müssen das nächste mal auch zu sehen dass wir wieder drehen da brauchen wir die das wird ja nicht so lange dauern bis nächste male jetzt bin ich mal gespannt kommt ob es geht eine knie der kleine willi man mal gucken das bin ich hochhebt da hätte ich gedacht ohne gewicht von ziehen tut er nicht übern agger das weiß ich das habe ich mal ausprobiert sogar mit dem mit dem mit dem 1800 mb track ganz eben so richtig am quälen das kann sich nehmen transport und abhöhlen mann das ist drin das ist drin dort haben wir noch da draußen rumstehen im fluch ich kann man noch mal eben den den vent rein fahren ein bisschen luft überall also wie gesagt den mb track habe heute mitgekriegt den gibt es hier nicht mehr weil den haben wir überführt nach england er ist umgesetzt richtig kevin fällt auf schön aufgeräumt bei euch da legen wir auch ein bisschen wert drauf da kommt jetzt letztes mal war nicht so da war 25 st und dann haben wir die nacht nicht mehr aufgeräumt das stimmt jetzt haben wir so weiter gespielt und jetzt denke ich mal eben heute müssen wir mal eben bisschen klar decken das war früher in meiner werkstatt so abends auch alles aufräumen auch wenn du sagst nächsten morgen gedacht da wieder weiter weg ist auch er und fiegen knirschen unsere füße keine ab hier so sand und so weiter wenn wir wieder die schrauben reinfallen von den motoren und so weiter doch nicht schlimmste was gibt er und weil ich nächsten morgen rennst du wieder in den dreck rein hier ist noch mal interessant von lohnbetrieb paulus gekommen 20 km h mädrescher braucht man autoführerschein für 40 km h mädrescher braucht man t führerschein ach t jo jo da habe ich genug von t und c und e und also war der weg als führer mein führerschein ist voll habe ich alles dachte da muss so ein spezielles ding noch haben ja das schreibt merke auch noch unter ja aber kein extra führerschein ne ach so dann ist ja gut da habe ich alles das ist kein problem da kann ich überall mit dienen abc die y gott für sich ja ich habe folgen bei mir geht nicht mehr außer die queen mary und berge liebt habe ich alles war ja nie wenn du kette hast bei dings darf sie auch im grunde genommen beim bund darf sie damit fahren das war ja weiß ich nicht sie hatten war das glaube ich damals unsere 80er irgendwie haben ja das war c was heute lkw es war damals beim 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 bund oder bini bc wir mussten ja erst auto machen für den panzer erst den ganzen autoführerschein nochmal mit prüfung mit theorie und fahren und einem anderen fahrpraxis ich sag mal hier haben führerschein da musst du es nur noch einmal richtig die fahrschule durchziehen da und dann hast du das bestanden dann durftest du die panzer führerschein machen da ging dann ausbildung weiter also die haben das die theorie mit mit naja mit den fahrgebögen mit ampel und wann und wie und wo das war da nicht mehr drin aber dann war die praktische ausbildung panzer den haben sie aus den anderen haben wir haben alles gezeigt was du machen musst laut tda technische dienst vorschrift bundeswehr und dann hast du panzer gefahren das war bei jedem panzer aber jedem modell hast du neue einweisungen mit allen rum und ran von vorne bis hinten bis zu den offenen ff kommt es kann ist ich habe leo berge leo mara hotsky war zu meiner zeit noch panzer schützen panzer kurz der lief mitten zwölfzylinder reuss reuss benzinmotor das ding war ein baller und anknallen mtv ja mannschaftstransportwagen hier von amy sie fährt gegen die schwamm ja aus alu waren die also habe ich den scheiß durch tun aber kein lkw forscher den durfte ich da nicht machen das ist auch nicht ganz richtig zuerst der zapf will denn ihn dazu wohl dass du das so happy noch mit den kriegen wir den fluch mal ein bisschen an der seite glaube ich obwohl er noch hat und kuppeln wenn wir in der ecke schmeißen oder hinten rein stellen können wir den auch ne und soll so ein fluch immer irgendwo eine ecke liegen der doch ein recht darauf ein trockenes plätzchen zu platz ist genug der inhalte jubsen er geht natürlich wenn man meinen hof umgeflügt sauber machen darf man den auch ruhig wissen ist doch nicht schick jeder teil haben die kommst du nicht auch noch dran wenn erst mal der muss jetzt mal muss man gucken wie du fahren möchtest und wann und wo wenn denn dann und dann muss man ein bisschen für dich üben knabber riet ist bei dem wo es liegt was irgendwie im bad wenn noch nicht perfekt ist auch nicht schlimm ja ein bisschen platt sein dann kommen wir nachher besser mit mit hänger rein und aus um ecke ein schönes bild in alle nachdem hat er so steht ja trifft alles gut noch mal können wir die um die drille auch noch immer ein holen die war glaube ich okay ja party warum spielt mich hier eigentlich nicht mit das ist im moment weil der das spiel nicht hat ja da kommt im moment ruhe erstmal immer gucken und zwingen schon gar nicht ja nun betrieb paulus schön aufgeräumter bauernhof gehört mir zu ich bin aber weg muss morgen wieder los gülle fahren in echt ja dann viel spaß beim gülle fahren und danke dass du hier was im namen von butscher und mir jung und guck gerne wieder rein aber holla wir würden uns freuen natürlich auch wieder da kann auch nicht schlafen wie kommt das mensch hat nichts ja was heißt jetzt zurückgezogen man erzähl frei weg da steht das wieder da also alles wieder gut wie kommt das zu viel kaffee und was auch heute ausgerödelt ohne ende oder nicht sagen wir noch da hinten rumstehen die können das leben bleiben den lassen oder auch erstmal das ist das ding das ist der drescher den brauchen wir die tage kacke fast können wir noch stehen lassen stört nicht ne entschieden wir da hinten an der seite ist nur doof wenn das jetzt zu berechnen kann wir wasser ablassen aber da muss ich nicht mit dem weg rumstehen der misstreuer weiß ich auch noch nicht was damit man da litte dinge verklappen ich habe eine lage habe ich noch nicht ausprobiert von verbinden und ist glaube ich ob da war ein farm tech bei und strautmann irgendwie so drei stück oder war die sollen ganz gut sein muss ich mal auch schenken drauf sind die schon auch ich hab dir noch nicht angeguckt und ausgeschickt wo haben wir das platz für die lüste passt sich auch dahinten eine ecke ne so klappe dich die affe tot ne oder die mäuse drin morgen wollen wir nicht den schieben komplett in der halle weil eventuell noch ein bisschen gas mehr weil das gas geht auch langsam zur neige denn das ist wenn du den auskipps kleine hänger wird das ein riesen bulten und der sofort genauso schnell wieder weg gepasst vom verhältnis überhaupt nicht aber ganz brauchen wir zum füttern siehst du christian michael und butcher wird dann auch mal weg muss um fünf uhr raus in den stall und dann zum doktor wegen meiner gipshand und nach dem doktor auf dem tracker und weiter flügen auch denkt an deine hand mein freund ja auch schon weil ich nicht so dass wieder kaputt geht da mit sicherheit nicht das hilft kann was brauche ich noch der sauber machen fertig alles wenn man gut in der nacht christian und ja du weißt ja morgen früh eben die mädels grüßen das alte spiel ja das machen wir ja immer die wissen schon wenn wir sind die warte gehen schon die ohren hoch ja kein kleiner am größten keines bild die lüge die andere hängt die schippe nämlich dran aber eben durch die die damen noch mal im sauber machen der stehen lassen stehen und zum abschmieren dann kommt die oben rüber morgen und das macht jetzt immer mehr spaß hier auf dieser map finde ich je mehr leben und treiben und die lüte drin ist so ein bisschen mehr kommt so langsam bitte keine lustige aber ja war schon immer so so gewaltig rumgearst du ja gut christian der dauern viel dank dass du da warst und guck wieder rein mit deiner hand ja auch vorsichtig das ja schon dich ja hohe lagunis und verfolgen wir sind am kacken du teilt hast du nicht weg hier auf der map egal noch nix das ist eine durchsichtige kante wieder drin na komm herr jan gaming mein butcher kauft ihr doch den joskin missstreuer guck mal guckst du ich hab die hier der ich mich vom verbinden runtergeladen fand ich gut die hier mengele und bei diesen mengele wenn man den anklickt dann kannst du sollst du das ratzett ab design da gibt es denn auch hier von havel gibt es denn den gleichen gleiche mache oder von strautmann oder den standard das ist dieser hier das mengele und die sehen lecker aus wenn finde ich das ist eigentlich ja schöner zwei achse wenn ihr noch nicht gefunden habe treu breite mit 15 meter ist normal und auf 35 ps browser für okay und füllung war noch mal 17.500 doch 17.500 wenn das nicht lang rein in xml und dann mache ich die schneller mehr oder wieder mehrere 20 25.000 kann zu machen oder sonst immer das ist kein thema das auch ein bisschen angepasst wird oder meinst du den hier den originalen kann ich auch mal die hd auch noch nicht 19.000 wenn man die guckt so ob die mache von dem ist das hier sitzt nur oben einer drauf wenn du da guckt sie sinken an der seite ist genau das gleiche wie der nur halt als mengele als habe als tület und dann hast du dann zwei achse von nicht ganz so ein riesending obwohl die fähig auch gut den staubmann in 33 34 01 wenn du halt die menge hast und lohnen unternehmer spielst oder so und er kommt mit so einem ding an alle maus schenken da mut wie um haben wir hier nach du darf deine freundin überzeugen kannst dass sie flügt und du auf tochter aufpassen kannst dann könnt ihr bauten morgen schönen tag machen da aber ob die frauen denn da sich raufsetzt und flügt berichte mal mit denen dahinter kommen die waren nicht auch noch was dann vorbei da war man das sieht man den noch mal eben müssen auf hin und her schieben fertig feldrieg neuen butscher und chat moin momenten auch gerade frisch aus dem bett gekommen stimmt oder von arbeit ach so von arbeit was man nicht nur na die das die eine schippe was das für ein berg abgibt das wahnsinn das ist für mich schon wieder unrealistisch das kann ich angehen und darum da denkt man jetzt oh das ist noch so dieses noch auf dem drin zum kühe füttern aber ob ich da so einen hänger rausholt ist wieder die hälfte weg ja mit salzi denn gute nacht danke dass du hier warst ja schlaf gut und guck gerne wieder rein wir freuen uns wenn du wieder der weile ist jawohl ja christian da kriegst du sie auch morgen rum und dann machst du dir mit deiner tochter einen schönen ruhigeren tag als wir auf dem trecker zu sitzen mit deiner hand ja dann heilt das auch viel schneller aber ja man dass du morgen den lieben gott einen guten mann sein was muss denn fliegen morgen oder was ja kann man noch einen tag warten oder die freundin macht das hat schon öfters wenn sie bock hat ich meine heutzutage schön trecker mit kabine radio und so das war nicht mehr so schlimm weil früher den regen und dann war doch eine peitsche scheiße und kein dach darüber oder nur so ein blechdach der windfall durchgefroren alles war ja noch ein abenteuer heute so ein ding hast und so das okay das ist so wie eine stube sitzen fast 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 fabian 73 wie geht's ja sonst geht's wunderbar ich hoffe die auch so sind wir mal los den radlader hier ja den wollen die auch mal wieder sehen ne ja oder müssen den kaufen wir für den hofen wir wollen dann können wir auch ein anderes abspecken müssen wir mal gucken und dann müssen dann muss sich die gemeinde kriegt ihr geld und dann kaufen die sind mal sehen vielleicht will ich nicht für den hof weil die größe hier für die größe schlecht dass sie brauchen einfach leider nicht oder zwei die können wir dann abhaken so liebe leute ja also hier als arbeit so weit durch so fertig 18 uhr 11 passt genau so schöne zeit zum feiern machen oder was haltet ihr davon ja richtig aber ich sag mal elite party wenn du ein echter im haufen machst oder mir was aus der hüfte fällt das augen haufen gemacht das auch keine anzeige oder schätzen oder nach gestern gehen weil aber auch die kleinen die können gewaltig mokern oder wo die ja sie oder wenn du vorhin wenn du eine flasche sanierer getrunken hast nicht wahr fliegt das andere tag fliegt so aus die hüfte was du ja was für ein trecker christian mit und man schreibt sich ja 52 leute noch vielen vielen dank an die leute die nicht im chat sind und zugucken vielen vielen dank nicht gedacht um die uhrzeit noch mitten in der woche so viele zuschauer das wirklich viel echt klasse vielen vielen dank und natürlich an euch chat leute auch ins gesamten einmal durch ne wisst ihr ja das brauche ich auch nicht mehr erzählen da wisse sowieso und morgen gibt es ja auch wieder was zu gucken da könnt ihr euch schon drauf freuen ja den schmeiß ich morgen weiß ich nicht mal im kopf ich muss ja auch jetzt wieder ein bisschen higher machen drei vier uhr bin ich auch so im bett ungefähr und dann bin knacken und dann mache ich den hoch jetzt nicht nachts mehr es sei denn ich habe nachts zu tun und kann dennoch einen hochwuppen denn das ist ja natürlich morgens da das ist klar ja so schön wenn du dir nachts einen hochwuppen kannst ja sicher sieben jahren wäre er ganz alt ist 22 jahre alt bis sieben stück machte damit und dann jammer die alle rum dass wir keine kohle die ganzen bauern sind so arm und alles das ist alleine schon schrottpreis kannst du schon ein familienhaus von bau aber auch wie danke markus dass du da warst klasse die litte partie und dann gedauern hoch dann alles schön das werden wir auch tun ja komm du auch gut zur ruhe ja fände gute nacht schlaf gut wenn wir auf das nächste auf das letzte gute nacht ja das geht ja mit der mutante ilse geht das ja war das andere richtung tante ilse muss ich denn das von hier müsst ihr vorstellen dahin wieder mit ein auto weil die ruft schon wieder an und leck mich an arsch mit an der ilse moment du mann nummer nummer guckt jetzt an was sehen da findet sich der eine oder andere in der story mit sicherheit wieder ja und wenn wir jetzt hätten da bekannt vor dann sehen wir uns nachher im let's play wieder nächsten und dann schnacken wir da mal über achten denkt mal an die worte ist so ich habe mich da selber auch wieder gefunden ist mir oft genug passiert so was da abgeht und das nächste da drauf ist dann ja steigerung das ist hier oben schon drin noch nicht auf der platte aber hier das mache ich mal eben schnell morgen früh ich nicht lol war's gut nächtle lol lach ach so kaputten tank und dann ist das schritt ja sag ich ja denke ich bin erst mal bei tante ilse einen kaffee ich habe hier noch ja und den resten gibt es doch noch mal frischen und dann noch eine schöne piff hinterher oder 28 bis 8 stück hier euch und dann kennt er und dann und dann wird wir sehen wieder gut ich denke jetzt haben wir sieben stunden 31 minuten rum und ein paar sekunden okay oder muss jetzt fast ein ganzer arbeitstag die pause kannst ja die paar minuten immer meinen kaffee holen da war in sieben stunden da sitzen andere eine stunde mit einer halbe stunde frühstück folgen auch da haben wir gar nicht gemacht wir alle nicht überlegt mal das ist in einem rutsch durch also sonst mal wieder wieder nachmachung kompletten arbeitstag und einfach mal so ja und trotzdem der war schön der war schön oder das ist schon okay muss immer so lange gehen ja immer was muss nicht immer so lange entschuldigung ja das ist das nicht habe ich nicht gesehen weil ich rüberblick nein das wird sich wie gesagt das sollte ich ein bisschen ein pendeln also mal so aber wenn es geht dann eben so ein paar feste tagen können könnt ihr euch so ein bisschen anrichten mal gucken immer regelmäßig angewandt das ist ja erst mal wieder geplant dass wir uns wieder hören und sehen hier live ja richtig 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 so ist es ja und dann denke ich mal jetzt legen wir uns alle mal schöne in der haja und träumt feindes oder ganz beruhigt zack zack hinein noch mal ein bisschen abschalten draußen tassel kaffee trinken noch mal und gleich geben schöne piff meistens kommt ja noch eine von meinen meinen mäuschens hier die bogie oder melu die gucken noch morgen eben raus machen noch mal pipi auf dem rasen und dann gehen wir nachher zusammen oben und ein haja machen das schön das macht spaß das sind meine kinder bilder können wir sehen auf facebook ich glaube claudia wir hochgeladen war das sind meine gemäuse vielen dank dass du da warst ja manuela auch grüßchen oder liegt die schon auf der ritze besucher so okay mein morgeliger kaffee läuft auch gerade so früh stehst du schon allgemein auf michi die katz hat junge der frühe vogel fängt den wurm sagst du dir oder was das heißt auf den frühen vogel das ist schon lange ja das stimmt lange abgeschossen für den vogel ist ja gut leute dann machen mich und ich uns noch mal denn jetzt von acker und dann geben wir auch das heuer machen ich hoffe es hat euch spaß gemacht vielen vielen dank an alle die ihr heute da wart und ja und die ganze zeit bei uns wart und geguckt habt gut vielen dank bis zum nächsten mal ja wir sehen uns okay ja nach die nach die eben diesmal sofort weg